Moin moin, servus und hallo, hallo na, guten Tag, hi. Der Moment, wenn man noch ein paar Bissen vom Abendessen überhaupt einen im Mund hat und sich denkt, jetzt fange ich an zu anmoderieren und plötzlich der Bissen immer mehr wird, immer mehr wird, immer mehr wird und man ihn nicht runterbekommt. Hatte ich gerade. Schön. 1A ist das. Erstmal, ja. Oh Gott. Jetzt kommt der Alert. Mensch. Aber der Alert, komplett RIP. Und ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ist das der Alert von MoveTV. MoveTV, vielen lieben Dank für den Reserb im siebten Monat. Dankeschön, 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 Dankeschön. So, an alle im Chat, ja. Der Kai ist da, moin, Marco, moin, Streamerwelt, hallo. Philipp Busch, guten Abend, moin, moin, hi. Der Gamer, vielen lieben Dank erstmal für den Follow. Meine Güte. Vielen lieben Dank für den Follow, willkommen im Stream, moin, hi. Mr. Prime, guten Tag, guten Abend. Vielen lieben Dank auch für deinen Follow, willkommen im Stream. Noah, moin, hi. The Four... Oh Gott. The Fourteen, moin, hi. Alles gut? Ist der Sound und die Cam nur bei mir nicht gleich? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es eigentlich relativ gleich ist. Es sieht in der Vorschau zumindest gleich aus. Vielleicht einmal, ähm, F5. Ja, Kai, einfach mal, also wenn du am Handy bist, einmal neu laden und wenn du am Rechner sitzt, einmal F5. Also einfach mal das Ganze neu laden. So. Ähm, ja. Folgendes ist geplant. Der liebe Brunzi hat eine Übung mit der Feuerwehr ausgemacht und hat den Klausel gefragt, ob er nicht den Hubschrauber ein paar Mal versenken will. Klausel hat natürlich ja gesagt. Mein blöd wäre aber. Ähm, deshalb sind wir am Weg Richtung MR70, um da jetzt, ähm, ja, einen Hubschrauber auszuparken. Und dort dann, ähm, also um damit dann zum Hafen zu fliegen und dort dann mit der Feuerwehr gemeinsam den Hubschrauber zu versinken. Natürlich absolut gewollt zu versinken. Mit Hass. Wahnsinn, Ikea! Wer fährt da so über die Ampel? Ich mach dich weg! Ähm, ja. BF freut sich schon? Ja, das glaube ich. So ein Tauchhubschrauber hat nicht jeder. Kriegt man nicht alle Tage zu sehen. Bin schon gespannt. So. Ähm, du arbeitest doch bei der Bär. Was ist Bär? Bär? Fahnen die Kopf hinterher. Mir gefällt das gar nicht. So. Ähm, Streamer, was meinst du mit der Bär? Ja, meinst du, äh, irgendwas mit, äh, nee. Berufsrettung schätze ich mal, meinst du? Nee, ich arbeite nicht bei der Berufsrettung. Ich bin hauptberuflich beim Roten Kreuz. Auch nicht in Wien. Weil ich nicht in dem Bundesland wohne, sondern im anderen Bundesland. Aber ich bin, ähm, hauptberuflicher Notfallsanitäter bei einer Rettungsorganisation. Nicht in diesem Bundesland, also nicht in Wien. So. Hallo, tschüss. Verdammt. Gut. Da war es mal nirgendwo wär. Und gucken wir mal im Aufenthaltsraum, ob da wär's. Achso, jetzt will ich zusperren. Bin wir im Jugendrotkreis. Ja, cool. Hatte ich leider nie das Vergnügen. Dafür bei der Jugendfeuerwehr. Was ist jetzt los? Warum kann ich nicht zusperren? Interessant. Ist kaputt. Da muss doch. Da ist keiner. Ne, da ist auch keiner. Da waren ein paar Leute da. Da waren es versperrt. Warum kann ich das da drüben nicht mehr zusperren? Was ist da los? Come on. Na, jetzt geht's auf einmal. Wow. Wir fahren mit dem Hiho rüber, würde ich sagen. Ähm, brauchst du einen Tipp, wo alle sind? Ähm. Ich kann bei den Einsätzen reingucken. Ist nicht im Dienst. Achso, ja. Da hat er gar nicht so ein Recht. Ich bin wirklich nicht in den Sieben auf keinem Fahrzeug gemeldet. Soll ich auch nichts finden. Okay. Jetzt bin ich schon fast wieder neugierig. Hm. Die sind schon drüben? Schweinebacken. Schweinebacken. Da sind schon drüben. Und guckse. Ich habe eine große Rolle. Auf Verdacht schaue ich jetzt einfach mal auf Sacke Haardach. Hm. Ist mir egal, aber dort habe ich meinen Hubschrauber. Haha. Falls ich mich zuerst aber noch rumziehe. Ah. Er wird da auch nicht stehen. Doch, der steht da, wenn ich ihn dort auspacke. Versammt, dass man die Handschuhe nicht mehr ausziehen kann. Nie Glück. Nicht, wenn ihn schon wieder ausgepackt hat. Weiß ich nicht, ob wir nicht zwei Maschinen haben. Ah ja, guck, da drüben ist er. Leitstelle für den Klausi. Das ist keine Leitstelle. Haben wir so mit. Der Klausi meldet sich im Dienst. Wäre als C9 Pilot im Dienst. Ähm, ich glaube sie sind ein bisschen zu spät. C9 ist gerade abgehoben. Ja. Ich hoffe in meine Richtung kommen. Wenn ich das richtig beobachte, setzt er gerade zur Landung am AKH an. Das wird sich sehr gut treffen. Da stehe ich nämlich. Nö, tut er doch nicht. Zahil schon feindereck. Zahil schon? Ja, soeben. Der Kommandant hat gemeint, sie sollen sich ein bisschen entfernen. Zahil schon verstanden. Geht zwei Schritte zurück. Außerdem haben sie den Funk kaputt gemacht. Jetzt sie. Moritz, Moin, hoi. Verdammlich gibt es einen Kommandantenwert. Informative Format von 1 Funk ist wieder repariert. Will einer machen, schurk! Oh Gott. Ich bin nicht plat, ich bin nur schwer zu übersehen. Erstens. Falsches Level. Hast du mir jetzt geheißen Pilot? Bin ich jetzt Flugretter oder was? Nein, Flugretter. Ich habe immer schon seit Flugretter. Flugretter gehen. Ja, pass. Ist kein Problem. Ja, ich tue das jetzt nicht um mit ihnen dann. Bevor ich mich umziehe, magst du mir zweitens, drittens, viertens und fünftens auch sagen? Ich liebe dich. Oder sie? Es war jetzt ein 2 oder 3. Alles. Sehr gut. Wir fliegen dann rüber zur Feuerwehr. Ich muss nur mein Ding noch anfangen, was du schon angefangen hast. Dein Ding. Ja, verstanden. Ja, mein Ding. Dann machen wir ganz schnelle Handbewegungen, um das Ding zu starten. Sehr gut. Wundervoll. Schutzbrille habe ich auf. Genau aus dem Grund. Perfekt. Es ist schon wieder etwas passiert. Es ist schon wieder etwas passiert. Ah ja, Zarej, das zweite war er. Ich habe nicht gewusst, dass wir mit dem K7 fliegen. Nein. Ja, der Klausi spricht da. Ähm, doch. Mit dem Bisher auch. Ungeführt jemand in den Neuestem Usatz an. Christopherus 9, Kanal 10, erreichbar. Ich fliege schon mit dem K7 von der Straße runter. Geil. Ja. Grundsätzlich rennt das heute so ab, wir machen eine... Warte kurz, es ist laut im Kopf und außerdem verabschieden sich gerade bei mir irgendwie die Alarme. Die eigentlich kommen sollten, wenn sowas passiert. Achso. Ja, es ist blöd, ne? Böschi. Ist ja wurscht. Grundsätzlich. Bist du aufnahmefähig? Sowieso und immer. Gut. Es ist so, dass wir jetzt einmal kurz rüberfliegen zur Berufsfreude. Ich glaube, ich habe es gefixt. Mit denen dort kurz reden. Dann wird dort gesagt, wie das ist mit Abspringen aus dem Hubschrauber ins Wasser. Nämlich nicht nach oben springen, sondern einfach nach vorne und fallen lassen. Das darf dann der Flugrät übernehmen. Und dann fliegen wir runter. Nach vorne und fallen lassen. Naja, natürlich. Wenn der Hobel springt, frisst das Roterblatt. Aber wurscht. Dann fliegen wir runter zum Hafen. Dann tun wir dort das Beüben. Und dann gibt es noch eine Einschulung. Wie weiß ich einen Hubschrauber richtig ein? Herr Zarisch, Sie dürfen raten, wer das der Feuerwehr klären kann. Dr. Prime. Richtig. Der Flugreiter. Sehr gut. Es sind heute drei Doktoren auf einem Hubschrauber. Wir sind sowas von überqualifiziert. Aber wurscht. Das ist umso lustiger. Weil wir können um die Wette zwei Astronasen stechen. Drei gleichzeitig, oder wie? Richtig. Ich starte jetzt mal eins. Links, rechts und am besten gleich noch in die Mitte. Genau. Ja, das dauert noch. Herr Warte, ich stelle mich noch schon mal hin. Einfach, damit es schön ist. Ich stelle mich mal dahin, dass wir einen Brandy in die Mitte stellen, dass er schön warm wird. Sehr gut. Nebenbei vielleicht noch ein bisschen am Hintern greifen. Einfach, weil es lustiger ist. Was? Du kannst dir ein bisschen am Hintern streicheln, wenn du willst. Würde ich ja gerne, aber ich bleib da nicht mehr hängen. Sag einmal, haben sie dir eingebrochen? Ich hoffe nicht. Die Terrassentür ist auf Kippen. Oh, Alter. Okay, aber jetzt bitte wenigstens die Mitte von oben schrauben. Das ist ja unleihend. Ah, das ist ein Bild für Götter. Wer hat die besten Augen? Die Augen wahrscheinlich schon die besten, aber das Problem nicht so richtig. gut zum Fotos machen. Hast du jetzt eigentlich gesagt, ein Bild für Götter oder von Götter? Warte, ich nehme das einmal auf da. Na! Nein! Gut. Ähm. 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 Um das gesagt zu haben. In den Editor gehen, äh, um Fotos zu machen. Ähm. Ähm. Not das smarteste Ideal. Ähm. Mach nicht. Ähm. Waiting for game shutting off. Ja. Ja, wir kriegen das mal irgendwie. Vielleicht dann wieder auf maximal Größe. Irgendwann noch. Hat Zeit. Es ist halt. Ja. Hätte man sich denken können, dass es nicht funktioniert, wa? Apropos Terrasentür. Geht deine wieder. Äh. Ähm. Definiere gehen. Aufgehen, ja. Zugehen. War schon mal besser. Äh. Was war dein schlimmster Einsatz im echten Leben? Boah. Ähm. Schlimmster Einsatz. Ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt sagen kann. Oder sagen will. Oder. Weiß nicht. Ähm. Ich hatte schon ein paar Einsätze. Die. Eher doof waren, sag ich jetzt mal. Ähm. Ich denke mal, einer der schlechtesten, blödesten waren meistens irgendwelche Verkehrsunfälle. Die dann eher schlecht ausgegangen sind. Aber. Ja. Es sind alles Sachen, mit denen man irgendwie. irgendwie. Um. Zu gehen. Weiß. Wenn man es nicht weiß, irgendwie umgehen muss damit. Ähm. Ja. So. Verkehrsunfall. Äh. Pkw gegen Traktor. Äh. Aus dem Pkw rausgeschleudert. Ähm. Das ist halt. Schon. Etwas. Wenn du dort hinkommst. Als erstes eintreffendes Fahrzeug. Wo du dir dann denkst. Äh. Wäre ich doch einfach nur auf der Dienststelle geblieben und wäre nicht ausgefahren. Äh. Was war denn erster Einsatz OOC? Ähm. Ähm. Mein erster Einsatz OOC müsste eigentlich eine Anforderung von einem Praktiker. Willkommen zurück. Glück. Hallo. Glaubst nie, was passiert ist. Wollt ein schönes Foto machen. Glück bitte. Hm. Hat sich gezeigt, wenn man beim schönen Foto machen panickt. Wollt. Passiert das. Verschluckt dann der Erdbombe und man wacht den Gnarn ja auf. Das G ist stumm. Also mein erster Einsatz war eine Einweisung. Mein zweiter oder dritter Einsatz war eine Reanimation. Wobei nicht reanimiert wurde. Tatsächlich. Also die waren nur tiefstbewusstlos. Die Reanimation war nicht vonnöten eigentlich. Beschwingte durch. Wir müssen aufhören immer weiter und zurück. Wir müssen gleich wiederholen und wiederholen. Den Helmchen, ich lasse ihn jetzt einfach auf, wird sowieso bald rüber geflogen, schätze ich mal. Einfach, weil es bei AX echt gut sein kann, eine Reanimation, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste es, ich schätze mal, dass es eine Reanimation war. Als ob du 700 verdienst, ja, bin ja Notarzt, eigentlich müsste ich mehr verdienen, weil ich bin Rettungsdienstleiter, leider gibt es den Rang nicht. Ich bin Meistermechaniker und verdiene 450, wie hoch ist denn das oben? Beim ÖMTC, ich bin da tatsächlich absolut nicht drin im ÖMTC-Game. Jetzt, das wollte ich vorher noch ausprobieren, Achtung, wird laut, ich muss mal ein kurzes gucken. Was ist das denn? Ah ja. Sehr gut. Funktioniert also. Büssi. Klausi hat die Alerts gefixt. Mhm. Stimmt es? Wenn man jemanden rettet, dass man ein gutes Gefühl, ich schätze mal, hat? Ähm. Ja. Da ist das auch mit dabei, natürlich. Wenn man jemandem helfen kann, wenn man jemanden retten kann, klar gibt es ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist eines der Sachen, warum man den Job macht. Oder warum man generell in einem sozialen Beruf arbeitet. Ich kann nicht sagen, für mein Geld mache ich auf keinen Fall den Beruf. Ich mache den Beruf, weil es etwas Interessantes ist. Weil ich jeden Tag vor eine Situation gestellt werden kann. Ich sage nicht, dass es so ist, aber jeden Tag vor eine Situation gestellt werden kann, die mich an meine Grenzen bringen könnte. Das ist irgendwie etwas, wo ich mir denke, das ist schon cool eigentlich. Oder? Wir machen das Rieger. Okay. Ich bin ja schon. Nein, ob du meinen willst. Ach so, ja, ist auch eine Möglichkeit. Wenn du mich ziehst, dann machen wir es so. Ja. Weil unterhalten im Christopherus ist im TeamSpeak vielleicht. Das auf jeden Fall, ja. Weiter. Ich ist gerade sehr laut bei mir. Hm. Primer River? Homeboy? Ja. Kadel. Der Kranke. Ist das gleich bei der Feuerwehr? Ja, das stimmt allerdings, ja. Also auch bei der Feuerwehr. Wie gesagt, das machst du nicht, weil du Geld dafür kriegst. Die meisten sind bei der Feuerwehr, zumindest in Österreich ist es so. Du bist einfach behindert. Uff! Herr Prem! Sie haben einen Zapf und Paddel geschenkt gekriegt. Oh, der Dankeschön. Ähm. Bei der Feuerwehr ist es halt meistens so, dass die meisten freiwillig sind und nicht hauptberuflich. Zumindest in Österreich ist das der Fall. Und... Ähm. Ja. Und... Ähm. Da... Wie soll ich sagen? Da... Da... Du... Du machst es halt einfach nicht für die Kohle. Du machst es halt einfach, äh... Um das gute Gefühl zu kriegen oder um jemandem zu helfen und da halt das, äh... Das Gefühl dafür zu kriegen, dass du jemandem geholfen hast. Es ist schon ein schönes Gefühl. Es ist schon ein gutes Gefühl. Kann das sein, dass ein bisschen luftig ist da hinten, weil die Tür offen ist? Oder ist das nur bei mir? Nein. Das ist einfach nur, damit unser... Wieso ist die Tür hinten offen? Die Dings... Die... 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 Den Kopf ausgelüftet bekommt. Ach so, okay, okay. Geh noch. Wieso war denn die Tür offen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab da absolut keine Ahnung. Ich hab's nicht offen gemacht, die Linke. Ich hab keine Ahnung, woran das... Also wirklich, also... Ke... Ke... Gar keine Ahnung. Das heißt ja, ich glaub, dass ich eine Pilotensuche... Ich hab geschrieben, dass ich einen Flugretter brauche, oder? Herr Kollege. Ich hab mir das durchgelesen und hab da eindeutig Pilot daraus erkannt. Aha, aha, aha. Flugretter Pilot schreibt sich auch gleich, ne? Äh, relativ ähnlich und ich hab halt im Pilot gewesen. Aber eigentlich bin ich sehr froh, dass du fliegst. Wieso? Das hat zwei Gründe. Erstens bin ich jetzt so mit meinem Arm dessen fertig geworden. Oh, schön. Und, ähm, das zweite ist, ich wäre das ganze, glaub ich, viel präpotenter angeflogen. So dass zwei Leute in den Hubschrauber kotzen hätten müssten. Ja. Mich eingeschlossen. Deswegen flieg ich... Sag ich auch, ich bin ganz glücklich, dass du geflogen bist. Wobei ich hätte mir das Essen schon auch noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß es ja nicht. Ja? Wartfertig. Ui! Ah, buongiorno. Ciao buono. Grüezi derin. Grüezi, grüezi, grüezi. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Wie Problem? Wir müssen hier, äh, Garage, Ju. Du weißt? Oh, die sind nix gut, diese... Ich glaube nix gesund für Helikopter und Auto. Ist nicht so. Oh, möglich. Aber welche Fahrzeuge brauchen noch? Äh, dann in den Leder momentan. Wenn... Oder da diese? Na, Moment, Moment. Ich glaube, wir brauchen... Dauch. Wir brauchen, wir brauchen... Taucherauto. Taucherauto? Taucherauto. Ja. Aber, jetzt ne ganz blöde Frage. Ja. Man könnte mal ne Erklärung machen. Da können wir nämlich Richtung fliegen und ihr könnt's dann ausparken und fahren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, da redest du bitte mit dem Regler. Regler! Ich glaube, er hat mich nicht gehört. Hast du jetzt ein Brumpschlein oder was? Ich... Hat's funktioniert? Siehst du, ich bin schon Anfang zum Schwitzen. Das ist ein ganzer Leber, den musst du anders rufen. Komm her, komm. Ja. Ich glaube... Ich glaube... Fliegt davon, oder? Sie sind mich... ...aus den Heli schon rausfliegen während dem Flug. Ja, passiert. Der Brunze fliegt. Ich bin nur Flugretter. Ist er im Funk? Natürlich nicht. Also nicht in meinem. Also eigentlich sind wir ja gar nicht Status 2. Ich bin eigentlich nicht einsatzbereit. Das ist korrekt. Wir könnten ja auch einfach mit... ...den Tauchern irgendeinen Unfall anfliegen. Ich meine... ...viele Hände, schnelles Ende. Geht das Null-Linien-Schreiben, viel schneller. Schreib mir mein Desiment. Mach das, Daniel. Wo ist er jetzt? Futsch! Wie? Bei Parkangen. Ansonsten treffen wir uns gleich uns. Klar, fahren wir, oder? Kommen. Wo willst du überhaupt Treffung machen? Unten bei der... Copacagana. Wasserpolizei. Nein, äh... Wasserpolizei. Passt, ja. Okay, ich glaube, ich muss sie wieder alleine holen. Dann bin ich gleich wieder da. Ja, bei der Wasserpolizei unten. Perfekt, ja. Das heißt, machst du doch dort unten dann die Einschulung auf die Landung und so weiter, oder? Ja, genau, da haben wir genug Platz. Mhm. Wir sehen einmal die... die... Flächen. Äh, die Landeflächen drinnen. Ja. Äh, was wir halt noch aufpassen müssen, oder was ich noch aufpassen muss, ist unten sind auch die Zapfsäulen, ne? Ja, voll, das stimmt, ja. Da muss man aufpassen. Für ein feuriges Finale! Ich glaube, ich werde von außen zuschauen. Ich glaube auch. Ich hab ne Lebensversicherung, mir ist wurscht. Die werden wir uns dann gleich... Das waren wir wieder klar. Ist die eh auf die Berufsrettung geschrieben, oder? Naja. Glaubst du? Naja, vorhin sonst, oder auf mich persönlich. Na, was? Ich hab mir die Millionen auf die Steine schreiben lassen. Einfach nur, weil's lustiger ist. Schmieröl! Warte mal, bist du... bist du mit der... bist du mit der Zahm, oder? Gah! Pfff! Schaut fast so aus, oder? Ich mein, ich frag für nen Freund. Ja, frag weiter! Ja. Aber andere Frage. Habe ich das richtig gehört, dass die Futschbaba ist? Äh, ich glaub, die befindet sich auf Zypern. Zypern! Schöne Insel. Soll warm dort sein. Vor allem, wenn man mein Aua-Jet dorthin fliegt. Mhm. Ah, das war Ryan, ja. Und ich glaub, da kommt... Ist das ein Riegler? Ist das ein Riegler? Ich werd's gleich von dir hören. Ihr wart ja nicht mehr! Oh, da kommt ein Riegler! Oah! Nöö Ö Ö, M8! Ach Nööööö... Wunderschön! Ist das ein Rieg? Du weißt! �� cass! Lass dir mal nur die Lightfoot schacken. Ich glaube, ich werde nicht mal auf der X. Wenn ich es Rettung nicht geben würde. Aber ihr nehmt es ja so selten mit? Und irgendwas in die Richtung müsste es geben. Geht nicht anders. Das ist halt so RP wichtig. Was? Ja, aber ich habe heute leider keine Zeit. Das geht sich absolut zeitlich nicht aus. Was heißt keine Zeit? Die Zeit muss man sich nehmen. Es ist eh Dienstzeit. Ja eh. Ja, irgendwas Überstunden abbauen. Wie ist das? Moment mal. Die dürfen Überstunden schreiben? Nein. Was ist dieses Wort Überstunden? Das Problem ist, du hast eine Rolle im Vertrag. Er wahrscheinlich nicht. Ah, immer wieder die Ärzte, die abgezockt werden. Ist ja klar. Prime, es tut mir leid. Wir haben einfach ins Klo gegriffen. Gut. Moment mal, du hast einen besseren Vertrag. Weil ihr werdet's mit Taucherfahrzeuge auspacken müssen und alles, oder? Ja. Eigentlich schon, aber sonst können wir das ein... Also das Prozedere einmal durchgehen da, oder? Gut. Das Prozedere... Grundsätzlich... Sollte es zu einem Tauchereinsatz kommen, einfach einen Dispatch an die Berufsrettung Wien schreiben, ob ein Christophorus 9 besetzt werden kann. Weil es ist nicht jeder von uns ein Pilot von dem schönen gelben Vogel. Ähm... Also, stimmt. Jetzt im Moment 2. Na, mir. Ähm... Da stehen. Dann... Starten wir den Christophorus 9. Fliegen hierher. Machen da eine Schleife und landen... Also, ich lande eigentlich immer da. Ich eigentlich immer oben. Entweder landen die Kollegen da oder oben. Das sind zwei Möglichkeiten. Da hätte ich gern einen Alarm. Okay. Ähm... Warte, da wirst du ja Spaß, Orgert. Ähm... Dann werden jetzt hier aufgenommen. Ich schätze mal, dass irgendein Fahrzeug bodengebunden Richtung dieser Einsatzörtlichkeit auch fahren wird, oder? Genau. Der Plan ist, dass halt dann ein Fahrzeug zum Boot fährt und damit zur Einsatzstelle. Genau. Und wir nehmen den Taucher oder die Taucher auf. Fliegen direkt zur Einsatzstelle hin. Und dann werden die Taucher aus dem Hubschrauber quasi ins Wasser entlassen. Christophorus bleibt bei euch aber in der Nähe. Also, falls irgendwas sein sollte, könnten wir euch auch aufnehmen. Ihr müsst halt ein bisschen reinklettern in den Hubschrauber. Und ich muss ein bisschen vorsichtiger fliegen. Ähm... Ja, das ist eigentlich das Ganze im Groben und Ganzen. Das, was wir heute beüben, ist einfach, wie springt man richtig aus dem Hubschrauber raus. Weil da gibt es Sachen, die man falsch machen kann. Aber das erkläre ich dann nachher der Kollege da rechts in mir. Nämlich Sam Part. Ja, habe ich auch erst vor fünf Minuten erfahren, aber wir werden schon irgendwie rocken. Käpt'n der Käse, Mann. Nein, dann mache ich das und nachher machen wir dann noch, wie weise ich den Hubschrauber richtig ein, wenn er zu einem Einsatz alarmiert ist. Genau, weil das habe ich dann zehn Minuten davor erfahren und dann weiß ich auf jeden Fall, was ich zu sagen habe. Sag einmal... Bist du Flugretter oder Nasenbohrer? Ich bin sogar Ausbilder für einen Flugretter. Alter. Aber ein Stärke-Fall. Ist so richtig. Äh, muss leider gehen. Ja, keine... Also für die Leute, die mich kennen... Kommandant Dr. Sascha Brandy, der Kommandant der Berufsrettung. Das ist der Herr Dr. Zaric, das ist mein Rettungsdienstleiter. Und daneben, ganz rechts, steht der Herr Dr. Bram, einer meiner Notärzte. Grüße. Grüße. Moin. Also ich würde sagen, wir fliegen einmal runter Richtung, äh, wo haben wir gesagt, Wasserpolizei machen wir das, gell? Genau. Irgendein Gelände dort. Ja. Äh, und wir treffen uns dann unten. Genau. Gut. Perfekt. Dann, bis gleich meine Damen und Herren. Bis gleich. Bis gleich. Ich mag THF fahren, ich mag THF fahren. Ich fahr alle. Ich fahr mein Hofer. Ich will ans Fenster. Ich hoffe, dass die Lampen so halbwegs gut befestigt sind am Boden. Ja, ja, die sind rein betoniert. Ein bet... Sehr gut. Ein betoniert. Links frei. Rechts frei. Ich hab mich eingeschissen. So. Ja. Christoph Rosenau ist noch ein Startbereit. Bitte? Christoph Rosenau ist noch ein Startbereit. Ja. Cockpit frei. Also klangtechnisch jetzt da glaube ich auch schon mal was besseres geben. Wäre jetzt eigentlich auch lustig mit dem C9 rüber zu fliegen Richtung AKH und dort den Einsatz zu übernehmen, der behandelt werden muss. Der Typ. Oh, ist schon noch witzig finden. Bist du dich dann auch immer extrem geehrt, wenn du einen Prime Sub kriegst? Schon. Du auch, Alter. Das ist... Du kannst nur einmal im Monat vergeben. Mhm. Und nur an eine Person. Und nur an eine Person, ja. Aber ich fühl mich auch geehrt für jeden anderen Sub. Ich fühl mich für jeden Sub geehrt, aber diese Prime Subs, die sind einfach, weiß ich nicht, noch so... Und noch so ein bisschen so das... Ein Zuckerli. Ja. Boah. Butterlandung. Die Buttertaare. Mais. Desschen. Engine off. Mh. Haha, erster. Feuerwehrs Zweiter. I can't have the app trading. Move TV. Moin moin hi. Vielen lieben Dank nochmal für den Sub, der ist vorhin leider nicht durchgekommen. Vielen lieben Dank, danke, danke für den Re-Sub eigentlich schon. Im siebten, oder? Ne, doch, im siebten. Vielen lieben Dank. Wie lange besetzen wir den C9 heute? Bis zum bitteren Ende. Und noch fünf Minuten länger. Geil. Also ich habe heute Vollzeit. Hm, ich bin Teilzeit. Ja, ich werde bezahlt, ich bin aber Vollzeit. Da ist die All-In-Vertrag und so. 24. Stream. Äh, na, so weit werden wir jetzt auch nicht gehen. Doch, also ich muss jetzt ehrlich sagen, gell? Das ist eine Dankstelle, ich gehe bei mir da rüber und rauche eine. So, da bin ich außerhalb von Danger. Jetzt darf ich. 23 Stunden. Äh, genau. Äh, wir kommunizieren dann eh im T-Funk, äh, im T-Funk, äh, Klausi, oder? Hätte ich schon gesagt. Ja, wenn wir dann mit dem Rausspringen und sowas, weil ich kann im Hubschrauber sonst nicht, ja. Kenne ich. Vito? Also ja, bin voll dabei. Was macht unser Herr Doktor nämlich die ganze Zeit? Der bleibt dann hier unten stehen. Und ärgert die Restlichen. Ich werde die anderen ärgern, ja. Perfekt. Äh, gibts ihnen einfach nur Bescheid, dass sie, äh, nach uns eingetroffen sind, dass, das müsste eigentlich schon genügend ärgern. Ja, ich darf das. Einfach ein bisschen unter die Nase reiben. Ein bisschen sticheln, ja. Genau. Schau, sogar der ÖMTC kommt vorher an, der Vater einer vom ÖMTC. Der ist schneller. Ah ja, Brunzi, für dich, dass du es weißt, ich bin gerade dabei zu besorgen, das komplette Abfrageschema für das Telefonieren. Welches Abfrageschema? Also das ist gut. Ich habe aber, ich habe gute Kontakte zur Berufsrettung, Wien, weil ich bin ja der Kommandant und, ähm... Ach so, ja, na da. Na, ich habe es von einem anderen Bundesland, die Sache ist, es ist halt eins zu eins zu selber. Es ist überall das Gleiche. Eben, genau deshalb. Ja, okay. Es ist nicht überall das Gleiche. Ich kann aber sagen, aus meinem Bundesland und aus Wien ist es das Gleiche. Ja, das schon, aber ich sage mal, die anderen haben es gleich anders, die anderen Bundesländer. Glaube ich fast nicht. Ja, es ist ja grundsätzlich, es ist ja grundsätzlich... Also das Abfrageschema sollte eigentlich es selber sein, tatsächlich. Ja, aber grundsätzlich, Leute, wir haben ein Abfrageschema dann... Genau, wäre nämlich der Plan, wenn wir dann einen fixen, ähm, eine fixe Leitstelle haben. Also jemanden, der es ja machen möchte, der sich auch schon bei mir gemeldet hat, dann kann der telefonieren. Na, eh der. Ach so, er so, da, 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 der Platz steht da. Ja, 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 ja. Weil, ja, weil, wie gesagt, der ist eh... Wenn der dann fix drinnen sitzt, kann er auch telefonieren und dann kann er das schöner abfragen und abbilden. Gefährlich bei der Anstelle da. Stellt sich eh hinter die Boxen, zum Verstecken und Schämen. Es wird ein Doktor benötigt. Da wären drei. Fliegen wir schnell rüber. Nein. In die Einfahrt rein, stell mit einem Hubschrauber. Ja, da war die Hube, zu bei. Ihr braucht es länger, ihr könnt es ja nicht Luftlinie fahren. Er ist da. Gut. Ich schätze mal, es sind immer zwei Taucher im Normalfall, ne? Im Regelfall, oder? Ja. Ja, ich kann zwei Leute aufnehmen, also der Herr Dr. Brian bleibt herunten am Boden. In Herrn Zaratsch muss ich allerdings mitnehmen, weil... Er vertraut mir nicht, wenn ich da alleine unbeaufsichtiger unten am Boden bin. Genau, weil das ist immer so, mit kleinen Kindern, die unten lassen, ist es immer schlecht. Sehr obligiert. Ah ja. Und, ähm... Also die ersten zwei können sich von mir zum Zielen. Ich würde dann einfach da ein Stückchen rausfliegen. Würde ich quasi runterschmeißen. Fahrt irgendwer von euch mit dem Boot hinaus und sammelt die Leute dann wieder ein, oder? Können wir auch, ja. Ja, ich weiß ja nicht, weil... Ja, passt. Ja, wer es macht, sie ist die, wenn sie es ist. Ich bin eher ein wenig gekühlt. Ähm... Ich darf mal... Herr... Herr Kommandant? Ja, bitte. Der Aspan 1 hat nichts zum Hakeln. Wie? Der steht da drüben und schaut uns blöd zu. Wollt's nur gesagt haben. Oh. Ähm, welches Abfrageschema? Ne, äh... Was ist bei 1 für Christophorus 9? Ähm, gibt es ja für die ganzen Dings eigenes Abfrageschema. Das ist im Rettungsdienst viel, 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 viel... Ähm, ausgeprägter als bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr ist es halt, äh, wo brennt's, äh, wie viele... Das ist verstanden. Ja, also ist es halt viel, viel einfacher abgebildet. Bei der Rettung gibt's ja verschiedene, ähm... Ich sag jetzt mal Krankheitsbilder. Und, äh, auf die wird grob, äh... Soll ich mal mit den anderen zwei, oder die restlichen, die da sind, mal durchgehen, was man bei der Landung macht? Und die sollen gleich einweisen, wenn die wieder landet, oder? Können wir machen. Nein, das machen wir dann... Oder können wir auch machen eigentlich, ja? Ja, oder? Nein, können wir auch machen. Dann hätten wir das auch erledigt. Können wir auch machen. Gut, also die zweite, die ich mitnehme einmal, äh, nehme ich mit. Haha, Schmioli. Ähm, und die anderen werden von Herrn Dr. Prime-Zwecks, wie weiß ich, einen Christophorus oder einen Hubschrauber richtig ein, äh, dahingehend geschuldet. Äh, erklär ihnen das bitte auch, wie das mit dem Wind funktioniert, gell? Uns wird, äh, Rettung und Leitstelle von derselben, äh, Rettung und Feuerwehr von derselben Leitstelle, ja? Ja, genau. Ähm, disponiert. Ich orientiere mich an euch. Und das ist ein Anlass bei uns. Ja? Ah, je nachdem, wo weit sie fliehen. Nein, es geht immer darum, so wie ihr steht, ich fliege auf euch zu, der Wind sollte immer in euren Rücken blasen. Also mir entgegen quasi, wenn ich lande, aber das würde ich der Herr Dr. Prime dann alles erklären. Genau. Ja. Gut. Prost. Dann kann das Boot aussefahren und... Prost. Können wir anfangen. Er hat's bohren gefasst. Und jetzt noch eine Frage. Hat die Feuerwehr Warnwesten eigentlich jetzt abgesehen von... Weil es ist halt, wisst ihr, wenn der Hubschrauber halt fliegt und irgendwo landen muss und es ist finster, ist das ein bisschen konterproduktiv. Ja, auf uns, ja eh. Dann haben wir eh normales Poloshirt noch und die Warnwesten drüber. Perfekt, perfekt. Ja, dann passt. Ich muss mich für fünf Minuten kopfabschieden. Ich muss reiten. Ich muss gerade wer anders mitfliegen. Ja, dann können wir andere mitfliegen. Jo, dann fliege ich mit. Wacherflaschen nehmen wir dann auch bei euch mit auf, oder? Ja. Perfekt. Ich weiß, ähm... Also die können wir nicht mitnehmen, das ist kein Problem. In Österreich ist halt der Rettungs-Sins und die Feuerwehr komplett gestellend. Ich kann ja nur gerne zur Verfügung stellen. Haha, wir haben unseren eigenen. Aber alles gut, dankeschön. Es ist halt Land-zu-Land unterschiedlich. Flip-Flap, Flip-Flap. Ich wollte gerade sagen, ich finde halt die Geräusche echt toll. Flip-Flap, 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 Flip-Flap. Ich bin sehr gut, dass ich mit denen drüber überhaupt der Laufen bin. Grundsätzlich, meine Herren, das wollte ich gar nicht erklären. Wenn man aus einem Hubschrauber abspringt. Nicht wegspringen nach oben, sondern nach vorne. Also nach vorne wegspringen, nicht nach oben. Das Problem ist nämlich, wenn ihr nach oben springt, kann euch passieren, dass ihr den Rotor in euren Kopf presst. Und das ist ein bisschen ungesucht. Jeder mag seinen Kopf kürzer werden, was seine Gelegenheit. Ich sag's nur. Das heißt, wenn ihr... Abspringt, ja. Ich werde jetzt auch beim Starten gleich die Türe offen lassen. Wenn ihr abspringt, nicht nach oben, sondern auf die Kufen stellen. Ihr habt hier ja die Trittfläche, sag ich jetzt einmal. Ja, Bretter ist es ja keine Trittstange, was auch immer. Da drauf steigen und dann in die Richtung wegspringen. Ja. Mhm. Okay. Und am besten nicht... In Richtung Horizont schauen, oder? Genau, genau. Richtung Horizont wegspringen. Wichtig ist auch bitte, nicht mit viel Druck wegspringen. Ich frage jetzt nämlich, wenn ihr da drauf tritt, wackelt mein Hubschrauber. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, am besten leicht weg und dann einfach nach unten senkrecht, weil ihr jetzt ja auch senkrecht eintauchen. Mhm. Ähm, beim Abspringen... Ja, beim Abspringen braucht ihr irgendwie einen Satz oder ein Wort, wo ihr wisst, dass wir jetzt abspringen? Es wird euch der Flugretter sagen, wann ihr abspringen könnt. Ah, passt. Ich werde jetzt dem Flugretter kommunizieren, wann ich quasi bereit bin und den Hubschrauber stabilisiert habe. Direkt. Mhm. Ich werde euch dann wahrscheinlich sagen, links raus, rechts raus. Gefasst. Damit ihr Bescheid wisst, wo wer aussteigen kann, weil der Pilot muss sich halt auch dann gefasst machen, wo das Gewicht jetzt weggeht. Genau. Ähm, und dann könnt ihr eh abspringen, wenn es euch der Flugretter gesagt hat. Ich werde ihm fragen, ob die Höhe für euch in Ordnung ist. Mhm. Wenn ihr sagt, ja, okay, passt, dann gebt euch links raus, rechts raus, ja? Perfekt. Okay. Passt. Dann weiter nach vorne. Es wird laut für euch, für mich nicht, weil ich habe einen Helm auf. Mhm. Für den Rest bitte ein bisschen weg vom Hubschrauber, das ist ja nicht. Mikrofon activated. Ja. Kann sein, dass du auf der anderen Seite einsteigen musst. Ja. Links frei. Rechts frei. Wir sind frei rundherum. Kann sein, dass die Türen nicht offen bleiben. Mhm. Wenn es das... Halt's an. Bei mir ist es zu. Bei mir macht das nämlich lustigerweise zu. Ähm, ich würde es mal kurz probieren. Gut, ihr macht's. Warte mal kurz. Ich würde es mal machen. Gut, ihr macht die Türen einfach selber auf, wenn es aussteigt, ja? Passt. Passt. Perfekt. Was? Ach Gott. Äh, nix. Abgehustet. Schon wieder. Ah, den kenne ich schon. Oh, jetzt den kenne ich schon. Mikrofon activated. Mir fällt auf, dass mein Fahrzeug voller Müll ist. Wieso euch die Christophorus 9 in eine Wattstraße stellt? Nein, das nicht. Ich glaube, da geht es um die Feuerwehr. Oder war das jetzt gemein? Das ist gut, jetzt gesagt. Lustig, ich kann die Tür auch nicht aufmachen. Wurscht. Äh, sagst du, ob die Höhe so passt? Mhm. Passt die Höhe so für euch? Perfekt. Passt. Dann Abfahrt. Mikrofon activated. Okay, was wäre denn lieber? Links oder rechts? Mir wurscht. Von unserer Seite dann go. Passt, dann links raus. Es ist jetzt eh beide links. Doch, eins. Bist du wieder? Na gut, dann rechts raus. Ja, okay. Kettung vorher. Jawohl. Erster im Wasser. Erster im Wasser. Zweiter kann raus. Mikrofon muted. Zweiter Taucher kann raus. Beide Taucher im Wasser. Schaut halt schon gut aus. Ja, aber auch sowas gehört beübt, ne? Das muss man halt sagen. Nein, ich meine generell so C9, Stadt. Ja. Mir gefällt da irgendwie besser, wenn er irgendwo in einer engen Gasse ist, aber... An der Saible Trial. Bitte? Kannst du im Prime einmal fragen, ob grundsätzlich der C9 schon wieder einen Landeanflug machen kann? Oder über Funk? Na sicher. Wird der im 10er sein oder? Ja, der ist im 10er. Na passt. Mikrofon muted. Notarzt C9 für Flugreiter C9. Der Notarzt gehört. Ja, Flugreiter C9. Entschuldigung. Ist an und für sich eine Landung möglich? Vor Ort. Kommen. Ja, so korrekt Landung ist möglich. Der Kollege von der Feuerwehr weiß gern. Flugreiter verstanden, danke. Ist das mitgehört? Schauen wir mal wie das steht. Autos mitgehört. Passt. Perfekt. Weißt du, ist das Feuerwehrboot neu oder? Keine Ahnung. Okay. Ich habe es mit Feberwolle gewaschen. Wow, schön. Klingt kuschelig. So wie Lastwing. So wie Lastwing. Ich muss mir bitte sagen, wenn er die Hände runter nimmt, gell? Ja. Aber ich sehe das nicht. Und dabei hat er noch. Ich sage jetzt einmal von meiner Seite aus 2 Meter. Meter. Halber. Aufgesetzt. Alter, aufgesetzt. Und hat die Hände runter. Und hat die Hände runter. Jetzt sind die Türen offen, ne? Ja, sicher. Dass es durchzieht. Aus ist. Bzw. bist du der Pilot? Engine off. Das Zeichen ist immer einfach, dass ich aussteig. Das Zeichen ist immer einfach, dass ich aussteig. Genau. Mikrofon muted. Auch bei euch immer. Sollte er zu einem Einsatz mit einem Christophorus kommen, der Christophorus 9 ist immer im Funkkanal 10. Den könnt ihr auch hinein. Das ist der HSOs, der Hubschrauberkanal. Perfekt. Und da könnt ihr mit dem Hubschrauber kommunizieren, gell? Ja. Perfekt. Irgendwie hat er Löcher in den Füßen, der Herr. Ja. Der hat auch keine Pautschen an. Richtig. Gut. Wer möchte das Nix ist? Ja. Er sagt, er ist eh schnell genug, auch ohne Flossen. Gut. Wer sind die zwei, die gerade geflogen sind? Beziehungsweise rausgesprungen? Genau. Können wir alle einmal kurz weggehen, wenn der Dr. Brandy schon durchstartet? Kann ich dafür, wollt ich nicht. Sagen's alle. Brandy, keine Angst, passiert dem Besten. Naja. Rein theoretisch können die zwei Taucher schon einsteigen. Ihr müsst nicht unter dem laufenden Rotor rennen. Wäre vielleicht sogar sicherer. Beide am besten auf der rechten Seite. Von mir aus gesehen rechten Seite. Also auf der Beifahrer, Fahrer, die auch immer. Genau, die. Gut. Ihr habt es vorher nicht mitgekört, gell? Juhu. Gut. Auf der rechten Seite. Mikrofon aktiviert. Links frei. Rechts frei. Ja. War euch alles gut da hinten? Juhu. Ah, ist so. Oh, dann bitte mute dich, wenn du i-ziertest. Ah, ich hab's gerade gemerkt. Ah, perfekt. Mikrofon aktiviert. Somit, äh, Kabine frei, Cockpit frei. Wir können. Da muss man mich hochrozentrieren, wenn ich fliege, oder? Damit das noch ein bisschen was halbwegs nachher ausschaut auch, ne? Naja. Ich weiß, ich weiß. Was? Hast du ca. 10 Meter zum Boden? 5. 2. Kannst du fragen? Jawoll. Wie schaut das aus für euch? Traut sie euch das zu? Da rausspringen? Ich glaube, ja. Passt. Kann der erste raus. Passt. Ich bin sie zuerst, Regler. Doch, A1 kann raus. Cool. Wir sind schon knapp. Doch, A2 kann raus. Mikrofon aktiviert. Doch, A2 kann auch raus. Oi. Wir können. Beide im Wasser. Mir taugt das. Mhm. Haben wir sowieso viel zu selten. Deswegen haben wir überlegt, dass wir das halt wieder mal machen. Weil es halt, ich weiß noch, ich kann mich damals noch erinnern, mit Fuchsen und Lola, wie wir das gemacht haben. Und überlege einmal, wie lange das hier ist. Damals war halt Fuchsen und Lola noch dort. Also da. Wolltest du mal nach bei Prime? Na sicherlich. Ja. Genau, ein Flugretter kommt. Jetzt hier noch ein Flugretter. Ja, kreisen noch kurz. Wir weisen die G-Clip sein. Wir kreisen sie weisen. Verstanden. Mikrofon aktiviert. Mit diesem Hubschrauber. Mhm. Es würde zwar noch ein bisschen feinfühliger gehen, aber ist schon ganz geil. Ja. 10,9 Flugretter kommt. Mikrofon muted. 10,9 Flugretter. Wir sind gerade mit die Doppel. Ja, so mit. Dann haben wir einen Flugervolix. Ja. Nein. Ja. Ja, das ist hier. Ja. Ja. Das war, ich bin gerade mit der anderen Flugflückengen. Ich habe einen Flugflücken weggefallen. Ja. Ja. ja im stark abbremst egal also immer ein bisschen bisschen schwierig weil ich weiß aber eigentlich habe ich halbwegs im griff gehabt eigentlich muss das angeht ich habe nämlich jetzt kurz was umgestellt für für den c9 funk du hast noch circa ich sag mal zwei meter circa meter kannst du noch ein stück vor tatsächlich halber meter und du bist aufgesessen noch hände sind unten es geht nur grundsätzlich darum was die um die hände unten wenn er die hände fallen lässt dann ist es für mich gefahr muss ich durchstarten eigentlich nicht eigentlich wenn er eine hand hoch tut ja das geht aber nicht du sascha wie wollte es nie haben sollte zum beispiel da auch aufgenommen werden möchtest du dann die roter abstellen und dann einsteigen oder bei laufendem motor einsteigen sie können bei laufenden roter einsteigen wenn es schnell gehen muss es nicht schnell gehen muss da können wir kurz landen was besprechen und dann einsteigen ich glaube das ist irgend so situations abhängig genau nur dass man dann sozusagen auch ein zeichen ausmacht wann werden sich die leute haben wenn unangenehmes lautes motor turbine zwischen ist dann irgendwann mir ist es nur zweimal aufgefallen bleiben die leute hocken gleich von anfang an mit die hände die sollten am anfang stehen weil dann sehe ich es besser okay und dann erst wenn ich zum landen also wenn ich tiefer kommen dann in die hocke gehen wir könnten auch mal versuchen eine landung abzubrechen indem die hände von so auf so gehen können wir auch mal machen oder indem er die hände einfach fallen lässt das ist auch okay die hände fallen ist eigentlich das zeichen dafür dass er gelandet ist aber ich würde eher in die genau es muss ja nicht immer der anflug so erfolgen ich überfliege die situation eh einmal wenn er da steht fliege ich von da an wenn er hier steht von da drüben also spielzeug möchte noch mal jemand schwimmen gehen ja ein schwimmer haben noch passt daran aber du am asphalt schwimmen geht gar nicht mal so gut schlecht erwarte das haben wir gleich weil ich wollte gerade wechseln machst du 1 für den christophorus 9 ich kümmere mich mal einmal einsatzmäßige zufahrt zu unserer zu unserem standort bitte wir haben einmal eine exikotische person kommen und pulz von null doch schlecht ja kriegt er mal von mir einen zugang gleich mit einem drei wege haben einmal glukose einmal melo mehl schade ich hänge mal eine prophylaktische glukosegabe wenn er ein hypo hat haben wir ein problem dann zum glück sind da gleich drei notärzte ich glaube ich habe keinen notärzt mehr im dienst alle drei befinden sich hier wir haben es halt nicht ganz so gut aufteilt muss man auch dazugehen also muss man auch dazugehen also muss man sagen die sind jetzt nicht gerade an der einfahrt vorbeigefahren oder ja ich meine ich meine von hausern hat das ist klar nicht junger bursch ja weniger aber so jungen ist ja nicht mehr ein alter mann ist nur hafarbe intelligenz ist wieder frech der morgens war sicher mal nicht der aspar eins vorhin da drüben ist dass das immer eins jetzt da kämme ich gar nicht mehr aus weiß ich nicht sternenbilder mars steht zur venus in dreifacher linie sowas in die richtung halt du grundsätzlich glukose hängt stehen erwarte ich habe dann oder stehen erwarte ich bin oder ist ja ja und ich bin verwirrt ist massiv eingeschädelt nachdem er irgendwie schwarz vor augen worden ist ja ja da kannst glaube ich dieses komische kipp verwenden also das ist ein auferstehen kitt ja 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 das das glaubt das ist ich glaube ein bisschen einfach nur ein bisschen brust reiben der sollte dann eh wieder wach werden ja das ist ja es hängen ja schon alle es hängen ja schon alle infusionen nicht bitte nicht zu viel brust reiben sonst also nicht mit deiner brust an der brust reiben sondern schon mit der hand aber ansonsten wird es schon mit der brust reiben wäre doch auch schön der brust reiben auf der brust reiben der herr der herr baby oh dieser apfelkuchen können uns gerne wir können uns gerne umdrehen dann umdrehen und das ist das werden wir den zeitaufwand nicht wert reiben ein bisschen fester zur not reiben ich besorgt nur ein bisschen sand dann reibt es noch ein bisschen mehr zur not wollen wir gleich den hammer schmörge passt die bier schmiergelpapier grüße gott und guten tag guten morgen ausgeschlafen brennts auf der brust ja ziemlich sinds froh wir haben schon überlegt zwischen brust reiben und nippeltwist ich hab kein nippeltwister nicht so gesund sein passt dann machen wir das nächste mal einen nippeltwist ist schon notiert das mach ich aber nicht das mach ich aber nicht ist kein problem das mach ich ich stehe nicht auf sowas wie gesagt kein problem dann machs ich warum traue ich euch genau das weil ich jetzt schon lang genug in der stadt bin dass man weiß dass ich nicht scherze wenn es um sowas geht ich glaube ich glaube wir brauchen ich will ich würde mal sagen war sieh dich mal dann ist der nippeltwist besser dann sind sich die harter die mitgerissen werden vielleicht ist genau das das die führst du im hlf mit zagermal schiebst du dich nicht damit passt er besser in die brandschutzhose rein er flutscht quasi richtig die legt sie dann beim bohren dass er schon einen da hat können wir den herren branddirektor riedler vielleicht von dieser gefahrenstelle hier etwas wie soll ich das sagen entfernen ja ja ich wusste dass mir die frau aus dem frauenkalender bekannt vorkam bei uns fiel gerne mal holen wir einen termin bei dir aus das passiert öfter in letzter zeit oje dann war ein termin mit dr prime aus gefahren sei ordig jaja stimmt mit dem wollte ich auch noch einen termin haben er wäre jetzt da in dem michalender hat er bestimmt in der c9 hose drinstecken den habe ich leider nicht mit den habe ich in der c9 hier hast anfängerfehler ja also ich könnte meinen haben das ist ja das steht aber was da steht was raus aus dem linken arm naja aus dem linken arm das ist die ketanese spritze naja ach da ist ein notizblock ich habe ihn gefunden ah den ok ja warten sie schon sehr aber dann könnt ihr eigentlich der mine da drüben eintragen dann gehen die zwei die was tauchen wollen ja ich mache weiter mit dem ich mache weiter mit dem einleisen super duper auch andere richtungen hören wir gut wer hat noch nicht eingewiesen nur floh frage ja ich wollte trocken gehen nicht hier draußen ich wollte auch trocken gehen ich wollte auch trocken gehen aber beim wegfliegen weißt du was ich da hab ich dann auch gemerkt pass einmal auf das ist mein Platz ich merke es nicht in dieser stadt auf der seite sonst überall ja aber nicht in dieser stadt ihr könnt aber schon Platz nehmen wenn es ein bisschen weiter nach hinten geht es geht es eigentlich auch ohne dass irgendwer drin sitzt das heißt der geht dann meistens nach hinten weg das heißt sollte im stadt die haben lauter müll hier drin liegen ja was ist denn das ja der feierweiler pfff ja jetzt wird es persönlich also wirklich bing das ähm das ist sozusagen nach vorne noch gewesen das ist ein 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 links frei hast du eigentlich dein Handy weggemacht WTF 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 Actually Nach witzig hat f hier über bitte genau dorthin, wo da die Löcher sind, dann seht ihr es nämlich am allerbesten. So, alle mal weg jetzt da und dann machen wir das noch einmal bitte. Ich möchte das gerne mal sehen, wie das geht. Okay, bitte, dass die sich rein, einer muss vorne rein sitzen. Na, warte noch, warte, die Polizei, wenn die jetzt hier gleich mal auftauchen darf. Vielleicht, vielleicht nicht. Dann schauen wir mal. Ich weiß es nicht, aber es riecht hier nach Schießpulver. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Oh, wir haben einen Einsatz. Nein. Alarm. Alarm. Achso, warte, ich muss ja einsteigen zuerst, warte. Das ist wirklich was für uns, Scheiße. Ich habe aber Angst, dass sie mich jetzt... Ja, es wird weit rechts sein. Doch, doch. Ja, gute Idee. Ich fange die Kugeln, kein Problem. Mit den Zähnen. Mit den Zähnen. Mit den Nippeln. Das klingt talentiert. Tatsächlich. Ich bin interessiert und es klingt talentiert. Das ist der Vorführeffekt. Das ist der Vorführeffekt. Ja, aber so, es ist vorhin auch. Vorhin auch gerne vorhin drin gesessen bleiben, oder? Nein, nein. Es ist hinten zwei gesessen. Es ist in diesem Sitz zwei gesessen. Steigen wir mal auf. Das ist gar nicht, dass der Kampfhelikopter ist. Ja. Oder der Kollege muss auf dem anderen Sitz sitzen. Ach so, ihr seid genau so gesessen. Steht nämlich für österreichische Armee, Militär und taktische Crew. Die Polizei hat ja nix angekriegt. Sehr interessant. Wollen wir weitermachen? Ja. Sehr gut, Bubale. Nee, wenn jetzt den Vorgang bleibt. Passt. Perfekt. Ja. Wir sind ringsum frei. Was war das? Seid ihr hinten bereit? Wir sind ready. Perfekt. Kabine und Cockpit sind bereit. Wir können abheben. Keine Ahnung, was das war. Ich glaube nicht, dass eine Waffe eingesteckt hat. Müssten wir halt dann schauen. Ja, das machen wir nicht. Aber ich schätze halt mal zumindest. Das ist kein Maschinengewehr, oder? Nein. Wir haben nicht das. Du hast so talentierend wirklich. Also ich kann alles, aber nix. War auf jeden Fall gerade sehr geil. Ja. Unerwartet vor allem. Ja. Gut. Also ich frage mich dann, ob die Höhe passt. Passt die Höhe? Na Spaß. Und dann, wer hat sich jetzt doch eins ausgemacht? Am vorderen oder hinten sitzen? Also. Der vorderer. Vorderer Sitz. Ist Taucher 1. Passt. Dann gebe ich Bescheid, Taucher 1 und Taucher 2, dass ihr rauskommt. Verstanden. Ich gebe aber immer den Namen dazu. Sprich, Taucher 1, du kannst raus. Und dann Taucher 2, du kannst raus. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Bootonastadt von Tauchern. Wir sind fertig für den Absprung. Soll ich mal fragen? Ja. Passt. Wird die Höhe für euch passen? Ja. Ja. Perfekt. Gut. Du gibst Kommando? Ja, geht schon. Passt. Daucher 1 kann raus. Da war irrsinnig knapp. Daucher 2 kann auch raus. Ich bin nur kurz mit den Kufen eingedacht. Ich habe eigentlich beim Absprung gemeint von ihm. Also mit dem Rauf. So bei den Wellen, das hat bei den ersten paar Malen sogar schlimmer ausgeschaut bei mir. Aber ich glaube, das ist nicht bei allen gleich. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. 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 Du gibst mir da Bescheid, wenn er die Hände fallen lässt. Sag einfach durchstarten. Ja, ich muss mal generell die Personen sehen. Ich habe sie schon gesehen. Wirklich? Ja. Okay. Wo? Wir stehen... Ähm... Also wenn ich... Warte mal. Ich würde jetzt dafür zufliegen. Also in die Richtung müsste ich landen. So. Ah ja. Sieh schon. Frage jetzt, sind wir schon bereit? In der Weile habe ich noch nichts gekriegt. Aber ich werde einmal landen. Ja, noch nichts gekriegt. Noch hat es für einen Flugretter gekommen? Noch hat es ja. Jetzt in einem Flugretter frage. Äh, sind wir schon landenbereit? Ja, das ist ja korrekt. Ja, hat es in einem verstanden? Im Landeanflug. Wir können. Perfekt. Ich muss nur sagen, wenn ich durchstatten muss. Ja, alles gut. Ca. 10 Meter. Ca. 5 Meter. Und hochziehen, 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 hochziehen. Abbruch. Na la. Moin. Hi. Alles gut. 10 Meter Flugretter verordentliche. 10 Meter Flugretter verordentliche. Und wieder Lucan. Na ja, der 2. Landeanflug. Ähm, dann geht's okay. 10 Meter Flugretter. Ich bin auf 12. Zehn, der von Herald 1. Zehn, der Flugratagard. Frage, werden Sie einsatzfähig für eine Reanimation auf der Autobahn? Ich tu dich einmal weiter einweisen. Wir sind auf 5. 2 Meter. Meter. Und wir sind unten. Ich würde einmal sagen, wir sind nicht einsatzfähig für eine Reanimation auf der Autobahn. Fehlen aber noch irgendwie die Landelichter, glaube ich. Negativ, wir sind nicht einsatzbereit für eine Reanimation auf der Autobahn. Hola. Ich auch. Hadadada, Radadada, Radadadada! Das hat nun zu ger zien, wir müssen mal den Kampfseinsatz fliegen. Sehr gut, so darf man sein. Bitte? Müsst ihr irgendwann mal einen Kampfseinsatz fliegen? Ich bin euer Mann. Ja, wir sind eure Umschaubakow. K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Hat jetzt noch irgendjemand nicht die Einrichtung? Hier. also ich habe ja ich habe es noch nicht selbst macht okay möchte noch jemand tauchen gehen ja genialer wobei das soll sie selber erzählen immer noch mal untertauchen aber sonst hat jeder von euch eingewiesen blöde frage die pforten hat jeder oben gehabt die pforten hat jeder oben gehabt sehr gut geht ihr beide tauchen dann frage ich den märtenbau ob ich noch mal eine runde oder möchten sie boot fahren Ja, aber wie ist das Wurscht? Genau. Der sagt hier wer da tauchen will. Bitte? Wo bleibt der Taucher? Weiß ich nicht, der tut noch Flaschendruck kontrollieren und Schwimmflügel aufblasen und solche Sachen. Ja, alles gut, alles gut. Du hast dazu gehört beim Einweißen oder noch? Ja. Perfekt, also du bist durchgangen, du musst nur selbst einweisen. Ja. Okay, perfekt. Genau, die liebe Neala hat's ganz schön erwischt. Entschuldigung, ist meiner. Ist das Kelly's oder sind das die anderen? Und wie sieht's sonst so aus? Also gehst du jetzt in die Schule oder nicht? Ein bisschen kranker Stand. Ja, steigt jetzt wer ein auch oder? Ich weiß nicht, die sind so schüchtern. Gelber Hubschrauber, ganz schlimm, ganz tragisch, ganz... Weiß nicht. Dann hängt es bei manchen Leuten im Knie. Ja, wir hätten eine laufende Renovation auf der Autobahn, deswegen... Oh, okay. Ja, ja. Rechts frei. Jetzt sind wir rechts frei. Feuer war links frei. Warst du da wegen der Lage, wo du führst? Was? Bei euch ist alles okay? Nein, das soll der Flugretter Ihnen euch erklären. Was denn? Wegen der Lage, wegen der Renovation. Wie meinst du wegen der Lage? Naja, Lage halt. Warum auf der Autobahn? Wir wollten wissen halt. Wir wollten halt wissen, wo es ist. Ach so. Ja, okay. Sag auf, wissen wir selber nicht. Weil wir wissen es ja auch nicht. Da hast du nicht unrecht. Da hast du nicht unrecht. Ähm, ja. Also wegen der Renovation wissen wir auch nicht so genau, weil wir sind nur angefragt worden, ob wir verfügbar sind. Ähm. Ja. Reanimation auf der Autobahn. Mehr wissen wir aber nicht. Okay, ja. Wie auch hier schon ein bisschen Sonnodlan hat. Ähm. Folgendes. Ich würde euch Bescheid geben, ähm, wann der Pilot Freigabe gibt, beziehungsweise von euch würde ich gerne wissen, wann ihr euch raustrauen würdet. Äh. Bevor ihr rausspringt, äh, gibt der Pilot über mich das Kommando, dass ihr raus könnt. Ich spreche euch an als, äh, Taucher 1 und Taucher 2. Bitte sagt mir Bescheid, äh, wer ist Taucher 1 und wer ist Taucher 2, also in welche Richtung schaut ihr. Macht euch das bitte einmal aus. Rede macht du 1? Ja, passt. Passt, das heißt, wer sitzt jetzt wie? Christa Frust 9 von Feuerwehr, komm. Äh, alle zwei rechts. Ja, aber in oder gegen die Fahrtrichtung? Ich bin in. Du bist in die Fahrtrichtung, gut. Passt, das war jetzt doch ein 1 oder 2? 2. Sehr gut. Wir wurden eingefunkt, glaube ich. Ja, hab ich mitgekriegt, ich bin halt leider gerade am Dings. Ja, passt. Von dir aus würd's gehen? Ja. Passt. Gut. Ähm, würdet ihr euch das trauen, da raus zu springen? Passt das für euch die Höhe? Äh, geht aber klar, ey. Na ja, mach da. So besser? Ja, das ist windig. Ja, egal. Also von mir aus. Okay, passt. Ist das mit dir aus? Können's? Ja. Was, Dacher 1 kann? Zweiter auch? Nein, noch nicht. Warten bis der erste weg ist. Jetzt. Dacher 2 kann raus. Jupp. Die Feuerwehr für den Christophorus 9. Wir wurden angefunkt, komm. Ja, so positiv. Landemöglichkeit bei der Polizeistelle. Landeplatz Nord. Komm. Wir überfliegen, ey. Der Christophorus 9 hat verstanden. Wir werden einen tiefen Überflug machen, um uns ein bisschen ein Bild über die Lage zu machen. Vor Ort, komm. So, verstanden. Ende. Ich sag da gleich, ich seh nur Shit, weil bei mir ist alles dunkel. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Landeplatz Nord, ausfindig gemacht. Ich glaub, das war da. Der oberste. Kannst du über Funk? Gehst du auf den Christophorus 9 Landeanflug? Der Christophorus 9 Landeanflug. So, noch beim Krankenstand. Allerdings brauchen wir nicht den Unterrichtshof, weil es sein kann, dass ich wieder zur Schule komme und genauen Tag Matoklausur ist. Nice! Da freut man sich. Das ist genau der Krankenstand, den man gerne hat. Aufpassen. Ja. Aufpassen unter der Antenne. Fast. Ich sag mal 10. Du beobachtest? Ich beobachte, ja. Landeabbruchpersonen im Gefahrenbereich. Ja, dann einmal Abbruch. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Aber die Hände immer noch oben. Wann wird das gefunkt? Keine Ahnung. Er hat auch immer noch die Pfoten oben. Ja, dann schauen halt. 109, Notarzt für den 109 Flugretter. 109 Flugretter als Information. Wir haben immer noch die Hände oben gesehen, obwohl es so ein Abbruch war. Bitte das nächste Mal Hände runter. Wir schauen visuell auf den Funk. Kommen. Ja, die Hände sind nämlich so wie ausgemacht nach oben gegangen. Sozusagen zum Landeabbruch. Eine Hand? Bei uns waren nämlich beide Hände oben gekommen. Die Hände waren nicht zur Seite, sondern sind nach oben gegangen, ja. Es gehört eine Hand nach oben. Über den B-Muskel. Ja. Hier der 109 Flugretter. Es gehört nur eine Hand nach oben für den Flugabbruch. Beide Hände wären Einweisung. Kommen. Das hat die 9 mit erneutem Landeanflug gemacht. Ich habe mal 10 Meter. 5 Meter. 2 Meter. Geh jetzt noch ein Stück vor. Noch ein Stück. Meter. Und sie sitzt auf. Brech mir bald die Finger. Flutschi. Flutschi. Du hast das Funkgerät kaputt gemacht. Du hast da schon wieder reingepröselt. Naja. Aber das ist wieder ein bisschen. Zu viel da drauf. Naja. Das ist, wenn man unten am Boden ist, weil man nicht mitfliegen darf, Donuts isst und dann mit den klebrigen Finger drauf schreift. Das stimmt. Das stimmt. Du hast komplett recht. Ja. Flugabbruch. Eine Hand nach oben. So ist für mich Einweisung. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt immer so eingewiesen. Ja. Grundsätzlich schon. Aber beide Hände oben sind einweisend. Eine Hand oben ist Abbruch. Drum. Drum war es jetzt für uns nicht ganz eindeutig. Wir müssen den Weg vor U-Pers. Was? Soll ich mit den THF mitfahren? Was heißt? Noch keinen Einsatz kriegt. Wo ist der vor U-Pers bitte? Direkt daneben der Renovation. Oder Rufschnurfen bei Dari. Bei der Rangbahn. Melden wir uns einmal frei im Rettungsdienstfunk. Dann gehe ich rüber. Also wahrscheinlich eh auf der Mottobahn. Passt. Ich frage ihn, ob er noch einen Neff braucht. Also einen Notort. Ein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche, wenn ich gleich erwolle. Schirmoment. Leitstelle für den 10-9. Wir wären ab jetzt abflugbereit. Wien, Brigitte, Nao. Kommen. Einmal 1 für den Christophorus 9. Einmal 1. Ja, hier der Christophorus 9. Sie haben uns vorhin angefragt. Da konnten wir nicht. Wir wären jetzt frei im Brigitte nach. Werden wir noch benötigt. Kommen. Ich höre nur ich die Musik da im Hubschrauber. Ähm, von mir nicht mehr. Der Kollege von der Polizei ist jetzt, ist Rosk. Welche Musik? Unterwegs ins Krankenhaus. Ähm, fragen Sie einmal beim FISU, beim Simmering FISU nach. Ich höre die Musik im Hubschrauber. Schau mal, schau mal. Oder schau mal, ob du ein Radio laufen hast. Wie kann ich das Radio ausmachen? Mit Q. Simmering FISU verlingerst du Fuß 9. Warte kurz, ich schau mal, ob ich den Radio ausschalten kann. Mit Q kannst du in den Rettungsautos oder genau all diesen Dings. Doch, ich schon. Also du schon? Okay. Ich könnte sie einmal nachalarmieren. Ist die Musik jetzt aus? Ah, jetzt ist es aus, ja. Perfekt, danke. Anfeuer vom Aspon 1 gäbe es irgendjemand, der Lust hätte mich um bei 82, 38 abzuholen. Ich danke mal den Korben noch mal nach, ne? Ich würde so näher landen. Ja. Wir wollten mal genutzt das Wasser. mind- Minuten. And so. Not. Leben bis zu uns. Was? Hast du denn gesetzt? W intenst du es denn, Ähmn? Wir können sich nicht selbst laten. Wir werden jetzt zu einer Synkope nachgefordert. Zu einer Synkope? Ja. Das heißt, du bist alles ansprechbar. Zu einer Synkope. Nein. Zu einer... Also Zitat vom... Zu einer auf dem Markt gegen Synkope. Zitat vom Zentrale Fiso. Bleib draußen, bleib. Patienten mit Synkope. Zentrale Fiso von Herrn Alstein. Zentrale Fiso. Wir wurden angehoben. Können Sie mich auch nochmal benötigen oder nicht? Wir aktuell so negativ 4 sind mit dem RTV-Vort. Danke. C9. Ja, so negativ. Der hat Kopfschmerzen, glaube ich, gerade oder so. Zentrale Fiso für den Christoph Rosenankommen. Kommen Sie. Ja, Christophorus 9. Können Sie mal nochmal eine Lagemeldung vom Patienten fortgeben? Er soll sich im Zehnerkanal schleichen. Wozu haben wir denn? Er hat eingetroffen. Ja, aber der Rettungsdienst ist nicht im Zehnerkanal. Das ist mir wurscht. Wenn Sie mit dem Hubschrauber kommunizieren, haben Sie in den Zehner zu kommen. Das ist bei dir wirklich so? Ja. Okay. In Wien nehme ich nicht so. Ja, da kommt auch ein Rettungskanal, der Hubschrauber. Ja, da ist er beim Notarztkanal. Christoph Rosenankommen hat verstanden, ist auf Zuflug. Ich tippe mal auf sechs bis sieben Minuten Eintreffzeit. Also, wenn ich den Hubschrauber gefunden will, bin ich im Rettungskanal? Ja, aber im Notarztkanal. Okay, einen Notarztkanal gibt es halt bei uns nicht. Ja, den Hafen. Und auch die Wiener haben keinen Notarztkanal an sich. Also, es ist alles im Rettungsdienstkanal. Und wenn der Hubschrauber kommt, geht er in den Rettungsdienstkanal. Ja, dann gehst du halt in den Rettungsdienstkanal. Ich bleib im Zehner. Genau, am besten beide, dass ihr beide im Zehner bleibt. Weil der Notarzt tut sich dann da oben ein Funken leichter als du beim Fliegen. Wenn wir uns die Wiese schmackhaft machen, ne? Rechts auf der Abfahrt stehens. Wenn wir uns die Wiese schmackhaft machen. Zehnein. Ja, der Patienten Zustandsänderung wieder erwacht aus der Synkope. Wird aktuell von der Feuerwehr befreit. Wieder erwacht aus der Synkope. Zehnein hat verstanden. Wieder erwacht aus der Synkope. Wir werden den Landeanflug auf der Wiese vorne übernehmen. Werden wir da reingewiesen? Sind wir das gerade richtig? Komm an. Oh, moin, moin und Mädel, Grenario. Ist doch toll, wenn wir da irgendwie fünf Leute probieren zum Einweisen. Toll einer machen, oder? Da sollen sich keine fünf Leute hinstellen, weil sie kriegen einen Rappel. Ne, ich glaube, ich probiere jetzt der Vieh so einzuweisen. Ich glaube, so wie ich das gesehen habe. Ah, danke, danke für den Follow. Was hast du so gemeint, Flo? Landung Richtung Norden, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Hallo, Kati. Ich bin mal beim Piloten. Jo, Moritz. Bis später. Komm rein. Informativ-Leitstelle in dem. Zehn Meter. Fünf Meter. Drei Meter. Zwei Meter kannst du noch ein Stück fahren. Meter. Touchdown. Zinua gehört. Inschutzkopf. Spargel mitgehört. Wiederholen, komm. Informativ-Leitstelle im Dienst. Er hat da Zinua mitgehört. Danke, komm. Leitstelle Ende. Was, nimmst du Rucksack und auch Polarium jetzt bitte? Nehme ich da mit, ja. Ja, dann nehm ich den KK. Hallo, wir sind jetzt gepasst. Das ist gut. Moin. Moin. Grüße, alle. Grüße. Grüße. Hallo. Moin, hi. Und er klagt über, darüber, dass er schwer Luft bekomme. Darum hat er jetzt Sauerstoff von uns gekriegt. Aktuell, ja, wie gesagt. Okay. Wieder Syncropik. Hat er, ähm, ein Stiffneck schon oben, oder? Ja, hat er. Ja, hat er schon oben, okay. Alles klar. So, grüß Gott, Dr. Primor, dann behandle Notarzt. Er ist wieder syncopiert, ich habe ihn gerade im Essbach. Okay, das heißt, er kann uns momentan nicht hören. Alles klar. Gut, dann würde ich die Feuerwehr bitten, dass wir schon nochmal rauskommen. Stimmt, das ist ja okay, ja. Ja, wir haben auch, ne? Blo, wenn's was baukst, gibts Bescheid. Ich gebe Bescheid, äh, wir können schon mal eine Infusion herrichten. Ja, passt, richtig. Irgendwas Besonderes, wie wir rauszuhören sollten? Schonend, bitte. Schonend, wie möglich, und so schnell wie möglich. Immer der Klassiker. Ah, perfekt, jawohl. Na, du hast Wünsche. Na, hallo? Holen wir gleich mal einen Spineboard rauszudauen? Spineboard, verstanden. Da ist mir jetzt nicht allein so von der Tragekland, oder? Na, sehe ich, ja. Für den Zugang auch gleich, ja, hab ich da auch gleich alles herkriegt, gell? Bitte, das wäre super, danke. Äh, hast du schon angeschaut, was du reinbringst? Weiß ich nicht, müssen wir mal schauen, der hat nichts gesagt. Ja, ist ja gut gebaut daher, der werden wir am Braunschau reinbringen. Ist es in Ordnung, wenn ich die Füße gerade ein bisschen bewege von der Rettungsanitärer Seite, oder? Ja, schauen, dass wir ihn halt so gut wie möglich rauskriegen. Ja, sieht gut aus, sinnvoll. Ähm, Klausi? Anwesend. Du bleibst auf dem C9, oder möchtest du auf dem Fiso wechseln, dann noch? Äh, vorerst würd ich mal bleiben, solange das dann angemeldet ist. Alles klar. Äh, wenn du wechseln willst, nachher sag einmal Bescheid, ja. Schrei, ich will mit einem kleines bisschen. Ja. Alles gut. Erkann von Heinz mit Ausrückgemeldung. Ja. Also, dann Atmung war die ganze Zeit vorhanden, wie sie da war. Positiv, ja. Okay. Alles klar. Draußen ist er. Dann bringen wir direkt über die Trage. Ich fass ihn mit ein. Hm? Wunderschön! Ich bin gesund! Sicher? Ich geh mal durch. Ich geh mal durch. Naja, halbwegs zumindest. Aber auch gar nicht. Der Herr von der Feuerwehr auch noch ein Stück, ich hab einen Patienten, kein Problem. Ich seh ich ja schon. Super. Okay, danke scheiße. So, da... Soll ich da zugehen, oder soll ich stechen? Was ist da? Äh, du kannst gleich einmal stechen, wenn du... Ich stech einmal, ja. Perfekt, ich schau mal zum Kopf. So. Soll ich mich schon putzen? Gut, dass vielleicht einmal jemand der EKG anhängt. Ah, ja. Soll ich mich aber von der Polen, ein paar Freitagskrieg, kann ich das mal Lufthalzer mal machen, bitte. Passt. Ähm, verdeckt ihr per Helicopter, oder wollen wir... Da schau mal jetzt einmal, jetzt werden wir uns das anschauen. Zugang hat er, äh, Elomel kriegt er. Elomel, bitte, ich kann's gleich anhängen, danke. Ja, ich krieg er. Ich komm bitte hin zur Wunderpiste, oder? Was ist das denn? Gut, ich werde mir einmal in die Augen leuchten. Gut, Augen sind soweit, ist so core. Licht reagibel. Schauen wir mal, dass wir den Kleiden, dass wir mal die... die, das, das Leiberl, oder was das ist, aufschneiden, und die Hose bitte auch ausziehen. Ich würde unten anfangen zum Schneiden. Ja. Oh, oh. Piept. Passt. Ja, also unabhängig. Okay, gut. Passt. Oh, ne Bulli fang ich auch gleich an. Hatten schon lange keinen mehr, deswegen. Äh, kann man mir mal kurz ein Wendel bewusst geben, die Sauerstoffmaske? Gut, ich bring einmal Spreuzer zurück. Sauerstoff, Rangel mit 15 Liter. Ah, Rangel, okay, perfekt. Okay. Magst du noch ein Wendel da runterschieben? Ja. Unter die Maske? Ja, dann schauen wir mal. Weiter mach ich da. Machst das du, oder? Sicher. Steht da grad so schön. Gut. Bart gespielt, ist drin. Perfekt ist drin, perfekt, danke. Gut. Was sättigen du da eigentlich eh gut? Mit 96. EKG klebt schon? Hast du schon? Sascha? Hm? Hast du schon an EKG gebiegt? Na, ich hab dir die Bilder da raufgelegt, wenn ich's... Achso. So, ich geh jetzt schon, hast du schon. Ja, na... Ey, ich fahr ja nur. Na, fahr mich halt an. Ja, mach ich eh. Ja, ich merk's eh. Ja? Die Liebe liegt in der Luft. Letzte davonierkenschein. Boah, man muss nicht in der Aßen. So, da. Warte, das pickt noch nicht ganz. Ah, ein bisschen schweißig ist er. Ein bisschen schweißig, okay. Ein bisschen schweißig ist er, ja. Habt ihr schon mal in die Popeln geschaut? Das hatten wir damals. Ja, hat er nochmals. Äh, waren normal und iso-core. Nicht reagibel. Okay. Fast mittelweit, ja. Pickt. Perfekt. Okay. Gehen wir kurz daher. Ich schau mal kurz. Abdomen. Ah ja, ich schau mal, ob hier irgendwas ausläuft oder so, gell. Marco, hau rein. Wünsch dir was? Ja, passt. Mein linker Oberbauch ist leicht verhärtet und dürfte auch ein Hämatom haben auf der linken Seite. Möchtest du mir mal vielleicht eine Ampulle Tranexamsäure aufziehen? Ja, die XA. Passt. Magst du es in der Kurzinfusion, oder? Ja, die XA war draus betropft. Ah, nein, da können wir langsam aus der Hämatom. Ja, 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 KK1. Ja, magst du es in der Kurzinfusion haben, oder sollst du aufziehen, dass du normal arbeitest? Ja, aus der Hand. Aus der Hand. Ja, passt. Mach ich dann. Ich schau inzwischen schon schön aus, okay? Das kannst du ja am besten. Ja, sind wir schon mal zum Sommer mal anfangen, oder? Die Fotos sind schon gemacht. Perfekt, passt. Danke dir. Sprechzall. Was, dann könntest du schon mal Batterie abgämen. Perfekt, danke. Lass die Ampulle noch zum Gegencheck. Dankeschön. Sind wir jetzt mal gerade rufen? Die standen gerade so da. Gut, wenn wir mal langsam. Die standen gerade so da so. Wir wissen, ach. Abbreichlichkeit. Gut. Becken war aber soweit stabil. Einmal weh, sie haben aber jetzt auch keine gesehen. Aufsichtlicher. Oder wenn es durch ist, kannst du vorher einen Batterie abgeben. Das Seigneur ist schon mal dahinten gesehen. Kann mir jemand noch mal einen Blutdruck machen? Wo ist das denn der? Ich drück da drauf. Ich starte schnell. So eine Fahrt, ich glaube, der kann mit dem Fähren, die das umschütteln. Dann warte ich steig aus. Achtung, Türe. Dann bleibt der Kühlsteig aus, vorsichtig. Wie bitte, Herr Brandy? Wenn man einen Closer zieht, sollte man nicht den Standard werfen, gell? Ja, aber seitdem der V-Log-Wand ist das gleichwertig geworden. Ist das normal bei euch? Je höher der Dienstgrad, desto dicker. Nein, ich bin Sport. War nicht Ihre Frau, Opa? Sie sind relativ laut. Pass jetzt genau auf, was sagst du, Sport? Ich frage nur, ich frage nur. Was geht jetzt genau auf, was ich frage nur? An die RTW-Wand schafft, wäre es möglich vielleicht der Deckel. Hättest du bitte einmal einen Namen für mich, von einem Verletzten? Danke, ist mir super, danke. Passt. Tranexamsäure ist drinnen. Ja, aber da hinten ist abgeklammt. Okay. Wie ist denn die Sättigung? Wollen wir dann? Sättigung ist, äh... Nein, warte, ich wollte schon mal ein Einzug. Werden wir für ein Glas? Ich habe kein Speed, aber ich hatte fast zu weit. Alles klar, Puls. Warte, schaue ich ans H? Ich habe kein... Äh, Puls ist um die 100. Äh, 1. Ja, das kann aber auch sein, dass es Schmerzen hat. Naja, das ist auf jeden Fall. Äh, richtet es mal bitte 0,08 Fenta her. Ja. Passt, machen wir. Fenta, das heißt wir transportieren? Ja, wir werden transportieren. Oder bist du bodengebunden? Ist da was? Äh, ich überlege es mir noch, wenn der Patientenzusatz so bleibt, dann werden wir mit dem C9 transportieren ansonsten, wenn es nicht verschlechtert, dann werden wir... äh, bodengebunden. Äh, Fenta. Okay, perfekt. Danke. Komm, Hulle passt auch. Du musst dich schauen, Moment. Na, Halleluja, was ist dumm denn los? Wo? Steht das geplant? Noch, wie meint ihr das Schutze? Praktiker, Leitner von Jöcker-Fendt. Fegler ist wieder. Na. Leitner. Ey. Nehme ich nur das Schmerzfluss? Du musst den zustecken und fang dich weiter. Fegler. 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 Na, oag. Na, ich gib's da. Warte, ich bemerk'n. Jetzt haben wir schon, hier hat man schon einen Stuhl. Kannst du das aus der Hosenasche rausnehmen? Ja. Meine, meine, meine Hosenasche nehmen wir mit dem Stuhl. Da ist auch drinnen. Was schaut drinnen aus? Ja. Nur das wäre... Juck. Ah, Entschuldigung. Aber ich wollte es kurz zu kaufen. Jetzt höre ich nicht mit. Ja, ja. Schauen wir noch mal, wenn wir noch mal ein bisschen zwicken. Vor allem ist es wahrscheinlich auch nicht. Soll ich zwicken? Ist meine Spezialität. Ja, bitte. Ja, kriegt einen Brustreiber. Wissen wir? Das ist der Samen. Oder sonst was. Ehm, neben Namen hat er... Pass vielleicht. Allergieausweis, Medikament, Popas, Wasser immer. Flugverdünnen immer, ob er irgendwas nimmt. Nischt, also ich hab mal geguckt, äh... Nischt irgendwie ersichtlich. Aber die Kleidung hab ich jetzt nicht durchgeguckt. Schlaganfall. Ja, dann solltest du die Polizei bitte machen. Ja, sag ich mal Bescheid. Irgendwelche Daten, ob wir haben. Könnt ihr mal bitte gucken, ob ihr einen Ausweis... Das wär das ohne Zahl, gell? Nein, ich hab ihn ein Nippelt getwistet. Äh, Aspirant. Achso. Aber er wollte nicht. Also, auch ein Nippeltwist hat da nicht wirklich was... verändert. Die Herrschaften, ich würd kurz bitten, ein bisschen beiseite zu treten. Ich schau mal, ob ich einen Ausweis... Schau, ob du einen Ausweis in seiner Unterhose findest, oder was? Wer's braucht. Schafft das. Er ist Magier. Schau, ganz ehrlich. Naja, der Kollege greift grad in die Unterhose und schaut, dass er einen Ausweis da rauszieht. Nein, 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 ich will's gar nicht hin, ich will's gar nicht hin, entweder schon. Sind Sie das nicht eh gewöhnt, Herr Kommandant? Das Polizisten... Ja, na, Frank, na, na. Ich möchte Ihnen jetzt nicht sagen, wo ich alles gewohnt bin, gell? Ja, ich kann's mal vorstellen. Ich muss ganz, 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 ganz viele Dämme kratzen, wir zur Zeit. Chris Black, okay, alles klar. Chris, nicht Fries. Chris Black, geboren am 01.02.1999. Blutgruppe, Null Negativ, Allergien vor Erkrankungen nicht bekannt. Okay, alles klar. Passt, perfekt. Wir werden mit dem Hubschrauber transportieren. Jawohl, passt. Ähm, macht ihr euch selbst die Voranmeldung oder soll ich kurz anrufen beim AK? Bitte gerne. Wir machen uns gleich selbst die Voranmeldung. Wunderbar. Wunderbar. Alles klar. Ich würd sagen, ich übernehme es einladen. Äh, kannst du dich dann derweil einmal anrufen. Okay, dann ruf ich an. Äh, Sascha? Mit der Trage bitte zum Rubi, gell? Ja. Nur, dass du weißt. Ja, klar. Passt, dann kannst du dich auch schon mal fertig machen und dann sind wir ab hier dann, wenn der Patient gleich wieder weg ist, frei funkt. Passt, ja. Äh, ja, das geht nicht mehr. Was? Äh, was hat 10 hier für ein RTW? Fiesing 1. Passt. Äh, und 10 gerade Fiesing 1. Hälfte, Stelle C2. Äh, C9, Command. C2. Ja, ich bin's halt gewohnt, was du jetzt machen. Kannst du bitte gleich fahren lassen, dass eine Trage oben bereitgestellt wird? Ja, passt. Ich werde schon. Ähm, ich bin noch in ca. 10 Minuten am Patienten, männlich. Lärtsch, vielleicht hört sie? Ja, Christopherus 9, als Information. Ähm, Christopherus 9 transportiert den Patienten. Somit sind der RTW sowie der zentrale Fieso wieder frei vom Beruf und soart weg. Das ist nur, dass ich es richtig weiß. Äh, ich muss ihn in meine Patschehähnchen tragen, oder? Nein. Nein? Ja, ihr... Äh, äh, äh... Boah, 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 das sollte man nicht machen. Leitsteller für ein RKK-Hands, kommen. Nimm die Trage weg, bitte. Ich nehm, so gut es geht, die Trage weg. Dass ich das mal besagen kann, ich wurde fast vom C9 ausschlagen. Naja. Die Trage rechts neben den Hubschrauber hinstellen. Ist das rechts? Ja. Den Patienten abladen und der Trage auf unsere Trage legen und dann hineinsetzen in den Hubschrauber. Alter, was wird der jetzt? Ich kriege ihn nicht runter, das soll einer vom RTW machen, bitte. Ja, das muss... Das muss der... Richtige... Ja, ja, das ist ich... Wer der Eigentümer ist. Ich sag's ich. Das ist halt... Ich glaub, deine Scheiben vorne sind ein bisschen... Bei mir sind die Scheiben super. Hast du angesprochen? Bei mir sind sie raus. Ich putz mal kurz einmal hier mit dem Lappen. Ja, putz mal mit dem Lappen drüber. Jetzt wird der Patient genommen und er geht in den Hubschrauber und setzt sich rein. Ich hab ihn. Und wird auf den Stretcher gesetzt. Und er wird hineingelegt quasi. Ja. Er soll ja den F-Muskel drücken. Ja. Bin hier schon. Super. Gut. Passt. Angemeldet Zimmer. Passt. Guten Flug euch. Dankeschön. Moment. Ihr kommt hier sicher selber wieder raus, ne? Leitschritte. Aber ja. Passt. Das war fast in Grundbuschen. Genau, nein, saß zur Dienst. Guten Abend. Weil wir's können. Verstanden. Ja, Move TV. Bei mir fliegt halt der Zweier. Und der Neuner. Beide. Das ist halt das Problem. Links frei. Rechts frei. Flo bei dir alles ok? Bei mir alles ok. Angemeldet Zimmer. Wir können fliegen. Kabine frei, Cockpit frei. Wir können. Wir können. Es ist halt schon cool. Es ist halt schon cool. Es ist halt schon cool. Pass für euch zur Info, Leitstelle weiß Bescheid und schickt jemanden rauf mit einer Trage vom AKH. Ja, passt. Leitstelle von der AKK1. Leitstelle zu Neulandernflug. Frage Standort. Kannst du dir Bescheid geben. Du hast wirklich einen Anruf oder Bescheid gegeben? Christopheres Neuen Lande an Flug AKH. So sehe ich meine Markierungen nicht mehr. Ich sehe dafür ganz andere Sachen, die ich nicht sehen sollte. Ich habe da Bäume mitten im Gebäude. Ich sehe gar nicht so gut, dass ich da alles sehe. AKK1 ist ein schöner 5-Name, aber AKK5 ist schöner. So einer, also. Ingenstopp. Was machst du uns hinten dann gleich auf die Tür, damit wir ausladen können? Rechts. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Ich probiere mal ganz, ganz fest dran zu ziehen. Sehr gut, es hat fast funktioniert. Magst du kommen? Sollen wir gleich aus der Trage herkommen? Ich mache gerne mal einen kurzen Bauernäpp, gell? Ja, gute Nacht. Ich werde dasselbe dann machen. Hallo. Hallo. Gut, zack. Perfekt, einmal sind wir oben. Passt. Passt, dann bringen wir hinunter. Ja, wir beiden würden Bauernäppeln. Zur Not komme ich dann runter und helfe da, wenn du was brauchst. Das ist halt leider so ein bisschen ein kleines AX-Problem. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass manchmal einfach die ganzen, wie soll ich sagen, ganzen Ressourcen nicht richtig geladen werden. Das ist halt kacke, aber... Moin, mein Name ist... Vielen lieben Dank für den Follow. Schon eine Zeit her, aber ich dachte mir, ich sag's auch mal. Ich sollte den Ding hier leiser drehen, weil sonst wird's gleich schön. Ich freue mich, wieder mal so ein bisschen mit dem Hubschrauber unterwegs zu sein. Das ist schon cool. Pilot wäre noch mal ein Stück cooler. Ach, zur Schande. Das ist... Toxic Snipes spielt auch mit einer ganz tollen Qualität. Meine Güte, also da hätte ich starke Probleme. Guck mal, dass ich euch zeig, was ich mein. Wobei... Ich bin schon da. Status 8 mit welcher Saritschke? Ja, ich bin gerade erst gekommen und dann bin ich noch in die Stadt, in der Stadt aufgewacht und... SD, Terminkollisionen. Ja... Ist es schon genau der Lutz? Ja... Wann würden Sie oben wieder eintreffen, am Hedi-Bett kommen? Ja, verstanden. Gibst du der Leitstelle Bescheid, dass wir grundsätzlich wieder einsatzperret sind? Hm. Leitsche, der Christophorus 9. Leitsche, der hört sich. Leitsche, der Christophorus 9, wir wären wieder EB, Frage gibt's im Folgeeinsatz, kommen. Aktuell negativ. Hat C9 verstanden und rückt wieder ein. Passt, haben wir unten übergeben. Ihr verstanden, hast dich unten übergeben, wir fliegen wieder. Ich hab mich übergeben, genau. Wer macht eine Leitstelle? Äh, Wagner, glaub ich. Oh, ok. Äh, links frei. Rechts frei. Leitsche, der muss einen kurzen Baunert einlegen. Legasthenie. Sollten in der Zeit irgendwelche Einsätze reinkommen, bitte Selbstdisziplinierung. Lass mich nochmal kurz vorne einsteigen, ich hab's mir jetzt mal überlegt. Ich wange eigentlich doch wieder vorne. Vorne ist eigentlich schon schöner. Hat man mehr Aussicht, ist schon ganz cool. Wird die Garage, also das Hangar vom C9 eigentlich verlegt, oder? Sollte verlegt werden, ja. Sollte verlegt werden, alles klar. Sehr schön. Und Engine Stop. Perfekt. Ja, jetzt fehlt nur mehr Aufenthaltsraum. Also, ich geh runter. Na, ich geh jetzt runter zum EMTC und benutzen mich dort rein, weil der sollte ja den gehören wär ja, ne? Na, eigentlich nur du. Ja, ja. Du bist jetzt auch hinten oben offenbar. Ja, aber nicht im Dienstvertrag. Sehr stimmt. Seitstelle wieder im Dienst. Auch hübsch. Da drüben? Super. Na, ich mein das Auto, das da steht. Achso, das Auto. Das ist hübscher. Hallo. 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 Was? Was ist? Nix ist. Die hat keiner gefragt. Was ist mit dir witziger? Du musst jetzt oder später eine aufgelegt haben, hm? Ich sperr mich da rein und komm, da kannst du mir gleich gar keine geben. Ah. Prime, setz dich hin. Wir holen uns Popcorn. Ist lustig. Ich hab gehört, wir haben eh einen Generalschlüssel, oder? Für unsere Station. Könnt's die Tür offen lassen? Ja, wir schauen dazu. Wir würden das schon gerne, also... Meiner nur. Ja, ich hätte gerne einen Einsatz, ne? Gott sei Dank. Wie du ein gesagt hast, war ich mir nicht sicher, ob Love danach kommt. Warte, mir ist ein bisschen warm. Was ist mit dir, oder? Weißt du, ich brauche voll. Könnt sich jemand wehtun, servo net. Schreib ne Werbung. Moment. Sehr geehrte Mitbürger. Wäre es möglich, dass sich irgendwer brutalst auf die Fresse legt, damit wir mit dem Hubschrauber hinfliegen können? Wir könnten ja einen Heimtransport mit dem Hubschrauber machen. Intensive Überstellung. Ne, dann, äh... Meinst, meinst du deine intensive Überstellung nach einer Oberschenkelfraktur? Oberschenkelhalsfraktur. Oh mein Gott. Ja. Soll es auch schon geben, Harald, ja? Also... Hab ich gehört, hab ich gehört. Hab ich auch gehört, ja. Schaut das aus, ist grad irgendwie unterwegs, oder? Gammeln alle. Gammeln, glaub ich. Gammeln, glaub ich. Der unten ist ja unterwegs. Ah nein, der fährt auch. So eine Schießerei wär's, hm? Ra-ta-ta-ta-ta... Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Schau? 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 Geht doch! Warte noch was sagen, ne? Man braucht sich ja noch aufregen. Jetzt bin ich gespannt, ob du auch disponierst oder nicht. Freust du dich jetzt oder? Schon. Auf was? Wir haben noch keinen Einsatz gekriegt. Was ist mit dir? Ja, aber ich freue mich halt. Endlich wieder mal Hubschrauber. Ist okay. Meine Güte. Meine Güte. Ich bin Agrochapur, Agrochapur. Wo hast du dieses? Ich weiß gar nicht. Habe ich nicht mehr einstecken. Wo? Wenn ich das sagen müsste, müsste ich dich umbringen. Okay, ich habe Angst. Offiziell. Sehr gut. Dieses Gefühl einfach immer weiter behalten. Der zentrale Physio dürfte schon beschickt worden sein, wenn ich das richtig sehe auf meiner Überwachungs-App. Das sehe ich auch so. Der RT wie auch. Der RT? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Der RT wie wie? R. r.t. Ja. Dr. Prime. Bitte, ja. Was sind Sie eigentlich für einen Facharzt? Naja, ich habe einmal meine Basis gemacht. Allgemeinmedizin sozusagen. Und danach war ich noch oft Anästhesie. Also Anästhesist, ne? Ja, genau. Danke. Naja, man darf ja die Allgemeinmedizin nicht vergessen. Ich bin zwar kein Facharzt, aber es ist genauso eine Ausbildung. Ja, aber es ist keine Fachrichtung. Noch nicht, aber es wird eine. Echt? Langsam wird es umgestellt. Ich glaube, 2025 bis 2030. Dann wird es auf einen Facharzt umgestellt. Schauen wir mal, ob sich dann was ändern wird. Was ist, tust du wieder spechteln? Immer. Du immer spechteln. Weißt du eigentlich meine Fachrichtung noch? Warst du nicht Gynäkologe? Sicher. Na, was warst du? Ne, Urologe. Urologe. Na, noch besser. Schaut's aus. Noch besser. Gibt es Proenterologe? Proptologe. Mein Studium war für neusch. Richtig schön. Mhm. Mhm. Ich hab das Gefühl, er schickt uns da nicht hin. Das heißt, wir müssen weiter bitten darum, dass sich irgendwelche Leute auf die Fresse haben. Abwarten. Ja, der Fiso wird schon sagen. Ich brauche euch nicht. Einfach abwarten. Er wird schon Hubschrauber brauchen. Muss aber. Seit der Folie haben wir. Ah ja. Das war jetzt einfach nur geschätzt. Das war heute nicht. Das ist einfach nur geschätzt gewesen. Schöner Funkspruch. Weiter so. Ja, hier zentrale Fiso mit Lagemeldung. Bei Eintreffen eine Person unter Fahrzeug. Sag mal, ist der jetzt ins Auto eingestellt, was geliehen gehört, oder? Laufende Reanimation. Wollen die jetzt sich selber mehr Arbeit, als sie brauchen, oder? Laufende CPR-Person unter Fahrzeug. Na schau, dann wird uns eh brauchen. Schätzermotiv. Ich hoffe zumindest, dass der Notarzt gebraucht wird. Man hört sich nicht im Funk. Und die Leitstelle hat... Wird abgeklärt. Hat nichts eingesteckt. Ja, das schon. Was? Naja, also er hat gefunkt, aber nicht gesprochen. Ah ja. Der hat das Hetz halt nicht eingesteckt. Beim Funkgerät. Ich setz mich mal da her. Also wenn sich du hinsetzt, dann wird es bestimmt was. Mit der Alarmierung. Wollte ich gerade Ausfahrt sagen. Und dann dachte ich, das kann ich nicht bringen. Mit der Ausfahrt, er hat einen Ausflug. Oh, smooth Ausflug. Möhm. Mein Makalis halt. Na, muss ich? Ja, na schau, was sage ich. Ich glaube, der hat... Du musst ja fragen, wie schaut es eigentlich mal mit neuen Pager-Tönen aus? Du hast ja neue Pager-Töne. Ich habe einen neuen Pager-Tönen. Ich schaue mir das dann an. Papa, könnte gleich ein bisschen laut werden. Ich sage es gleich. Helikopter? Ja, Jacken und Unterhosen festhalten. Helikopter, Helikopter. Zentrale Fieber mit Sprechwunsch. Ja, Zentrale Fieber mit weiterer Lage-Meldung. Zustandsänderung des Patienten. Patient wieder raus. Wir werden per RTW dann ins Krankenhaus verlegen. Ich glaube, das ist ein Storn für uns. Bestanden. Für noch nichts zu Ihnen, aber mehr soll ich denn abbestellen? Schauen wir mal. Wir haben einen raus schon wieder. Einen Moment bitte. Tja, das ist immer trotzdem eine Regel. Tja, eh. Deine Seite frei, meine Seite frei. Wir können. Prime, bei dir alles okay? Bei mir alles okay. Leitstelle von Zentrale Fieber. Cockpit frei. Leitstelle hört sich. Moritz, moin. Ja, positiv. T9 kann abgestellt werden. Die sind schneller wohnen gebunden. Schauen wir mal, ob uns... Ist das jetzt der Storno gewesen oder was? Yes. Der Christophus 9 hat den Storno mitgekriegt. Wir kehren wieder Richtung Station. Sehr ernüchternd. Na, was heißt? Verstanden. Wo will ich jetzt eigentlich landen, oder? Das ist eine gute Frage. Ja, das Reflex wird immer Richtung Krankenhaus fliegen, ne? Das ist das Gute. Ich habe keine Reflexe. Weiß ich eh. Wenn mir etwas runterfällt, fahre ich automatisch mit runter. 10. Kannst noch... Vor, vor. Ja, ja, fliegt dir vor. Keine Panik. Acht. Fünf. Drei. Ein Meter. Und... Wir... Haben... Aufgesessen. Deppert, oder? Der war Butter. Boah. Boah. Boah, nein. Der war Butter. So richtig zeitgleich abgenommen. Boah, Alter. Also da kannst du deine Butter kannst du einpacken. Weil das war Kräuterbutter war das. Hast du dir eigentlich die Rucksäcke angeschaut? Vorher. Bitte? Hast du dir die Rucksäcke angeschaut? Sicher. Immer. Immer. Oh, oh. Oh, oh. Was da weht dann? Mein Stuhlschädel hat das auch gehalten. Das meiste. Nein, ich habe gelogen. Die Leitstelle für die Christophorus 9. Kann man für euch noch was tun? Nein, nein, alles gut. Wir gehen dann wieder rauf. Okay, perfekt. Okay, danke. Leitstelle hat sie. So schlimm ist es auch wieder nicht. Doch. Ja, wennst du mich wieder... Nein. Gehst schön brav ins Krankenhaus. Aber, aber... Da gehört der Schädel-CD gemacht. Bei der Pirne. Geh bitte Schädel-CD. Nein, aber den Katz solltest du trotzdem da drüben anschauen lassen. Darf ich noch mal kurz was sagen? Bitte. Der war Butter. So, jetzt können wir gerne Schädel-CD. Aber wenn wir schon dabei sind, was für ein... Beatscheid war jetzt der mit einem super tollen Ton? Der, äh... Breite. Der graue. Der Standard DME 2. Genau. Interessant. Okay. Funkgerät habt ihr aber als... Das ist das normale Fahrzeug-Funkgerät, oder? Ja, genau. Das ist das normale Fahrzeug-Funkgerät, ja. Sicher. Okay, na passt. Sag einmal... Wie, dann braucht der mal einen Einsatz zu disponieren? Ich glaube, da brauchen wir Nachschonung. Ah, vielleicht ist er ein bisschen über vorne gerade. Mhm. Na, da kannst du ja auch mal neue Federn kaufen. Und einen neuen Unterboden. Und neue Dämpfer. Und neuen Unterboden und... neuen Auspuff. Aber rein theoretisch, also, abgesehen davon, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen verschwommen sehe, ich Kopfschmerzen habe. Ja. Ein bisschen an Zerreißungsschmerz. Mhm. Man speit über alles. Mhm. Sollten wir uns vielleicht ein bisschen hinzutzen, oder? Und ich, wenn ich in die Scheibe schaue, ein bisschen unterschiedliche Brüllengröße habe. Na, Spaß. Ähm, geht's mir eigentlich ganz gut. Jetzt wieder. Bleibt so, ich sitze. Der Steck ist ja selber. Magst einsteigen. Das Blau, ich könnte es auch abdrehen. Der einsatzmäßig ist drinnen gestanden. Ja, einsatzmäßig. Ich schreibe da dann jetzt rein. Nicht einsatzmäßig. Und ich bitte wieder her. Jo, Mama. Haben wir Köppler versucht? Na. Schafft. Na. Du hast die Warnbremse noch an. Das wäre gut. Das war nicht ausgewachsen. Was ist denn da für ein Auflauf? Kartoffel. Ja, schon die ganze Zeit so. Tja wirklich, wer fährt mit einem K7 daher? Ich weiß nicht. Habt ihr Leitstatt? Flugretter. Wir stehen und warten, also da müssen wir mitgehen. Bussi! Nein, ich glaube, das schaffe ich schon. Bitte. Hallo! Hallo! Grüße! Morgen! So, der Truller, nimmst du mal eine E-Card? Hallo? Ah, fuck mei! Morgen! FML! Hallo! Wiedersehen! Hallo! Mo, hast du Hilfe? Ich bräuchte vielleicht einmal ein Einhornpflaster. Komm mal mit, ja, kriegst du ein Einhornpflaster von mir. Schwester Klaus ist sicherlich da. Das will ich nicht hoffen. So! Äh... Let'schle, der von er hat er keins. Let'schle, hört sich. Er für sie zu ihm, wir bringen dann wir von dem Flugräter zurück zum Christophus 9. Verstanden. Was hättest du denn gern für ein Pflaster? Wir haben ein paar Patrol... Einhorn. Einhorn, okay. Einhorn, ja. Nur ein Einhornpflaster sind die Bahn. Okay. Ich sage, er hat aufgestückt, was die Pflaster angeht. Aufgestockt. Ich hoffe, also unter Einhorn geht auch mit gar nichts. Einhorn, natürlich haben wir Einhörner. Sehr gut. Mit Regenbogen sogar. Jetzt gefällt mir, dass gerade so viele Rettungswagen kommen. Ja, Action. Ja, jetzt... Jetzt kann ich mal hab ich mal ein bisschen Spaß vom Maldemieren. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, klar. So. Ich glaube, das pickt jetzt. Sehr schön. Jetzt mal passt auf, wenn die Leiter läuft. Schön. Wieder? Jetzt nicht so, wenn man passt auf, wenn die Leiter hoch und runter geht. Alles, gell? Ah, du. Hoch. Gar nicht so das Problem. Und wie mich da halt der Sonja jetzt aus dem Katerweg gefragt hat. Und hast du einen Köpfler probiert? Nein. Ja. Tschau. Ich muss weg, da wollen Leute was von mir, gell? Super. Gut. Baba. Gute Beißerung. Tschau. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und noch einen schönen Tag. Alles Gute. Alles Gute. Grüß dich. Grüß dich. Klaus, wie war dir das Blaulicht peinlich? Ich hab's ein bisschen unnötig gefunden, aber... Ach so. Er stand einsatzmäßig. Bitte bitte Leitstelle beschweren. Kack, Leitstelle. Hm. Wie schreist denn du so? Ich hab's gesagt, das ist beschwerend. Ich muss so laut sagen, dass du's hörn. Kannst du auch einen Funk machen? Ah. Die ist, glaube ich, nicht in der... Die steht bei uns drin. Na, die ist... Glaube ich nicht. Die hat mir gerade einen Pickerl pickt. Ah. Ein Öko-Bütesiegel-Pickerl. Nein, ein Hohrenpflaster. Nein, Hohren. Ja, bist du gelähmt? Wie viele Leute sind noch da im Dienst? Viele. Nögend. Bitteschön. Dankeschön. Aber bitte... Okay, wir warten noch, bevor es noch einen Köpferl gibt. Na, du... Alles gut. Ah. Seid ihr... ... im DC-Aufenthalt? Eremita-Gaming-Finds-In-Funk-Groß, ich bin im 10er. Das ist der interne Funk. Nix, Meta. Ja, steht eher sicher. Wo wäre ich denn sonst sein, ne? Natürlich bin ich im Aufenthalt, oben. Was weiß ich, vielleicht bist du Garten. Das war er wahrscheinlich schon. Eines nur für dich. Einpasses in Pflicht, genauso wie... Dr. Brandy. Oh, guten Tag, der Herr, bitte. Oh! Ist das ein schrecklicher Klingeltun! Mhm. Der Klingeltun ist schlimm vom Prommandanten. Nein, wir haben... Nein, nein, wir haben... Ich glaube, ich habe... Ich bin neu eingeschult, das wird passen. Ich habe... Ich habe es Teil und das Geld. Ah. Wollen wir mal kurz bitte festhalten, wie viele Leute im Dienst sind? Nein, nein, das kann sein, dass die auffüllt haben. Grundsätzlich immer den Bestand im Bucksack. Das ist in Ordnung. Ja, passt. Danke dir, ciao, ciao. Ich hole mal schnell die Jacke von hinten wieder. Mach. Schon ein bisschen Kühlwand. Ja, die CD hat gezeigt, ich habe einen ganz schönen Tickschädel. Wo man gerade auch kein CD dafür braucht. Ähm, abgesehen von dem Kratzer... ...auf der Stirn? Mhm. Welcher jetzt professionell mit einem Einhornpflaster... ...behandelt wurde. Nicht Telekitty? Nein, Einhorn. Beste, wo gibt. Mhm. Ja. Ähm... ...habe ich eigentlich an und für sich keine neurologischen, äh, auffällig, äh, auffällig... ...ketten. Ich glaube, da hat es wieder nicht geschätzt gearbeitet. Ich glaube auch nicht. Mhm. Ah, Pauli, mo moin, hi. Es sind, äh, zwölf Leute. Ich habe dich das schon einmal gefragt. Im Dienst. Und ich frage es dich gern noch einmal. Ja. Wer hat dir eigentlich jetzt hier angeschissen? Boah, das ist eine große Liste. Genau, zwölf. Äh, bevor ihr euch jetzt wundert, warum sind, äh, die Einhornpflaster die besten? Deshalb. Gibt's keinen Einsatz für uns? Soll ich nachfragen? Ich rufe die Leitstelle einmal an. Ich rufe die Leitstelle an. Ich rufe einmal die Leitstelle an, geht eh am besten über 1, 3, 3. Genau. Und wenn das nicht geht, 1, 2, 2, das ist auch nicht immer gut. Habt ihr einen Einsatz für uns? Ja, der brennt es perfekt. Wir sind schon am Weg. Ein Feuerlöscher haben wir auch am Hubschrauber. Ich denke, man muss sicher diesen, wie ist das Bambi-Bucket oder was unten dran? Geht schon, um die Leitstelle schon. Ja, wir haben auch einen 2kg Handfeuerlöscher. Oder ein Kilo. Aus der Tier aus, ey. Ja. Perfekt. Bei dem Bambi-Bucket habe ich dann irgendwie die Angst, dass es uns so geht wie, ähm, kennst du den Film, äh, kennst du die Serie Chernobyl? Okay, leider nicht mehr. Hm. Allo. Hast du nix zu tun für uns? Uns ist langweilig. Ich finde, wie in den Pupflaster immer noch am besten. Aber ich habe für seinen Pupflaster, habe ich in die Maut. Mhm. Also es sind urviele, es sind urviele Leute in der Stadt, gell? Und es tut sich keiner weh. Wie geht das? Das kann gar nicht gehen. Glaubst du, es kommt ein Mann für? Ich glaube nicht. Nur wenn man dafür so hat. Ja, aber nur dann, wenn die Leute außer Dienst gehen. Wir sind aber noch alle im Dienst. Oder? Habe ich noch verpasst? Ja, in Doppelbesatzung, oder? Bitte? Ich, Christophus, 9? Also. So. Ja gut, ich lege auf, gell? Danke, grüße. Gut, der hat nix zu uns. So, ähm. Man kann in dein Discord im Streamaufzeichnung Broadcast reinschreiben. Das passiert. Aber danke für die Info. Ich werde es, äh. Ich weiß nicht, tatsächlich. Ähm. Ich werde es weitergeben. Ich weiß nicht, kann ich es selbst umändern? Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich gebe es weiter an meine, äh. An meine Discord-Leute, ja. Eng klingt gut. Wo kann ich mich bewerben? Ich höre nur eng und ich stehe wieder da. Ja, auch schon. Ich habe extra abgezwickt am Klo. Also, frag mich. Ist da überhaupt viel da zum abzwicken, oder? Da. Druck schon. Achso, okay. Ich arbeite mit Druck. Achso, ja. Ich arbeite immer unter Druck. Mit Unterdruck, haha. Das ist jetzt aber auch ein bisschen grauslich, muss ich sagen. Weißt du, was grauslich ist? Den Bakadi kennst du, oder? Ja. Er hat, wenn der, wenn der mal zu mir kommt und sagt, ob ich mich mit Joghurt einschmiere. Das ist grauslich. Warum willst du mich mit, achso. Naja, ich habe mich immer irgendwie mit Joghurt einschmiere. Eieiei. Also, okay, bei euch. Klingt nach irgendeiner Beziehung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen einmal die Vorderung der Winkel holen. Duschen, mach was. Ich habe jetzt wieder zwei Patienten dazubekommen. Das hört sich ja auch nicht gut an. Altes Auto. Das muss so. Achso, okay. Das muss so, okay. Ja. Bisschen rauchen, bissl stinken. Altes Auto, so wie ich. Raucht, sauft und hin und über knallt's. Das haben wir vorher gesehen. Beim Aufregeln. Oh, f*** dich. Okay. Mittlerweile sind wir bei 3 zu 0. Schon gewonnen im Prime. Fast nicht mehr auffolbar. Fast aber auch nicht. Jetzt schnell aus dem Dienst gehen, weil dann kann ich es nicht mehr. Ah, ich habe leider einen Termin. Sag einmal. Passiert da heute nichts? Merkt die Verzweiflung in deiner Stimme? Was soll das? So. So Verzweiflung. Ja, na dann, warte einmal. Gehen wir kurz ins Lager, da ins Putzkammerl. Ich habe keine Berechtigung. Nie Glück. Siehst du schon wieder, da hat schon wieder keiner was gemacht. Sie hat sich eingeladen, mich zu unterstützen, gell? Das Faden ist vollen Schweine. Du, würde ich dir jetzt, würde ich jetzt urgerne, ja. Das Problem ist, der Dr. Prime hat leider einen Termin und den werde ich jetzt übernehmen müssen. Was? Das würde ich jetzt auch gern wissen. Was du vorher gesagt hast mit Termin. Genau, Sardins gehen. Irgendwie muss man sich vom Fensterschein putzen drücken. Nein, der Hubschrauber gehört putzen. Der Hubschrauber gehört putzen. Der Hubschrauber gehört putzen. Das ist eine gute Idee. Aber wir sollten vielleicht zu einer Waschenlage. Ja, und wie soll ich das machen, du Frühkofer? Mit Umständen. Wie soll ich den Hubschrauber innen... Oh ich, da ruft jemand an. Es ist schon wieder was passiert. Hä? Jetzt kommt gleich die Aussage auf eine Intensivverlegung. Hallo? Ei? Intensivverlegung... Wieso hast du seinen Inkassin mit die Tiefgarage gestellt? Okay. Da ich ihm. Küsschen. Das ist meiner. Na, leg auf, du Schwein! Wieso nicht? Kannst du sich da auflegen im Dings drücken? Geht das nicht? Naja... Welche Maske hast du gerade vor deinen Augen? Siehst du gerade das Leitstellen-Dispoding? Ja, und da gibt's um den Auflegen-Ding und da musst du mit deinem... Fettfingern. Fettfingern? Ha! Ja, genau. Mit Otto. Ich schwör, da haben wir schon so einen Einsatz. Wo? Na ja, der, der dagegen gefahren ist. Geh! Einmal mit Profis, Alter. Kennst du diese Park-Sensoren, die piepsen? Hm, hat der nicht. Macht halt bei ihm auch so Geräusche beim Einpacken. Achso, okay, okay. Das jetzt. Ich mach mal die Tieren auf, gell? Das wär super. Machen wir die Tieren auf. Ich dachte, die putzen jetzt den Hubschrauber. Ich dachte, die fahren zu einer Waschanlage. Bruder! Wie soll ich den in einer Waschanlage waschen? Bist du witzig? Schon. Also, zumindest sagen das die meisten. Ich glaub, wir putzen doch nicht. Leitstelle... Ah, wir fahren einmal an. Ist nicht besetzt? Ist nicht besetzt? Aber es ist egal. Im Himmel. Und wir warten einfach, weil das muss die Leitstelle ja disponieren. Die kommt ja gleich wieder, glaub ich. So. Ich putz' derweil. Ja. Er ist Brunzi? Mhm. Ist das dein Mäcki Kaffee... äh... Dein Mäcki Kohlabbecher oder ist das meiner? Muss deiner sein. Meiner hab ich schon rausgekommen. Passt. Räumt du auch noch vom Mäckmenü irgendwas? Na, na. Ich hab da nix. Okay. Ich... Wurde grad fasten. Na, wegen dem Weckerräumen, aber... Na, okay. Ach so. Leitstelle, nachdem wir schlafen gelegt wurde, wieder da. Wie ist die Leitstelle schlafen gelegt worden, obwohl wir nichts damit zu tun hatten? Äh... Wir hatten... primär nichts damit zu tun. Ich verstehe es. Sekundär... Schlafenlegung. Ja. Genau. Sekundärschlafenlegung. Verstanden. So, da... Äh... Was... Was mach ich? Ich hab sie mal da runterfallen lassen. Das Mäckmenü. Ja, das ist immer gut. So, wir machen mal zuerst die Tür zu, die wir reinsteigen. Bitte, gell? Okay. Pager. Bewusstlosigkeit, unklares Geschehen. Wenn's klar wäre, würden wir nicht gebraucht werden. Logisch. Links frei. Rechts frei. Zehn Minuten quittieren. Wir können. Und wie schaut's in der Kabine aus? Für mich schaut's gut aus. Bin bereit. Ready to start. Sascha, Kabine und Cockpit, wär bereit, wir können starten. Verstandović. Sag nur bitte jemand nach, ob die Exekutive auch verständlich ist. Zwecks Absperrung. Mach ich da. Habt ihr es euch auf. Leitstelle Christophilus 9. Wir sind in Richtung... Einsatzort unterwegs. Eintreffen, circa... Zwei Minuten. Kommen. Das müssen wir noch lernen. Was? Nein. Ich hab das reingepunkt. Und es ist einfach keine Antwort bekommen. Malwes... Sollte man das schon antworten. Leitstelle für den Christophilus 9. Malwes... 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 Ich hätte dir mal eine M geben. Ja, bitte, danke. Das passt gleich gut. Ansonsten noch mal einen Güdel-Tubus. Haben wir den noch rein. Ich hätte einen Wendl. Ein Wendler-Tubus. Danke. Ist drinnen. Sehr gut. Dann richtig alles her. Bitte, danke. Defi klebt. Defi klebt. Können wir dann eine Analyse machen. Nach dem Zyklus bitte einmal die Analyse. 28, 29, 30. 21, 22. Alle weg bitte. Kannst du einmal bitte weiter drücken? Ah, was ist denn gerne das Backup? Ich hätte gerne für ihn einen 8er-Tubus. Ja, den habe ich dir hergerichtet. Wenn er bitte hergerichtet. Ja, ich habe einmal drüber, einmal drunter. Also 7,30, 8,30. Und was willst du das Backup haben? Ich hätte einen Ladungstubus jetzt hergerichtet. Für ihn Violett. Ja, Ladungstubus wenn wir herrichten. Schauen wir mal, dass wir reinkommen. Videoladungskop hast du auch hergerichtet? Ja. Perfekt. Und der Ruck würde ich da jetzt noch aufziehen zur Sicherheit. Und der Ruck würde ich da jetzt noch aufziehen zur Sicherheit. Bitte, danke. Ja, passt. 21, 22. Merker keines mit Ausrückgemeldung. Passt. Gut. Du sagst mir an, ich gebe dazu, wenn du soweit bist. Nach diesem Zyklus werden wir nochmal zweimal beatmen. Genau. Und dann werden wir mit der Intubation. Passt. Genau. Nehme ich aus. Ansonsten Verletzungsmuster haben wir schon. 28, 29, 30. 21, 22. Wacht ihr denn das ist ein Loopschrauber oder? Ja. Hast du das? Danke. Gut. Absage ist hergerichtet. Ähm. Nein, warte. Ich übergebe da mal einen Tubus da. Danke. Ich richte ihn dann gleich her. Geht's? Ja. Einmal brauche ich den Absage bitte. Ja. Bitteschön. Danke. Okay. Eingeschalten ist er. 28, 29, 30. Einmal weiter drücken. So. Der Herr in der Mitte, sie haben die Person angefahren oder? Ja. Einmal bitte blocken. Gut. Einmal bitte blocken. Einmal bitte blocken. Einmal bitte blocken. Einmal bitte blocken. Spitz. Es ist geblockt. Perfekt. Man treffst draußen. Ja. Zieh ich. Danke. Passt. Spitz. Soll ich hören oder du willst du? Dann hör du bitte. Ja. Ich beatme. Passt. Einmal kurz aufhören zu drücken. Genau. Bin links. 21. Belüftet. 22. Belüftet. 21. Ja. Passt. Ist ähm. Gut. Ich drück einmal weiter. Also drück ähm. Beatme weiter. Ja ich hab gesagt, Sascha kannst du aus dem Auto bitte Beatmungsgeld holen. Aus dem Auto oder aus dem Hubschrauber? Ja, Auto ist näher. Ich glaub nicht, dass es im Auto ein Beatmungsgerät gibt. Das glaub ich schon. Aber egal doch. Aber vielleicht aus dem Hubschrauber könntest du vielleicht dann Schall auch mitnehmen. Dann hätten wir beides. Einmal Schall. Könnt mich dann wieder ablösen? Herz noch übernehme ich. Passt geschehen. Klausi kannst du bitte einmal da noch gleich einen Zugang stechen? Nein, ich hätte jetzt gerade die Reanimation übernommen. Achso, ok. Passt. Ui, wartet. Ich glaub wir haben... Ich spür was. Ja, ich hab Karotis aber am Puls, ja. Ja, super. Ich blute am Bein. Also ich hab da eine starke Blutung. Ich schau da mal was drauf. Ich übergebe dir mal den Beatmungsbeutel, ok? Einfach mal bitte weiter beatmen, ok? Passt. Die Blutung am Bein ist mit zwei Druckverbänden übereinander gestoppt. Perfekt. Dann werde ich hier gleich einmal an Zugang stechen. Kannst du bitte Fenta, Rokoronum, hast du dich da hergerichtet und... Genau, Rokastor, Fenta kann ich da herrichten. Rokopol. Einmal Schall, einmal Bein, das geht. Danke. Danke. Das ist drinnen. Gut. Geht da mal der Ilo. Bitte, danke. Hast du gleich Propofol, Rokoronium? Habe ich alles einstecken? Warte, nehmen wir mal das Ilo, dass wir das vielleicht mal anhängen. Ja, jetzt rennt der Kappelständer weg. Schade. Die Fraukollegin? Ja. Der Kappelständer. Können Sie da mal... Einmal halten, bitte schön. Die Infusion. Ja. Sehr gut, danke schön. So, da hast du Propo und da hast es Fenta. Ok, danke. Ok. Haben wir das Beatmungsgerät noch? Oder ein Schall? Ja, Beatmungsgerät werden wir dann gleich umstecken, ok? Ich würde gerne nochmal vorher Medikamente verabreichen. Dann... Habe ich den Schall wieder ins Schrauber, gell? Möchtest du Propofol schwitzen, oder soll ich es gleich geben? Dann mach nur, mach nur. Ja, passt doch. Ich nehme mir zuerst schnell aus dem Rucksack da raus. Hm. Wunder. Da hast du gleich wieder hergelegt, ja. Genau. Ich weiß nicht, wo ich mich unbeliebt mache, wenn ich so ein Kappelständer habe. Ja. Gut, passt. Mhm. Ist einmal drinnen. Gut. Gut. Ah, da, da. Passt. Alles klar. In meinem Audi's girl, girl. Du musst ganz kurz telefonieren. Ähm. Perfekt. Du hast das Schall geholt, oder? Er hat es gerade wieder weggeräumt. Achso, da hast du es gerade weggeräumt. Achso, da hast du es gerade weggeräumt. Okay, alles klar. Na, passt. Kein Problem. Beatmungsgerät ist da. Brauchst du jetzt einen Schall, weil... Na, beatmungs ist... Ja, genau. Ich hätte trotzdem gerne nochmal drüber geschallt. Ja, kannst du den Wub schrauben. Ja, ja. Ich fragte, ob es einen Schall noch braucht. Ich würde einmal die Beatmung übernehmen, dann kann einmal der Kollege die Trage aus dem Auto holen. Genau. Das ist... Wir werden aber einmal umstecken, dann gleich aufs Beatmungsgerät. Mhm. Ja, mach mal. Ich hab schon. Danke. Ich mach mal soweit. Richt's einmal ein. Und... Mhm. Sobald du soweit bist, geh ich ganz weit weg. Hallo. Ähm. Jawohl. Luft oder Boden? Ähm... Mir wär lieber, wenn wir bodengebunden transportieren. Heide. Gut. Passt denn einmal bitte umstecken? Ja. Sein bestellt. Du auch hast du. Danke. Passt. Hängt drauf. Ich geh ganz weit weg, wie ich's versprochen hab. Wieso geh der jetzt ganz weit weg? Na, weil ich's versprochen hab. Gut. Oh, ich geh. Ja, ich glaub aber du musst näher zu Patienten hin. Ich glaub, du würdest den Kopf nehmen. Die Frau Kollegin geht ein bissl so... Passt, ihr lagert's einmal um? Ich sag mal hinter mich. Wir warten dabei bei dem Unfall. Na, passt jetzt. Das passt schon so. Sehr gut. Na, es geht mal um die Infusion, dass die... Achso. ...dass wir da rauskommen. Ja. Okay, dann bitte einmal kommst du mit dir. Jawohl. Ein bissl vielleicht mitgehen die Kollegen. Oh, drei. Oh, ruck. Sehr gut. Ist der... ...hier wegbrochen? Hier würde er mittendrin liegen. Ja, wissen wir. Ich würd' ich mal schauen, ob er Puls hat. Ja, bei mir hat er Puls. Hm? Wenn man den draufsetzt, dann liegt er auch normal da. Der ist jetzt mit so'n Vortatzeug. Was? Wenn man ihn draufsetzt, dann liegt er normal da. Echt? Leitstelle für den Jagd 1. Soll der Kollege mal testen. Schaut er was an. Leitstelle hört sich. Ich bräuchte dringend einen zweiten Rettungsmittel. Was ist das? Es wurde gerade... Schaut wild aus. Nicht, dass ich im Ring da kam. Da kommt alles zusammenkürt. Warum? Bist du im Rettungsfunk, oder? Warum? Achso. Was, warum? Warum? Ich weiß es nicht. Hab ich durch Zufall herausgefunden. Wie? Was, wie? Sonte? Wie? Nein, ich bin im Zehner, wo ich hingehöre. Ich sag's dann nur kurz... Zentrale FISU mit Reifenabdruck in die Sicht. Welche Verletzungen hat er gehabt? Kopfverletzungen oder so? Wie? Weiß nicht. Volt Reifenwechsel. FISU? Ja. Also wir standen da vorne. So circa fünf Meter oder so. Herr Brückler? Welche Verletzungen haben sie da verbunden? Welche Verletzungen haben sie da verbunden? Eigentlich hat er geblutet. Kopf, Brustkorb... Ja. Vielleicht sollte der erste wieder warten, oder? Ja. Warte jetzt. Aber nicht ernsthaft, oder? Ich meine, wenn sie untereinander in Unfall haben, wo keiner irgendwie verletzt ist oder irgendwas, könnt ihr die Fahrzeuge gerne abschleifen lassen. Ich hab jetzt gesehen, dass er auch nicht verletzt hat. Ja. Aber... Du hast die Notdoktor, dass du es reitest, aber nicht so weit gehen musst du dich nicht sagen. Ja, ich bin überzeugt, dass die Person aufrechter muss. Vielleicht wollte ich das im Kontrollen. Oh, das sind viele Leute! Der Notdoktor muss mit dir mitfahren, du hast den Rosski im Auto. Du hast irgendwie auf seinem Bein oder so und er hat dann noch mehr Verletzungen. Ja, alles gut. Alles gut. Ja. Gut, ich werde ein paar Fotos machen, ja? Ja, toll. Warte kurz. Äh, Flutschi? Passt. Du kommst alleine klar? Ich komm alleine klar. Sehr gut. Ich habe jemanden hinten sitzen. Ja, passt. Ja, passt. Ja, alles gut. Wenn sie uns vielleicht noch anmelden, oder sollen wir es selber machen? Na ja, ich glaube da dust du mir als Arzt am leichtesten. Passt. Soll ich ihn Licht machen, oder? Passt auch so. Das geht schon, danke. Komm her. Ich habe eigentlich einen Rucksack dort vergessen, na ja. Sind wir ganz kurz, iPhone wechseln. Mal weg! Was? Mach du, mich ziehts immer wieder da nach hinten. Siehts dann hin! Ja. Du da abkomm, oder? Mal angucken, oder? Ich hab nichts. Ich glaube ich händerte da vorne um uns zu. Okay. Bok da. Leitschele, wir sehen mal ganz. Leitschele, wir sehen mal ganz. Leitschele hört sie. Er fragt, ist noch eine AK-Aufnahme im Dienst? Positiv. Ja, im Prinzip, ich war der Junge und keine AK-Aufnahme. Status, Stil. Nein, das ist gerade interessant. AK-Aufnahme befindet mich in diesem Punkt. Was? Was so geredet wird. Wegen was jetzt? Im reifen Gesicht, oder was? Bei dem 7.1 bin ich mir manchmal nicht sicher, ob er gerade im Rehen ist. Von der Stimme her. Ja, der hat momentan, ich glaube, der befindet sich im... Sehr, sehr heißer. Ja, 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 ja. Kiltung. Stimmbruch, glaube ich. Ja, Kiltung. Leitstelle von AK-Aufnahme. Ja, informativ um 21.56 am rechten Bein, Entschuldigung, am linken Bein ein Törnikey angelegt. Alter, jetzt wird durchgefunkt, dass ein Törnikey angelegt wird. Was jetzt? Also, äh, Fahrzeug verfolgt in der ATW. Oh. Gib ihm 10er bitte Bescheid. Leitstelle für den 10.9. Ja. Hier der 10.9 als Information, ähm, Notarzt im RTW im Leasing 1 und die ganzen, also der RTW wird gerade von einem Fahrzeug verfolgt. Bitte einmal Exekutive dazuschicken. Bitte wiederholen Sie nochmal den Leasing 1. Leasing 1 wird verfolgt von einem Fahrzeug, Notarzt und Patient im RTW. Wo ist der? Ich weiß es nicht. Flug-Retter von Notarzt kommen, gib ihm 10er. Sollen wir sofort seinen Standort durchgeben? Äh, Prime, einmal Standort durchgeben. Wir sind gerade im Maka-Hawina eingetroffen. Gerade im Maka-Hawina eingetroffen, verstanden? Ja, Fahrzeug hat uns gerammt, äh, und es hat uns verfolgt. Okay. Hast du mitgehört? Ja. Passt. Verstanden, Exekutive ebenfalls bei euch? Er ist noch negativ, war ich noch nicht dringend. Kümmer mich drum. Was war das für ein Auto? Alter, das habe ich noch nie zusammenfacht. Was? Mein Funkgerät ist weg. Ähm, drück den Ü-Muskel. Ja. Dann ist es normal wieder da. Nein. Dann tue ich das Fahrzeug kurz weg und dann setze ich neu drauf. Probier ich gerade. Notarztpilot. Ja, einmal bitte, Funk gecrasht. Anfrage, was war das für ein Fahrzeug? Kommen. Simmering, ein Handling, Maka-Wing. Let's show it, C9. Hier, C9, nachdem sich leider einmal mein Funkgerät abgeraucht ist. Ähm, C9 haubert jetzt über das Krankenhaus, äh, Notarzt sowie RTW jetzt gerade im Krankenhaus befindlich mit Patient. Leider keine Exekutive bis dato vor Ort. Im Schockraum eingesperrt. Kommen. Zuverstanden, Exekutive ist verständigt. Weißt du das Fahrzeug? Fahrzeug war Audi A8 Verschnitt, vermutlich Uhrenwohnerfahrzeug. Na, verstanden. Leitschrift in Christophorus, 9, erneute Information, Kommen. Bitte wiederholen. Hier, der C9, erneute Information, ähm, dürfte sich, bei dem Fahrzeug dürfte sich um einen Audi A8 Ureinwohnerverschnitt, Entschuldigung, ich wiederhole, äh, Audi R8 Ureinwohnerverschnitt handeln, ähm, ja, bitte, dass auch an die Exekutive vielleicht weiterleiten kommen. Jetzt kommt es mir gerade, warum haben wir eigentlich nicht da drüber gefunkt, wenn wir schon einen internen Kanal haben? Weil der Prime gemutet ist. Ungeschickt. Und was gibt es ja an Exekutive-Kanal? RKK1 für die Leitschütte. RKK1, ja. Die brauchen immer noch ein Rettungsmittel, so wie einen, oder was hab ich das so richtig verstrampfen? Ja, ich kriege ihn, Herr Gonzalez, nicht mehr, zusammen. Hoi. Ich glaube, wir dürfen ihn in Gonzalez gleich aufklaben. Wieso? Der, 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 dein Bruderherz ist bei ihm und der kriegt ihn gerade nicht zusammen. Zitat. Gibt es bitte noch einmal die Prozesse für mich? Ja, der Prime ist aber drinnen und er wird jetzt sicher eine Aussage schreiben müssen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, alles gut. Ich mach dir mal mit Christophorus 9 eine Nahbereichs-Fahndung. Der Pilot ist vom Innenministerium, wie darf das? Ich hab mir gedacht, der, was ihn angefahren hat, das ist eh irgendwie... Ich hab mir gedacht, der, was angefahren worden ist... Äh, sind bekannt und alles gut. Habt ihr was falsch verstanden, Vorrat? Keine Ahnung. Aber Vorrat war eh die Exekutive. Ja eh, aber vor allem, also dort haben die ja... ...den Fahrzeughalter eigentlich ausgeforscht. Der ist gleich daneben gestanden. Ja, aber der war auch kein schwarzer Ur-Ur-Reinwohner, Audi. Ur-Ur-Reinwohner, ja. Eh. Auf Empfang. In Anfrage, sind wir einsatzbereit oder musst du irgendeine Aussage oder irgendwas? Er geht nur ein bisschen langschießen. Wiederholen. Wiederholen. Ja, verstanden. Dann einmal zusteigen, bitte. Ich melde uns dabei. Ja. Leitestelliger sowas, nein. So, hallo. Hallo. Ich weiß nicht, was da ist, ich weiß nicht, was da ist, ich weiß nicht, was da jetzt war. Auf einmal schreit er da vorne von vorne raus, dass wir irgendwie gerammt werden und ja... keine Ahnung. Keine Ahnung. Die letzte Stelle für den Christophorus 9. Die letzte Stelle hört sich. Hier, der Christophorus 9. Patient wurde an den Schockraum sowie an die Exekutive übergeben. Wir werden wieder frei Richtung Station kommen. Verstanden. Gut, dann braucht er uns anscheinend nicht, wenn er es verstanden hat und nichts weiteres macht. Heißt nichts, er hat es verstanden. Vielleicht disponiert er uns gleich. Sorry, aber da muss ich als Leitstelle auch sagen, verstanden für euch und Folgeeinsatz. Gerade beim Hubschrauber. Weil das Anstarten und das Abstellen kostet am meisten Sprit. Also vor allem das Anstarten halt. Gibt es auch wieder einen Pätschirm mit der Rüttetü? Jetzt ist gerade bei mir wieder Musik. Weiß nicht, Sascha, wenn du es kurz ausschalten könntest. Warte, ich bin dabei. Ich checke. Ich bin schon. Ich auch. Ich auch. Bei mir ist Radio aus. Ich jetzt auch. Perfekt, das ist auch alles. Okay? Wird abgeklärt. Ich sag's euch, das war was. Ich bleib da da oben. Ja, okay. Links frei. Rechts frei. Flo bei dir, alles okay? Perfekt, ich bin ready. Perfekt. Cockpit ready. Cockpit ready. Ready for takeoff. Leitschelik ist auf Russland. Christophorus 9 hat verstanden. Frage, was ist unser Mittel vor Ort? Kommen. Das ist jetzt übering ein Zug, wie der RKK1. Christophorus 9, dankend verstanden. Kommen. Was habe ich verpasst? Angefahrener Kollege, davor RTW angefahren und abgedrängt. Ja, es ist schon ein bisschen was. Ja, weil jemand bei der Exekutive die Straße sperren könnte, gell? Hm. Ich geb's weiter. Ansonsten, ich würde links ans Parkplatz sehen, am Großen. Hinten im Parkplatz vielleicht? Wie sie wollen. Wenn sie laufen wollen, zu mir ist es wurscht. Ich hab da nicht so viel dagegen. Ich geb nur in RTW unten Bescheid. Vielleicht, dass die Exekutive kommt zum Abholen. Simmering 1 für den C9. Simmering 1 pumpt gerade. Ja, Simmering 1. Sie brauchen nur die Ohren aufmachen. Der C9 landet am Parkplatz hinter dem Gebäude. Vielleicht, dass man die Exekutive vorbeischieben ist, das Taxi. Kommen. Ja, verstanden. So, wir haben eine Laterne auf 9 Uhr. 9 Uhr, 3 Uhr, überall Uhr. Genau, einmal auf überall Uhr. Ansonsten kann man runter. Die Hecke ist weit genug weg. Ja, wir sind circa 10. Wir sind circa 5. 2 Uhr. Und... Badstand. Da kann man das VOD nicht auf Twitch schauen, weil ich das VOD dann immer auf Privatstelle und auf YouTube hochlade. Ich bleibe aber bei der Maschine, egal? Ja, passt. Ja, passt gut. Ich werde ich mein Leben verteidigen. Es gibt aber dafür, dass VOD immer auf YouTube ein paar Tage später. Passt, ich nehme einen Koppels mit. Passt. Sample allem, eins ist eh drinnen. Brauchen wir mehr? Eins ist im Rucksack. Passt. Grüße. Servus. 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 Grüß euch. Sehr gut. Sehr gut. Für was ist los? Vor ungefähr 10 Minuten, seit 10 Minuten durchgehende Reanimation, 2D ist negativ. Wurde angefahren, wir hatten einen Patienten, der ist Rosk, der sitzt gerade da drüben auf der Bank. Und ja, dann auf einmal Urinwohner in das Auto hinein und ins Hand gehst. Okay, alles klar. Gut. Habt ihr schon was gesetzt? Ladungstubos, sonst irgendwas? Negativ, keine Ausbildung dazu. Okay, DC ist schon geklebt? Ja, der DC ist schon geklebt. Passt. Du, ich würde normal einen Zugang für Flüssigkeit geben. Das Problem ist, beide Arme abgeklemmt. Ich finde sowieso eher weniger eine Wiener. Was dagegen, wenn ich bohre? Nein, kannst bohren. Perfekt. Passt. Was wird das jetzt? Ähm, ganz kurz, kann ich gerade drücken? Ja, warte, kannst du nochmal weiter drücken? Ich bin mal beim Kopf. Tut mir leid, dass ich manchmal so komisch habe, ich habe keine Stille mehr. Okay, und was ist genau los gewesen? Ist er einfach so umgefallen, ist er angefangen worden? Er ist angefangen worden, soweit ich weiß. Er ist angefangen worden? Okay, von einem PKW, alles klar. Also mein Page hat gesagt, Person gegen PKW. Okay, wer war dabei oder wie? Wie war das? Ich glaube, der Kollege dahinten. Okay, alles klar. Gut. Ähm. Ich glaube, der hätte da hinten jetzt gerade zusammengeklappt. Schaust du einmal nach hinten oder soll ich nach hinten schauen? Ja, ich schaue nach hinten. Bleibst du mal da? Ich bleibe einmal da, ja. Passt. So ein... 21, 22. So da, Flüssigkeit kriegt er. Das heißt, jetzt werden wir mal Adrenalin nachschießen. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 21, 22. Gut, der Defi wird mir eine Analyse vorschlagen, ich werde dir mal starten, ob er fertig ist. 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, wir haben das. Leitstelle für den Jakke, Heinz. Kein Schock empfohlen. Ähm, für dich zur Info. Da, weil, Asystoli, ich habe jetzt schon ein... Äh... Supra... Okay. Äh... Infusion ist Angehang und ja, einmal Analyse. Perfekt. Wie dann... Alles klar. Ja. Ohne Ausschlag natürlich. Ja. Okay, alles klar. Fast. Gut. Gut. Reischöller hört sich. Ja, bitte einmal den ÖGC auf 81, 56, für den... Dann werden wir hier nämlich entupieren einmal. Ich bin gut, ich richte alles her. 21, 26, 27, 27, 27, 28, 29, 30, 21, 22. Nehmen wir mal den Rucksack runter. Nehmen wir mal den Rucksack runter. Hm, den Helm liege ich gleich daneben hin. So. Fast. Achter? Äh, ja bitte ein Achter. Fast. Fast. Gut. 7,5, 8, 8,5. Äh, Violett. Videolaryngoskop. Äh... Ruck. Weil eigentlich... Ich glaube, mein Kopf verabschiedet sich ganz. Also, wie ist er Ruck haben oder nicht? Wenn sich sein Kopf verabschiedet, werde ich dann gleich reinspringen. Ah ok. Oh, jetzt geht wieder alles gut. Ich lebe noch. Passt. Weiter drücken. Sehr gut. Passt. Ruck. Mach ich auch. Perfekt, danke. Bitte schön. Okay, passt. Bist du die anderen ehre, sie Medikamente auch gleich aufzunehmen oder? Bitte, ja. Passt. Wir können mal aufziehen. Wir können mal aufziehen. Passt. Tugus ist da? Achter? Ja, hab ich da. Oh, danke. Schnapp da runter einfach. Ich hab da alles da rübergelegt. 30. Einmal weiter drücken mal kurz. Beziehungsweise kurz aufhören. So. Ich lebe ihn kurz hin an. Tugus. Tugus ist drinnen. So, da. Ich leg dir die daneben hin, gell? Ich halte ihn kurz. Immer müssen kurz blocken. Entschuldigung, ich drücke da ein bisschen beim Hals dagegen. Ok. So, vielleicht leichter. Leicht, schnell, hört sich. Was kann jemand blocken? Ja. Ja, Leasing 1 ist kurz ins Einsatzbereit. Ist geblockt. Passt. Dann dreht sich raus. Dann einmal bitte konnektieren. Ja. Ist... Warte, warte, geht nicht. Geht, geht, geht. Geht, ist es drauf. Ja. Geht. Passt. Okay. Ähm, hörst du ab? Kann ich machen, ja. 21. Belüftet. 22. Ah, kannst du nochmal? 22. Du hörst selber an, das klingt in der Hand. Neu. Das ist für mich fast. Okay. Äh, mach mal neue Magen und dann, dann hör du nochmal die Lunge an. 21. Ja, der Magen klingt, äh, gut. Okay. Dann übernehme ich einmal. Übernehme du mal. Ja. Wenn du dann nachher Zeit hast, kannst du nochmal rüberkommen, kurz. Ja, momentan gar nicht schlecht. Ja. Passt. 21. Okay. 22. Okay. Noch einmal bitte. 22. Ja. Rechtsseitig hätte ich jetzt nichts gehört. Okay. Okay. Ähm, passt. Dann bitte einmal weiter drücken. Ja. Beziehungsweise kannst du nicht abwechseln mit dem Kollegen vom Roten Kreuz, okay? Sagen wir ihm, dass er herkommen kann. Und bitte einmal auf die linke Seite. Äh, jetzt wechseln wir dann. Äh, richtest du mal her? Ja. Machst du mal Entlastungspunktion? Ja. Dann würde ich da mal einen Orangenen geben für Entlastung und dann... Ja. Dann habe ich nämlich ein bisschen Zeit für Torx den Arsch. Beziehungsweise ich würde jetzt einmal zum Drücken weitermachen, weil aktuell ist ja irgendwo... Ja, okay. Dann fang mal du zum Drücken an. Ja. Ja. Wichtiger. Dann beatme ich mal weiter. Passt. Ich bin schon da. Bitte, nach dem Zyklus einmal vom Kollegen übernehmen, okay? Jupp. Passt. Kannst du mal kurz noch beatmen? Jupp. Dann tauscht es bitte nach dem Zyklus. Ich hole schnell die Beatmungsmaschine. Passt. Kurz im Strahl. Ja. Beatmungsmaschine ist da. Hm. So. 29,30. Du kannst schon übernehmen. Jupp. Passt. Warte. Ich... Da... Da... Außen... Fußtasche. Da hätte ich es da mal einen Orangenen... Solltest mal eine Entlastungspunktion machen wollen. Ich leg's da dann nebenher und ich richte jetzt das Set, ja. Bitte, danke. Bitte, danke. Ich kann nicht tun, oder? Magst du es steril machen, oder? Bitte einmal, ja. Wirklich voll... Voll steril mit? Nein, brauchen wir nicht. Okay. Das war die Frage. Ich bin sofort... Das heißt, sterile Handschuhe willst du auch nicht? Nein, nehmen wir nicht. Passt. Ein Mann nach meinem Geschmack. So soll das. Gut. Passt. Z ist hergerichtet. Passt. Ich würde dir die Tupfer mit der Zange geben. Mhm. Dann kannst du... Oder soll ich desinfizieren gleich, dann... Dass wir noch einen Zwischenschritt haben. Nehm, du gleich mal desinfizieren. Passt. Ich mach das schon mal her. Ja. Einmal weg. Zweimal weg. Zweimal weg. Zweimal weg. Zweimal weg. So, desinfiziert ist. Passt. Dann brauche ich einmal bitte das Skalpell. Ja. Gewicht hier, bitte. Danke. Aufpassen. So. Ja. Ich leg da daneben gleich mal ein... Ah, kommt damit hin. Ja, passt. Passt. Achtung, Schnitt. Mhm. Passt. Finger ist drinnen. Perfekt. Schere. Mal... Äh, die Skalbraker zurück. Ja. Box ist dann noch einmal, glaubst. Äh, lassen wir mal da liegen, okay? Ja, passt. Äh, auf der... auf der... auf der Dings... Ja, passt. Passt, passt. Ja, alles gut. Okay. Was für Ruckstab hast du? Äh, Docker hab ich da. Passt. Okay. 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 Okay, jetzt ist er... Ja, bei mir hat er auch gerade einen... einen Wandattack gemacht. Ja, bei mir auch. Sollst du noch einmal einen Wandattack machen, Legit? Ähm, vielleicht einmal kurz reinschauen. Äh, bei mir... ist nämlich gerade am Fuß eine Wunde aufgegangen. Und ich glaube, bei dem Wandattack hat er sich in den Zugang rausgerissen. Okay. Ich hol das, ist gut. Wir werden gleich schauen, dass wir noch einmal... Kannst du noch gleich neu stechen? Naja, bohren. Das ist ganz schwierig. Er hat sich... Er hat sich... einen Wandstab. Genau, habe ich innen. Perfekt. Dann bräuchte ich bitte einmal einen Tubus. Ja, bitteschön. Danke. Passerschloss. Dann drücke ich doch gleich daneben hin. Mhm. Das Neuzeug... Genau. Neuzeug brauchen wir da noch, was du bist drinnen. Ja. Die haben wir immer malen. Passt. Sehr gut. Nimmst du gleich die Rückschraube? Ja, warte. Ich habe ihn. Geht. Perfekt, danke. Dann bräuchte du einmal ein Nahtzeug, die D-Suite bereit. Ja. Perfekt. Dann nehmen wir nämlich einmal an. Ich kriegst jetzt einfach da noch hinten hin. Ich habe so einen großen Kontermeck. jetzt nicht da. Perfekt, was du? Perfekt, ja. Perfekt. 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 Laufende T Uhr. Passt. Okay. Passt, Wasser schlosser ist schon dran. Danke. Bitte schön. Gut, vorne ist er. Perfekt. Gut. Passt. Alles klar. Können wir nochmal ab? Bitte? Können wir nochmal ab, bitte? Ja, passt. Genau. Ähm, an der Maschine hängt er eigentlich eh schon, oder? Ja, schon. Ja, passt. Konnektierst du nochmal bitte den Bewertungsbutton? Nein, wieso? Ich hätte einfach an der Maschine runter gehört. Ja, passt. Ja. Kurz aufhören zum Renminieren. Ja. Sehr gut. Wie geht's? Äh, klingt seitengleich, ja. Relativ seitengleich. Ah, was zählst du von unter der Reanimation fahren? Ja, das wäre wahrscheinlich das Gescheitste. Hört nämlich aus, dass wir da von da weg kommen. Genau. Perfekt. Ähm, fährst du gleich mit mit uns dann? Äh, ja, dann würde ich nur das Klumpad zum Hubschrauber bringen. Okay, passt. Ist okay. Dann wäre ich in drei Minuten wieder da? Ja, passt. Wir verladen so weit einmal. Perfekt. Schauen, dass wir reinkommen. Äh, ich schätze mal RTW und nicht HTW. Ah, ja. Ist schlecht, dann müssen wir nur eine Trage tauschen. Wow. Es gibt einfach die Trage in den RTW. Oder so. Genau, bitte danke. Gut. Okay. Perfekt. Wir warten auf dich. Beziehungsweise... In der Ordnung, ich pack mich schon zusammen. Äh, sag's ihm nur, er soll seine Trage rausnehmen aus dem RTW. Was? Dann hab ich... Sehr gut. Ähm, Monitor würde ich halt den vom RTW nehmen, wenn der schon drei hängt. Ja, nimm er den vom RTW, genau. Primecast büte den Herrn hat schon ganz schmerzt er mich über. Okay, klar. 10.9 Pilot vom 10.9 Flugräter. Hallo. Moin. Tag. Moment. Pilot. Jetzt bin ich eh schon bei dir. Nachdem ich... Gerennt bin. Ah. Ja, super, danke für nix. Yes. Yes. Ja. Für dich. 10.5. Du bist auch so offen und platt. Geh kacken. Mag ich schon. Äh, der Notarzt braucht mich im RTW und würde unter Reanimation transportieren. Schaffst du den Vogel alleine Richtung? Schaff ich. Bist der Besteste. Ähm, ich würd da den Helm aber auf den Beifahrer, also auf dem Co-Pilotensitz legen. Wohun sieht das der Herr. Ich warte im Ak... Im Akt? Jawohl. Passt. Einmal nackig. Ich freu mich drauf. Herr Klump, ich wünsche noch einen... Papa. ...Dienst, so wie sie sich ihn wünschen. Ja. Wird es schon. Ja, danke. Jedenfalls. Das ist... Ja. Ein letzter Moment. Oh mein... Nie wieder. So. Viel. Laufen. Es ist... Ich... Luft. Ich... Ja. Sonst fahren wir gleich ohne Türe. Dann hätte ich wenigstens frische Luft. Ich meine, ich kann auch hinten aufmachen, wenn du... Ich kann auch hinten aufmachen, wenn du willst. Na, bitte fahr einfach nur ins Krankenhaus. Soll dir... Was macht der UN-Wohner? Was machst du? Ich mach gar nichts, er hat mir den Weg blockiert. Was? Ich hab gar nicht mitbekommen, dass du live bist. Oh no! Dann unbedingt bei Insta mal reingucken und... Soll ich hier unter 80 kam Hafer? Weil... Oder... Du kommst... Du kommst auf den Discord. Rufzeichen... DC... ...hast'n Discord. Damit der Herr Flugretter, der gerade außer Atem ist, nicht selber drücken muss. Ja, mein... Mein Problem ist, Jenta, das ist so ne Mischung aus Übelkeit und äh... Ich kotze im Strahlen wegen dieser Drecksfeuer, oder? Jaaaa... Geht dort raus. Ich krieg gleich selber Atem. Aber... Aber das Gute ist ja... Ich hab mich wenigstens mit der Atmung jetzt mittlerweile so ein bisschen beruhigt, ja... Und die... Die Fahrerei hat mir bis jetzt noch nie... Hrrrrr... Noch nie geschah. Hrrrrr... Spiebsackerl ist da. Einmal nehmen. Äh... Ich... Ich... Ich hab bis jetzt noch nie im Erdweck geschmrrrrrrr... Ahhhh... Irgendwann ist immer das erste Mal. Ist das wegen der Fahrers oder... Naa... Naa... Es schaut für mich ganz super... Hrrrrr... Ich hab noch nicht schweiben müssen. Ich glaub auch nicht, dass du die schlimmsten Kopfschmerzen hast da. Na, das glaub ich auch nicht. Ich... Ja... Saus. Gut. Das nicht so gut ist es noch nicht. Stehen wir ab? Oder... Jetzt stehen wir. Perfekt. Passt. Zurück, willkommen. So... Wunderbar. Wir haben's geschafft. Das freut mich so sehr, dass wir... Wir haben's bisschenhörst und bei mir der Lukas wurde von der... Wunderbar, wunderschöne. Wunderbar. Wunderbar, wunderschöne. Wir haben's geschafft. Hirn... Irgendwannsack. Wir haben's geschafft. Herr Doktor? Herr Doktor? Verstanden. Für Sie zur Information, es hat wer vor Sacker Haar gespielt. Er war's. Leasing Rheins fährt nach der Kollision noch einmal kurz zu mir und PC. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, dass es in den nächsten zwei Minuten ist. Ja. Zur Not lassen Sie ihn da stehen, dann rufe ich nochmal jemanden. Genau, Flugräter vom Norden. Flugräter? Ok, gut. Ich versuch, ich versuch, gib mein Bestes. Gut. Miep, blub, miep. Schön. Vielen Dank für den Follower. Willkommen im Stream. Moin. Hallo Diggerchen. Ich bin nicht mehr so dick. Ich habe mich gerade absolut ausgespümmt vom AKH. Das war nur die Hirnmasse. Na, glaub mal. Wenn das die Hirnmasse gewesen wäre, hätte ich jetzt minus fünf Kilo. Ich habe mich gerade so dermaßen ausgespümmt vom AKH, weil ich eine Mischung aus überall hin teleportiert worden bin. Oh nein, das ist ja irgendwo. Wahrscheinlich wieder genau das, was wir uns geschickt haben. Wieder mit Zeit. Quittieren. Einmal putzen alles. Ah ja, mein Helm. Ich habe jetzt schon ein Brot rein. Der Helm ist nice. Der Helm ist halt wirklich nice. Ich weiß nicht, ob es... Also, die paar Male, wo ich mit dem C9 geflogen bin, war es nicht so ein Helm. Da war es ein Standardweißer Helm. Ja. Aber er ist schon cool. Er ist schon echt cool, der Helm. Er hat schon wirklich was. Gefällt mir auch. Sieht ein bisschen aus wie so eine Sumsebine, aber ansonsten. Was? Bin ich mit den schlimmsten Kopfschmerzen? Na, ich glaube tatsächlich, dass die noch schlimmer sind, die Kopfschmerzen von dem Herrn. Alles fit, Klausel? Ja, bei mir ist alles fit. Danke der Nachfrage. Ähm. Ja. Äh. Bist du mitgeflogen? Ich bin nicht mitgeflogen. Ah, das ist eine andere Plade. So. Übergeben, wir können es. Hast du dich übergeben oder dem Patienten übergeben? Und generell der Heli natürlich. Ja, C9 ist halt viel hübsch. Bei der Fahrweise. Vielen Dank für die Demütigung, Saric. Wieso? Demütigung. Maka. Das ist halt wirklich schwierig. Links frei. Rechts frei. Warum Demütigung? Ich habe nie irgendwas über deine Fahrweise gesagt. Ich habe nur gesagt, dass jemand vor Saka gekotzt hat, dem Arzt, damit er zusammenputzt. Leitstelle. Christoph Vosnan. Ich habe überlebt. Ich freue mich. Hast du gekotzt? Ja. Sorry. I guess. Weiter geht's. Nächster Einsatz. Nächster Spaß. Super. Jawohl. 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 Genau. Ach. oc Ja die Raute. Raute. Wenn er anruft, hebst du mit dem grünen Telefon ab. Ja das weiß ich eh. Schnell auflegen wie im Rotten. Genau. Ach so, ich hab mir gedacht Funkgeräte aus dem Hubschrauber raushauen. Das ist die zweite Option, ja. Sehr gut. Wenn der Rote nicht funktioniert, dann ist das die Alternative. Nur gekotzt, um aufs Kampfgewicht zu kommen, ist schon gut. Ah schön. Exekutive vor Ort, seh ich schon. Geht doch sein, dass sich die Exekutive eingekastelt hat, so wie das ausschaut da unten. Könnte ein Polizeiauto sein, was da quer gestanden ist. Ja vielleicht da zum Abspüren, ne? Aber rückwärts? Das hat ein bisschen komisch ausgeschaut. Grüß dich, für dich zur Info. Wir sind auf Anflug. Ist mit unseren Rettungsmittel Alarmiert? Ja, das ist so positiv. Welches denn? Boah du, muss ich grad gucken. Bei mir ist grad relativ viel los mit AK-Aufnahmen, denkens. Ja. Zu dir unterwegs ist... Schaut für mich so, als wäre der stehende Verkehr. Schaun... Das ist der Arsenal 1. Der ist der Arsenal 1 unterwegs. Der Arsenal 1 ist mit uns unterwegs. Ja, passt. Danke. Der ist doch schon eingetroffen, wenn ich das richtig sehe. Am besten darf er jetzt da... Ist schon eingetroffen. Gut, dann werden wir sich mit dem zusammenreden. Gut, danke dir. Ciao. Danke, tschüss. Wenn du vielleicht von Brückenseite kommst und in die Richtung anders... Ähm, ich funge kurz in Erte während der dürfte eingetroffen sein unten. Ja. Perfekt. Fuck. Welche... Arsenal 1 glaub ich war's jetzt. Ja. Ich glaube, ja. Arsenal 1 für den C9. Ja. Ah, da hab ich die Bäume aber im Weg bleiben. Ja, davor. Bevor die Bäume kommen. Da gibt's links gleich ein bisschen am Parkplatz vor dem Polizeiauto. Letzte Telefonik. End. Ah, ja. Und doch, wenn du weiter runter gehst, sollte es besser werden. Soll ich durchfliegen? Ja, gell? Ja, ja, ja. Aufpassen, links Hochspannungsleitung. Ja, Stromleitung stimmt, aber wenn du ein bisschen weiter vorziehst, soll es gehen. Und jetzt ganz blöde Frage, was ist, wenn wir gleich mitte landen? Ah, das... ja. Wenn man gleich... Schaut man eher nach so einem... Schaut man nach so einem Beet aus? Dass wir am Grünstreifen landen? Ich würde auf der Fahrbahn statt einwärts ganz am Rand landen. Ja, passt. Ich glaube, das ist gescheiter. RKK1 mit Sprechwunsch. Ja, RKK1 mit Lagemeldung. Für Sohn Roast. Wir vor zu wenig getrunken haben. Leichte Unterzuckerung auf dem Weg ins AKH. Verstanden. Eintreffestad? Bis jetzt. Zwei Minuten. Verstanden. Äh, was nimmst du? Ich nehm SICKG. Ich nehm... Achso, ja. Dann nehm ich die Verantwortung. Ich will ans Fenster. Grüß euch. Seid normaler, komm mal lang. Wann? Darf ich einmal angeschnallt? Ja? Danke. Okay. Okay. Schön, sehr glücklich. Geh mal da her. Gut. Kannst du aber bitte die Reaktion prüfen? Nein. Nein. Wurde nicht durchgeführt. Wurde nicht durchgeführt. Wurde nicht durchgeführt. Wurde nicht durchgeführt. Wir sind gerade beim Treppenzyklus. Ich verbinde, weil die Wunden... Gut. Ich sehe, wir haben noch einige Blutungen. Dass wir schauen, dass wir einmal die stoppen. Ja, mach ich. Dann fahren wir alle weitere. Perfekt. Wenn sich einer um die Blutungen kümmelt, dann können wir uns einmal um das weitere kümmern. Gut. Also wer war jetzt dabei? Ja, jetzt schauen wir mal. Wer war dabei bei dem Unfall? Ja. Oder war da überhaupt jemand dabei? Ich glaub der hier oder links. Äh... Sind das Praktikanten, die bei der Berufsleitung mitfahren? Die im RK gewandt, die im RTW mitfahren sind Praktikanten. Gehen einmal befragen. Ja. Ja bitte, frage einmal was genau was ist das? Und sobald sie den Rettungsanitäter gemacht haben... Niemand? Okay. Das ist auch typisch Sascha. Okay. 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 Viel nix. Na Spaß. Alles klar, wir haben relativ starke Beretzungen im Kopfbereich. Ähm... An... Okay. 21... 22... Geht da was rein? Ich hätte es jetzt nicht bemerkt. Entschuldigung, ich war gerade beim Zugang. Ich schaue da nochmal, wenn es will. Okay, so. Nach dem nächsten Zyklus schauen wir noch einmal ob da mit der... Hier in Ordnung. EKG klebt schon. Außer Stullis. Soll ich mal vielleicht gleich nachschießen mit einem... Super? Ähm... Schaut das gut aus. Ja, es schaut gut aus. Also es hat nicht weit kommen, aber... Ja. Es ist... Ist auch ein bisschen schwierig. Also ich tippe mal auf eine Serienrippenfraktur, weil es doch ein bisschen pathologisch bewegt. Also es ist der BMW. Okay. Es schaut mal, wenn es dir die Kiefer anschaust, dann schauen wir auch nach einer Gerichtsschädelfraktur. Mhm. Hast du irgendein... äh... Atemwegs-Device? Ja, Mann. Na, noch gar nichts. Wir haben es mal so gut mit dem Zwies. Kannst du da mal... Schauen wir mal, ob wir mit was wir reinkommen. Ja, aber da mit dem Güdelhaus nichts haben. Okay, mal rein. Passt. Ich würde da mal alles herrichten für Endodachial. Also, informativ, gell? Also, einmal alles für die RSI. Informativ. Einmal weiter drücken, bitte. Ja. Da hinten steht ein schwarzer BMW, bei dem die Frontscheibe fehlt. Das ist Ihr Fahrzeug. Ja. Deswegen sind es starke Verletzungen. Also, ich muss schauen, ob man da überhaupt... Ja, die Einsatzleiter... Also, ich hätte jetzt nicht viel gemerkt, dass sie was hebt. Die würde ich jetzt nicht unbedingt aufziehen. Ich richte da mal trotzdem alles her. Bitte richte mal her, wir schauen nach und dann entscheiden wir, was wir weiter machen. Ja. Passt. Passt, passt, passt. Klingt gut. 25, 26, 27, 28, 29, 30... 21, 22... Ah, da geht. Da geht fast nix rein. Michi, du bist ja jetzt nicht gern. Siebeneinhalb, bitte. Ja, passt. Du bist doch so groß. So einen Schall aus dem Hubi holen. Ja, wäre super, wenn du mal holen könntest. Ich habe da für dich... 25, 26... Siebeneinhalb, siebeneinhalb, acht. Ich habe für dich ein Videolaryngoskop. Ich habe für dich mal Ruck, einmal Fenta, einmal Propo. Danke. Kaffspritze macht da... Gut, wenn du willst, soll ich dir ein bisschen Licht machen? Perfekt, wenn du mal kurz leuchten könntest. Einmal Schall. Danke. Machst du mal einen Schall geben, dann könntest du nämlich vielleicht in den Doktor ein bisschen leuchten. Kannst du einmal in den Doktor ein bisschen leuchten von hinten? Du hast sicher eine Taschenlampe einstecken, das würde ich dich kennen. Du bist ja auf alles vorbereitet. Ich kann auch gerne kurz leuchten. Wenn nicht, ich kann dir eine geben. Ich habe keine Taschenlampe. Glück, noch einen Moment. Ich glaube, ich warte mal. Das ist schon. Einmal von hinten, beim Arzt. Das wäre super. Ah, eins weiter noch? Ah, tut schon. Passt ja schon. Sehr gut. Genau. So ist es super, danke. Sehr gerne. Du, wir kommen, wir kommen da so... Habst du gar eine Taschenlampe? ...schwer rein. Geil. Ich glaube, das wird dann nichts mit der Intubation. Ähm, gut. Schaut für mich so aus, dass die Verletzungen jetzt so schwer sind, dass wir das einmal an die Notfallmedizin übergeben müssen. Das heißt, Atemwege eigentlich nicht passierbar. Ähm, wollen wir noch schnell einen Schall machen? Wenn sich die Tromm... Äh, wenn sich da schon eine Trommose gebildet haben, dann wissen wir eh, dass das schon länger da liegt. Weil es ist ja nicht beobachtet eigentlich gewesen. Ich sage aber, mit den Verletzungen im Schädelbereich, äh, braucht man Schall nicht unbedingt machen können. Ja. Ja. Also wie gesagt, von meiner Seite brauchen wir nicht mehr. Na, das ist in Ordnung. Was dann raus muss? Ähm, von meiner Seite ist es eigentlich... ...schlau. Gut. Gut, dann werden wir einmal die Maßnahmen abbrechen. Ähm, kann bitte von euch immer noch einmal die Defi-Pets runtergeben. Ja. Und wir werden auch den Zugang rausnehmen. Ich hole dabei schon einen Sackerl. Bitte, danke. Was? Ein Sackerl? Äh... Er hat natürlich für einen Mist gemeint, der bei der Reanimation angefallen ist. Nicht für die Reanimation. Ja. Darfst du bitte noch kurz schauen, ob die Dame eventuell noch ist? Ja, das müsstest du mit dir selber schauen. Ich gebe dabei eine Leitstelle Bescheid. Ja, aber bevor er ein Sackerl ist. Ja, genau. Ich gebe dabei eine Leitstelle Bescheid. Bitte, danke. Brauchen Sie die Taschenlampen noch? Leitstelle jetzt in einen. Wart noch mit Sackerl, bitte. Jetzt erst muss der Exekutivkampf der Limit. Ja. Lalalalalalalalalala. Braucht man dann schon eine gewisse Stunde wahrscheinlich. Ja, aber offiziell... Uh. Gehört ihr dazu, dass dir die Weste in die Hand gedrückt wird und dir gesagt wird, dass man kann ein bisschen... Ja. Aber vergiss die Einsatzleitereinschuldung. Also die ist... so gut wie nicht existent. Genau. Alle zwei Wochen. Wobei... An und für sich sagt es immer der Kommandant. Und wenn der Kommandant was anderes für gut hält, dann wird das gemacht. Zwei EL-Wochen. Genau. Genau. Leitstelle für den Christophorus 9. Kommen. Ich habe einen Sprechwunsch gesendet. Stress nicht. Achso. Na, das habe ich nicht mitgekriegt. Das tut mir das so allein. Ja, der Christophorus 9. Einmal Patient Nacker 7. Wir sind wieder frei vom Berufungsort weggekommen. Kommen. Also aufgenommen. Frei. Frei. Wir können. Ich starte aber jetzt nach vorne. Kabine ist ready. Start ist nach vorne weg. Passt. Kabine ist ready. Dann... Kabine ready. Cockpit ready. Wir können. Take off. Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, werde ich mir das mal... Über der Hochspannungsleitung sehen wir. Wir können links eigentlich rausgehen. Es schaut halt schon gut aus mit dem Lichtermeer und dem Blaulicht dahinter. Es ist schon hübsch. Danke, dass ich weiß, dass ich schön bin. Ja, deine Hackfresse stört halt ein bisschen das Bild. Aber was soll ich tun? Hauptsache. Wenn ich dich jetzt raus aus den Hubs schaue, dann gehe ich alle runter. Du wortwörtlich, ja? Aktuell wortwörtlich. Hab dich eh lieb. Richtig ja auch, Klausi. Das weißt eh. Naja, aber wenn du das sagst, ist es noch umso schöner. Ich weiß eh. Bei der Patientin war es schwieriger, also dir jetzt Verletzungen... Es ist eigentlich ein ordentliches Verletzungen im Gesichtsschillbereich gehabt, also da war es auch mit der Intubation nichts und auch mit dem Gülteltubus ist da wenig reingegangen. Gibt aber im Forum... Dass wir aufgehört haben. Bitte? Entschuldigung. Ich hoffe es hat eh für dich pass, dass wir aufgehört haben, weil einfach die Verletzungen in einem Ausmaß waren, wo ich sag... Na, wie gesagt, ich wollte einfach nur schallen, um sicher zu gehen, aber ja, du hast nicht Unrecht, also es ist bei dem Ausmaß von den Verletzungen auf jeden Fall... Bei dem Verletzungsmuster aus der Windschutzscheibe herausgefallen, ja, was soll ich sagen, wenn man nicht angeschnallt ist und ich schätze mal, sie war nicht angeschnallt. Ähm, ja. Genau, Flugreter auch. Es gibt aber im Forum eine ganze Auflistung von den Ausbildungen. Ich bin hier im Forum. Es gibt auch eine Auflistung von den Ausbildungen. Die Ausbildungen ist in der Ausbildungen. Ein Einsatzerl wäre jetzt schon noch cool. Einen kümmern wir noch. Einer zum Abschluss, ne? Einen kümmern wir noch. Wir nutzen die Situation. Klaus, haben wir eine Lahrungsmaske mit? In unserem Rucksack. Haben wir eine Lahrungsmaske mit? Ja. Oder perfekt? Ja, haben wir. Passt. Weil ich bin ja so der große Fan von den Lahrungsduben. Die machen eher mehr hin als... Ich weiß nur nicht, welche Lahrungsmaske. Okay. Tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es eine Eye Gel oder wie die heißen ist. Eye Gel, ja. Okay, okay. Sind die fix limitiert? Ja, sind sie. Also generell, also diese ganzen Fortbildungen... Die meisten Fortbildungen sind... Sind, sind, sind... Wie heißt's? Sind Planstellen, die besetzt werden. Also... Ingenstopp. Alles über den NKI sind Planstellen. Also auch die Notärzte sind Planstellen. Wenn's genügend Notärzte gibt, werden keine Notärzte mehr nach... Ausgebildet. Ähm... Sondern... Ähm... Ist... Du... Du... Du bleibst der NKI. Kannst alles machen und zum NKI. Ähm... Die Kommandanten, also das Kommando wird da nicht mitgezählt. Gott bless, Alter. Ich hab schon gedacht, ja, es liegt ja wieder auf die Goschen. Schau. Oder was ist das? Was zum Einweisen? Das MacDonalds-Formel-1-Team. Das MacDonalds-Formel-1-Team. Bitte? Ob sie das MacDonalds-Formel-1-Team sind? Nein, wir sind die Backquatschen... Äh, die Backquatschen, also die Backquatschen, die Backquatschen-Firmen und hauen ihnen gerne in die Goschen. Okay. Ich erlaube dies nicht. Ich werde sie anzeigen, wenn sie dies tun. Wurscht. Okay. Elefantenjagdverein. Sie tröten, wir töten. Sind sie schwer beleidigt? Hm. Nein, Klausi, sag's jetzt nicht. Sag jetzt nicht, sind sie schwer behindert. Es wäre die perfekte Vorlage gewesen. Es wäre aber nicht sehr positiv gewesen. Arsenal-Line ist ausverdienst RK3 im Design. Ja. Ja. Ja, das ist ja unser Stützpunkt da. Ich weiß. Nein, deswegen. Ich würde nur gerne wissen, muss ich hier jedes Mal hingehen. Ja, da in unsere Lounge sozusagen, Flugretter-Lounge. Meistens Garten. Tatsächlich. Wir haben da tatsächlich ein Büro. Nur der Kollege, ja. Ein WC. Ja, eh. Sehr oft. Wiss man. Benutz man auch sehr oft. Man muss auch sehr oft wicken, weil eben der Einsatz reinkommt. RKK3 im Dienst. Darf ich Ihnen Kaffee anbeten? Ach, geht's mit dem Garten noch besser, aber gerne. Kaffee, Cappuccino, Gebäck. Ich brauche nix, danke. Ja, Gebäck würde ich auch nehmen, ich habe einen Hunger, nämlich. Das wäre sehr nett, wenn es für mich geht. RKK1 mit Ausfahrt. 101. Einmal das Gebäck an. Meine Schuhnummer. Ganz groß heute. Epp. 101er Schuhe gewesen. Beigebrochen irgendwo. Die Clowns Schuhe. Dankeschön. Äh, 252. So unbänig wäre ich schon. Hä, wir haben eine Stunde mehr Kaffee. Dankeschön. Ähm, das wollte ich vorher schon fragen, habe noch nicht so eine gute Antwort gegeben. Gibt es eigentlich wieder einen Pager mit der dritte Tür auch? Ich glaube nicht. Und durchprobieren. Letzterne vierte Kains. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, Herr Lang. So. Viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Danke, das hört mich schon aus. Okay, das fällt in die Kloster immer schon aus. Alles gut, danke, Herr Lang. Propofol? Jeden Wunsch? Hätte ich gerne eine hübsche Asiatin. Geht das? Das werde ich deiner Frau erzählen. Du weißt nicht, was ich mit dir achte, ich kann sicher, keine Ahnung. Ich meine einen Kaffee und weg, falls ich irgendwas haben wollen. Nein, keine Ahnung. Nein, danke. Ich könnte noch was anderes auch machen. Gut kochen wahrscheinlich. Ich hätte mich jetzt Bock auf. Du meinst Boden wischen, oder wie? Ach, was hättest du denn gerne? Ich glaube, sie können immer jetzt keine Ahnung. Eigentlich hätte ich jetzt voll Bock auf Orange Chicken. Ich kann ihn was geben. Willst du jetzt eine asiatische Nudelpfanne auspackst? Bitteschön. Von Spezial vom ÖMTC. Ähm, ah, nee, vom Wiesbauer angefertigt. Mhm. Das ist aber sehr angenehm, der Herr. Ich brauch den dann nur wieder zurück. Behalt dich mir. Leitstelle von Zentrale 1. Und da drin? Leitstelle von Zentrale 1. Ist aber leider kein... Ja, weine nicht. Ist nicht ihre Glückszahl, der Herr. Die 289. Aber wir können tatsächlich sehr viel... Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Kattel, Fisch, Hund können wir auch nicht sagen. Nein, nein, nein. Fisch schon? Fisch hätte nichts. Oi. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Sie können die Trage auch nicht irgendwie wegbewegen. Negativ. Und zustanden. Dann rücken sie wieder ein. Ich habe verstanden, was ich sehen kann. Die Polizei hat dabei vor die Trage eine Absperrung hingestellt. So. Äh, Ja, fragt die Nachrichten-Page herum. Ja, wenn die zu lang ist, dann kannst du ja kotzen. Also Klasse-Service wird erst nach einer gewissen Stundenzahl freigeschaltet. Ja, das sind die Meilen, nach gewissen Meilen. Meine Güte, das... Nope. Zentrale 1 vom Mitsprechwunsch. Ich würde Zentrale 1 im Team 2.1 vollkommen. So verstanden. Let's still here. Ich glaube, du hast schon ein paar Kilo abgenommen. Und Dehydrate. Dehydrate. Ich kann Ihnen ja einmal unsere ÖMTC-Geschichte volllesen, warten. Na danke. Ich hoffe, wir kriegen einen Einsatz. Ich bin selber beim ÖMTC. Ich hoffe, wir kriegen einen Einsatz. Jo. So, wir haben jetzt ja auch gesoffen, da haben wir, oder? Jo. Ich habe keine Ahnung, mit Sprechwunsch. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie weit das sind die Ahnung? Verstanden. Was ist, muss er es jetzt erst googlen, oder was? Ja. Machst du einen Manspreader da draußen? Geil. Präsentiert das Gewehr. Ja, im Fall gibt es noch, als du ein Mittel, was du irgendwas von mir wolltest. Oder wie? Ich muss zugeben, der hat mich mehr belustigt, als er sollte. Ich glaube, er hat noch nie welche von der Luftrettung gesehen. Ja, ja. Aber da kann ich auch witzig sein. Lol. Bauch. Ah. Kinder, ich sag's euch. Ich hab die Verfassung. Jetzt wird gelesen. Was hast du das gesehen? Die Verfassung? Nicht die Verfassung. Die Geschichte vom Römtc. Du hast gerade gesagt, die Verfassung. Ja, es steht halt gleich nebeneinander. Nein, ich möchte jetzt die Verfassung der Bundesrepublik Österreich hören. Bitte. Nein. Das Hörbuch. Bitte nicht. Was? Ich möchte, nein, ich möchte jetzt die Verfassung der Bundesrepublik Österreich hören. Alexa, lies mir bitte die Verfassung der Bundesrepublik Österreich vor. Ja, geht leider nicht, weil hier im Raum anscheinend keine Alexa ist. Ja. Was ist das für ein Much? Ja. ÖMtc. Was glaubst du? Soll ich Ihnen die Geschichte vom ÖMtc erzählen? Bitteschön. Ich bin gespannt. Nein, danke. Ich bin nämlich... Ich zeig Ihnen was. Schauen Sie mal. Was steht denn da hinten auf meinem Rücken drauf? Flugrettung. Ja, was steht drüber? ÖAMtc. No shit Sherlock, so jetzt glaubst du ich mir die Geschichte von meiner eigenen Firma nicht. ÖMtc wird das doch ausgesprochen. ÖMtc. ÖMtc. Ja. Also, Sie glauben ernsthaft, ich kenne die Geschichte meiner eigenen Firma nicht? Ja. Auf bei der ich angestellt bin. Ja. Nein, 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 Moment, aufpassen. Die zwei sind von der Berufsrettung. Ich bin vom... Ja. Ah, willkommen drauf. Hallo. Guten Tag. Tag. Der will mir erklären, die Geschichte des ÖMtc. Sie glauben, diese Geschichte zu sagen. Am Piloten um ÖMtc. Ich hatte nur eine Geschichte zum Volley. Ach, ich lasse es einfach. Heiko. Ja. Warum musst du meinen Bruder beleidigen? Ich weiß nicht. Ihr seid Brüder? Ja. Er ist mein... Was soll ich jetzt sagen? Pass auf, was du sagst. Jetzt bin ich gespannt, ja? Ich sage jetzt nicht... Er ist mein lieber netter kleiner Bruder. Sind die Haare rot gefärbt oder sind die natürlich so? Schau, die Sache ist, der Andi hat die roten Haare am Kopf. Das ist nicht mehr als der Bordfruppe. Mehr sage ich dazu nicht. Ich gehe weg. Selbst wenn es mir jetzt eine flangst, das war es mir wert. Was voll wird. Ei, ei, ei. Ich wünsche euch... Einmal mit Profis, oder? Ich wünsche euch dennoch einen ruhigen Dienstpunkt, den war netter. Danke. Ja, danke. Ich möchte nur auf ihr Mepport Schichtende, ne? Ich mache es ein Schichtende, weil ich jetzt schlaufe. Ja, alles Gute. Einen Flug mal nachts schon noch. Baba. Ciao. Ihr, wenn einer noch kommt, ne? Nein, einen Flug mal nachts schon noch. Ich meine, schau mal auf die Einwohnerzahl, da könnt's schon noch. No. Hoi, können wir noch. Die sind doch jetzt alle bei dieser Buchvorlesung da im AIDA. Ja, wenn die mal starten würde. Wäre die Buchvorlesung. Ja. Die hat um 10 gestartet, he. Achso. Ja, 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 hat wieder jemand da aufgepasst. Na schau. Hoi. Also irgendwie... Das sehe ich mich. Ich glaube, es geht los zur Buchvorlesung. Es geht zur Buchvorlesung, sehr gut. Landung am Stephansplatz. Was gibt's Schöneres? Erotik. Nicht sehr oft, aber doch. Können wir Fotos machen? Also nicht vom... Oh je. Das ist glaube ich weniger, oder? Das ist glaube ich weniger, oder? Was zum Fick? Ah, okay. War nur eine Information. Habt ihr Zeit, 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 habt ihr Zeit. Wie warst du eine bessere Zeit? Ja, da draußen liegt einer bewusstlos. Geil. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Habt ihr einen Defi irgendwo herumliegen da oder nicht? Negativ. Das gibt's nicht, dass ich keinen Defi da habe. Ja, da hat Sascha dann auch noch keine gespielt. Der Christoph. Habe das noch jemand gehört? In... Ja, schick mal ein Rettungsmittel hin, da folgt nichts, wenn es nicht komplett hinnig ist. Der kann aber seine Scheiss-Sachen aus dem Auto gleich nehmen. Ja, bitte hol einmal die Sachen. Bitte, danke. Bitte, was ist passiert? Soll ich machen, oder? Ahm, der Herr ist da dein Vater runtergefallen. Weil er auf dem Autodach stand. Von welchem Fahrzeug? Ich bin gerade beim MTC. Ach, du Schande. Ja, ich bin gerade bei dem MTC. 30? Ah, holst du die Geburt her dazu. Weitermachen? Bitte, ja, einmal weitermachen. Ich schau mal, dass ich alles zuhalte, was ich zuhalten kann. Überall wo, wo Hände. Also, wie ist der Spitzname von dem Herrn? Mayonnaise. Ah ja. Perfekt. Ja, schau, dass du mal ein bisschen was zuhältst. Ähm, ich tue mal Pulse-Taste noch. Ja, mach. Dann müssen wir warten, bis der Rucksack und der Defi da sind. Defi da sind, ja. Ja. Ich schau gleich einmal. Ich mach jetzt den Hut auf. 25, 26. Ich stelle dir das Zeug mal da her. Gibt's uns Defi? Eigentlich wär das was für ihn da. Ist Wurst. Gibt's dann Defi gleich? Sascha? Ja, soll ich weitermachen oder Defi? Ich klebe. Na, bitte weiter drücken, oder? Ich klebe. Ja, schau dir mal die Trage bitte mal an. Ja, schau dir mal die Trage bitte mal an. Einen Rucksack habt ihr eh hergestellt, oder? Ja, steht da, ja. Passt. Dann nehm ich da mal raus. Dann ist das aber du gleich einmal her für die Intubation. Servus. Ich hätte da mal einen Zugang. Was? Ja, naja, dann werde ich mal die Maske befreitler. Ja, mach. Defi-Battles kleben. Wir haben folgendes Problem. Perfekt. Kannst du gleich mal schauen, was wir für den Rhythmus haben? Also der Boden liegt da her und der anderen raus. Ich klebe mal ein EKG. Na ja, schau mal bitte über die Defi-Pets, was wir haben. Die haben ja auch eine Ableitung. Jetzt liegt er natürlich Beverletzer auf dem Boden, und ich sollte sie vom Einkommen des Intubationen machen. So, direkt, nein, hör mal. Ich hab den richtig gehandelt. Schau mal an Flimmern aus, wenn ich ehrlich bin. Na, Entschuldigung, schaut noch am Flattern aus. Entschuldigung, 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 wir sind nie richtig verwendet. Flattern. Ja, der da steht. Wiederhole Flattern. Ja, kommst du wieder mal. Ja. Soll ich meine Analyse starten? Was ist passiert? Bei mir hat er noch kein EKG. Ich mach weiter mit Pumpen. Warte. Warte. Müller. Bitteschön. Da hast du einen Ausdruck? Perfekt, danke. Gut. Ich glaub wir machen da mal EP. Ich glaub wir machen da mal EP. Ich glaub wir machen da mal ein Schock-Bahn. Warte, ich lad da mal, ich lad da mal. Bitte, danke. Achtung, alle weg vom Patienten. Alle weg, Achtung, Schock. Bin einmal raus. Hab morgen Dienst. Yo. Zurücks. Ich wünsch dir was. Bis morgen. Hau rein. Tschü. Bis morgen sag ich schon. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss. Herr Betro. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Passt. Ähm, gut. Einmal bitte weiter drücken. Ich würd mit einem Zucker nach. Gauß, kannst du bitte einmal Adrenalin ausbauen sehen? Genau. Zugang hast du schon gestoppt oder noch nicht? Zugang hab ich schon, ja? Wie ist der Name, Herr Betro? Wir haben schon eine Infusion am Rechner. Ja. Das wäre eigentlich... Dann hau ich mal mein L-Adrenalin nach. Sascha 32, ich bleib mit dem Beutel. Der Adrenalin läuft. Sie sind sehr leise. Ist drin. Ja. Das wäre eigentlich fahrlässiger Körperverletzung. Okay. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ich hab'n... Ich hab'n Puls. Warte, wir schauen noch mal kurz. Rhythmusanalyse. Ich spür'n Puls. Ja, aber... Ich versteh's mit. Okay, ich hab'n Puls. Ich hab'n Puls. Ich hab'n Puls passbar. Wie gesagt, ich... Wie gesagt, ich... Wie gesagt, ich spür'n die ganze Zeit am Puls. Entschuldigung. Ich, äh... Glaub'n als Stimmbänder waren da leicht. Ja. Beschädigt. Beschädigt. Okay, perfekt. Ich verbinde mal das... Puls ist passbar. Der Herr legst du's nicht hin wieder. Ja. Der Linken Hand. Herr Petro, Sie geht's nicht da holen. Wie... Wie... Sie müssen eher so weit haben, wie ich hab'n reingelt bin. Ja. 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 Bitte legen Sie sich einmal so hin. Ich schliess mich dem an. THW, ich hau... Äh, ich... Ich hau dich. Alter, was ist jetzt los? Mein Sprachzentrum ist aber komplett am abbauen. Meine Güte. THW, Bauch rein. Ich wünsche was. Bis zum nächsten Mal. Du kannst starten. Einmal. Passt dich drück. So. Eigenständige Atmung hat er. Eigenständige Atmung hat er. Hat er, ja. Ja. Wir brauchen mal so... Wollen nicht mehr Beutel, nein, der... Nein? Wir brauchen aber bitte einmal eine Sauerstoffmaske. Ja, mach mach. Jetzt mal einmal bitte mit 8 Liter mal aufnimmst, schauen wir ob das reicht. Jo. Ähm, du, ich muss mal kurz Nase putzen gehen. Nein. Die juckt mich so stark. Das ist eine einmalige Verwarnung. Wir müssen kurz AFK. Ganz kurz. Ganz, 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 ganz damit. Blada. Birka. Wir fahren. Hallo. Wir fahren. Wir fliegen. Wir fahren. Super. Ja, wir fahren. Geil. Es tut mir eh leid, dass ich mir länger die Nase putzen habe müssen. Ja, wir haben es tamponieren müssen schon. Fast. Mhm, geil. Geil. Ich kann ja meinen Tampon das letzte Mal auch reinstecken, wenn du es magst. Heinz, weil er nicht viel größer ist als ein Tampon? Ist richtig. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sarić, bitte. Das ist keine Chance. Glamour. Wenn mich was drückt, eine Chance ist es eh nicht. Ich habe schon Schlimmes befürchtet. Na, ich meine, wenn, dann schafft der Kaffee vom ÖMTC mehr. Achso. Das ist eine Chance mit Gewicht. Links, rechts, frei. Ich meine, wir haben ihn da abgestellt, das ist schon großartig sein. Äh, Kabine frei. Zentrale 1. Fünsch, rechts, rechts, rechts. Pass, da sind wir ready. Wo geht es eigentlich? Also Richtung rauf, in der Neustadt, oder? Äh, so wie ich das sehe, wie in der Neustadt, ja. In der Neustadt wieder hoch. Erstes Sponder. 10,82. Ja. Haben wir da genauere Einsatzkoordinaten? Es ist schon ein Förster Sponder vor Ort. Okay. Wer? Der Doktor Prime? Ja, ich glaube weniger. Ist das, kann doch bitte jemand nachschauen, ist das direkt in Wiener Neustadt? Der Christophorus 9, unterwegs Richtung Einsatzort. Eintreffen, circa 5 Minuten. Heute habe ich es mit C2. Wo ist denn das? Wo ist denn das in Wiener Neustadt? Ah, es ist da draußen. Das schaut mir eher ein bisschen im Waldgebiet aus, nach einem Forstgebiet. Okay. Äh, es ist bei der, äh, dieser, der, 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 äh, Holz-Fahrer-Dienst. Ah, ah. Ah, wo haben wir andere Einsatzorganisationen mit der Lehmann? Ja, der andere fährt die Leitstelle. Ja, das frage ich gerade den Flugrein. Aktuell, ja, aktuell meines Wissens nur ein Mittelzufahren und ein Verspanner. Okay. Ah, für die Leitstelle. First Responder Herr, das kann man sehen. Ah, die Frage, wie ist das Gelände dort? Bitte wiederholen. Wie ist das Gelände vor Ort? Wäre cool, wenn wir da irgendjemanden für einen Transport hätten, weil ich glaube fast nicht, dass wir dort in der Gegend irgendwo runtergehen können. Was Neues. Der Perückner ist einmal der First Responder. Mhm. Die Frage ist, Ihrer Einschätzung, brauchen wir da die Feuerwehr? Also negativ, wir finden uns direkt an der Straße. Ah, ich find schon Platz. Sind direkt an der Straße und er meint, dass wir landen können. Okay. Okay, perfekt. Haben wir vom First Responder schon eine qualifizierte Rückmeldung? Fahrradsturz, schwer gestürzt, nicht ansprechbar. Okay. Alles klar. Ich werde erstmal dich überfliegen. Verletzungsmuster auch, oder wie? Nein, ich glaube ich ist noch keins durchgegeben worden. Wenn schon, dann habe ich es überhört. Alles klar. Genau, wollen wir vielleicht in der Mühle landen? Da gäbe es beim weißen Auto unten, würde es einen Platz geben, meines Wissens. Oder die Brücke halt, also vor der Brücke halt sperren. Ah, da, ich weiß schon wo da. Aufpassen jetzt, es kommt von unten ein Rauch rauf. Da rauf stört nicht, aber da ist glaube ich eine Stromleitung drüber. Pass auf. Direkt unter uns Stromleitung. Beide Seiten. Das ist keine Stromleitung, das ist vom Turm die Leitung zum Niederholen. Telefonleitung ist unter uns. Telefonleitung haben wir auch noch. Ah ja, Tatsache. Ja, das meine ich. Ah, der ist da vorgeht sich schon aus. Na, passt. Hätt sich jetzt gesagt, oder was sagt ihr? Ja, sollte. Ich meine, wir können ja mal zur Not, also Ausweich wäre noch ein bisschen größer ausscheuender Platz. Aufpassen, hinter uns. Weiter vor, weiter vor, weiter vor. Sollten überall frei sein. Musst du da noch dazu machen. Zwei Meter. Soll ich verstanden vielleicht. Meter. Wir sitzen auf, ich übernehme den Rucksack wieder. Braucht ihr mich mit, oder? Hat die Leitstelle bei euch den Funk kaputt gemacht? Na, bei mir nicht. Bei mir auch. Der ist nämlich außer Funk gegangen, kannst du ihm bitte sagen, dass du den noch reparieren soll? Ach scheiße, ich hab mein Ding kaputt gemacht. Sascha, bleibst du da, ich würd dich anfunken über den internen, sollten wir irgendwas brauchen. Ich nehme EKG. Jo. Passt, danke dir. Hallo. Servus, bitte. Also direkt dort oben, die Person, die es da liegt, ja. Hier ist von meinem Fahrrad gestürzt. Wahrscheinlich so gut, wo der Team gefahren, also so extrem gestürzt ist. Wir haben es leider nicht gesehen, er ist am letztesten gefahren. Okay. Ganz, 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 ganz schwacher Polz spürbar. Aber... Okay. Nichts wirklich, ähm... Aber Atmung vorhanden, oder nicht? Äh, Atmung nicht wirklich vorhanden. Ja, also das heißt, es reanimiert jemand? Ja, es drückt da rein. Okay, perfekt. Sehr gut. Ich hab ihn auch leicht ein bisschen verbunden, ich hab noch ein bisschen Verbandszeug dabei gehabt. Mhm. Ja. Aber, nur notdürftig halt, wie es mir möglich war. Leitstelle C9, wenns bitte noch einmal kurz in den C9-Kanal kommen könnten. Sie haben nämlich unseren Funk gecrashed, danke. Fluch, geh zu zum Kopf, dann dann übernehme ich... Ja, ich geh zum Kopf einmal. passt grüße bitte was ist passiert okay wir haben da auf der rechten seite gleich mal große wunde ich schaue dass man da irgendwas auf 29 30 ja bin schon dabei soll ich weiter drücken oder ich würde dann gleich stechen bitte danke ich nehme gleich mal ein beatmungsbeutel immer nur mal die elektronen runter dann gebe ich so perfekt 28 29 30 20 22 einmal weitermachen elektronen sind dran auswürf wer da an und für sich das ist doch mal ja warte die kg habe ich ja sowas bradikadie so der der renommiert einmal bitte die hände genau einmal kurz die hände die höhe effekt die infusion hängt ja recht arm einmal grün gut perfekt kannst du gleich einmal ich möchte mal ab hingeben dass man das mal auf siehst ja sich darauf bitte danke 05 war das jetzt bitte ja jawohl bitteschön darfst du noch gleich spritzen bitte soll ich gleich kurze frage im voraus wollte ich haben fliegen oder ohne bogen wissen wir noch nicht schauen wir mal wir werden da nämlich noch hässen wahrscheinlich auch maxim schneller machen gut ich glaube nämlich das schaut fast nach am av block 3 aus was ist mal da können wir kurz mal ausdrucken das kann ich nicht mal so da bitteschön perfekt danke gut ja das schaut nach am av block aus dann werden wir einmal pacen kannst du einen pacen einstellen eine frequenz von 80 und wir werden einmal bitte mit 80 milliampere anfangen passt steht auf der art ist aber nicht mehr steht auf der art wer hat er kurz noch mit 80 willst du starten 80 bitte ja das ist ein stabile radikati dann werden wir mal 80 starten pass 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 ja doch mit der radikati doch aber nicht unrecht passt gut wir starten wird nicht schneller ich gehe mal ein bisschen weiter ja ich gehe mal langsam 85 dann 90 was so ich sage es auch dir hat spaß gemacht ich sage immer in sinne hallo und gute nacht andy ich wünsche was hau rein dankeschön 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 das noch mal vorbei gut passt bis zum nächsten mal tschüss gut warte bei ich bin jetzt bei 90 da tut sich was das heißt ich würde noch ich würde noch mal fünf weiter gehen ja auf 95 und dann wird man stabilisieren passt eingestellt perfekt ich würde mir mal eine alternative vene suchen für einen zweiten zugang bitte das wäre super wenn du mal schaust mit dem linken arm was gefunden ich würde mal stechen probieren können sie mal bitte an saustoffmaske herausgeben und dann nehmen wir uns saustoffen auch mitgeben so gut Was würdest du sagen, sollen wir intubieren oder nicht? Er hat jetzt eigentlich schon eine suffiziente Atmung, Eigenatmung. Er hat eine suffiziente Atmung, er geht stetig, langsamer, stetig mit dem Druck hoch. Ich würd's tatsächlich lassen. Meine Überlegung ist auch, sollte er jetzt mit dem Druck über 100, sollte man den zusammenbringen und man nicht vielleicht übergeben. Also jetzt eine beidseitige Infusion hängen, der eine ist jetzt fast leer. Der eine ist jetzt fast leer, da kriegt er gleich noch einen nachgeschossen. Meine Überlegung ist halt, an und für sich, ich mein, ja, ich kann ihn eh mitnehmen. Ich würd ihn schon mitnehmen. Weil wir wären gleich in der Herz, also AKHKG Herzsymptom dabei, wenn wir auf der Kardiologie ankündigen. Und wir dann AV-Blox rein, würde ich ihm nicht in den KTW mit schicken, wenn ich ehrlich bin. Oh! Na, wir haben ja gedacht, wir sind ein RKI-RTW. Nein, nein, ich glaub nicht, oder? Nein, ist ein RKI-RTW. Ich hab grad runtergeschaut. Ist das bei der Rettung Sunny, oder? Wieder nochmal. Seid ihr bei der Rettung Sunny, oder? Ja, also, glaub ich, RKI oder NKV, ich bin Praktik. Okay, alles klar. Ja, aber trotzdem. Ähm, wir wären trotzdem im... Hm. Einmal ausfliegen, ja. Passt, genau. Ah, holt sie mal eine Trage? Jo. Das wär super. Spam-Bot drauf, oder? Äh, Vakuum-Matratze wär super. Vakuum-Matratze? Äh, Sascha für den Klausi, direkt. Hört. Äh, Richt... Richtig... Richtest du mal einmal bitte Vakuum-Matratze zum Tauschen, ja. Bitte. Vakuum-Tauschen, wieder gerichtet. Aber Schauens-Rettungswert zumindest ein Schotter. Danke, es geht dann für uns... Das stimmt, ja. Ja, also wir werden ausfliegen. Auf V-Block 3. Gut, okay. Oh, nice. Okay, passt, ja. Mit 95mA sind wir noch immer bei einer Frequenz von... Wie viel? 80? Passt das? Hm... Na, wir sind bei... Wir sind bei knapp übersässig. Ganz kurz noch, das ist ein Sportunfall gewesen, oder? Wir haben ihn gar nicht gesehen. Ja, schaut mal jetzt eher nach, was kardiologisch lautet. Ja, also internistischer Notfall, was dann den Sturz ausgelöst haben dürfte. Okay. So, ich wechsle einmal auf dem einen Arm die Infusion. Ah ja. Bitte, danke. Ja. Okay. Und... Jetzt wird ein Epinephrin gefressen. Ähm... Aber... Was ist passiert? Ähm... Wir spielen es jetzt so aus, als hätte ein Herzproblem. Und... Aus dem Grund... Hetzer. Das... Das Ganze. Also gestürzt ist aufgrund vom Herzproblem. Nicht ein ACS, sondern ein V-Bloch. Möchten wir noch mit Domekonketternest nochmal zitieren? Magst du zitieren? Ja, natürlich. Weil wir ja schon... Deswegen würd ich es schon gerne machen. Zieht auf. Ähm... Genau, bitte, danke. Danke, jetzt. Ich kann mal weiter fallen. Hm... Okay. Gut. Nein, Kürze kann mal weiter fallen. Wie? Ja, das ist auch schon direkt. Ja, wäre super, wenn es mal 2,5 Vorgang hierherrichtet. Ja, Vakuum ist fast. Vorbereitet. Wollen Sie den RTW dann runter oder braucht ihr die Trage oben? Wir haben vom RTW die Trage hier oben und wir werden dann einfach unten tauschen. Also wir fahren mit der Trage vom RTW runter. Passt perfekt. Danke dir. Passt. So, Keternest. Keternest, was ist das? Die 25mg Spitze oder was? Ja. Perfekt. Gehen wir mal 4mL. Und es ist mit der Zollarm hast du. 7.1 Vormeldung AKW. Patient, männlich. Einmal schlumpfes Dorax Traumannabkehrsunfall. Gehen wir auch 3mg. Nehm's das du gleich an dich? Ja, ich werd gleich verabreden. Nein, ich meine, dass du bei dir aufbewahrst. Passt. Wir sind gleich drinnen und ich nehm die Spitzen gleich zu mir zum Nachspitzen. Ja, passt. Ingegebenenfalls werden wir aber erst am Flug machen. Laft. Perfekt. Trage ist da. Ist ein bisschen noch abseits. Da können wir eigentlich ein bisschen näher. Vakuum ist auf der Trage. Nein. Was habt ihr noch sonst? Oder was? Ja, jetzt hat die Vakuum hergenommen. Ich... Die Vakuum ist auf der Trage. Ich würd's aber eher mit der Trage herstellen. Ist, glaub ich, leichter. Ja, voll. Ich würd's auch auf die Trage geben und dann rauf. Äh, was haben wir sonst noch? Schaufeltrages einbaut. Ich weiß nicht, was der ATW mit hat. Äh, Schaufeltrager. Savage? Ja, ja, bin schon, bin schon, bin schon, bin schon. Gut. Ich schau nochmal auf den Monitor. Magst du kurz einmal aufs Becken schauen? Mhm. Sonsten Traumacheck kurz mal unten. Becken schaut stabil aus. Okay. Oberschenkel. Beidseits. Aufspiel. Vorrax war stabil soweit. Keine Spielstellungen, also... Warte, ich hör nochmal kurz auf die Lunge drauf. Nichts lebensgefährliches, was wir da jetzt noch sehen. Ist jetzt gut gelüftet, passt. Okay, gut. Dann werden wir einmal mit der Schaufeltrager umlagern. Ich geh einmal zum Kopf, okay? Ja, passt. Wir haben Becken auf der einen Seite. Passt, sobald ihr bereit seid, gebe ich das Kommando auf 3. Passt. Eins, zwei, drei. Vorruck. Jo. Passt. Okay, passt. Gut. So langsam runter, perfekt. Passt. 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 Einmal festmachen und wir fahren. Genau, zu machen. Absorgen müssen wir noch die Vakuummatratze. Ja, genau. Aber ich sag mal festmachen und wir fahren. Absorgen und fertig. Jo. Passt. Das Vakuummatratze bleibt am Patienten und ihr kriegt es dann unsere als Austausch. Passt. Können Sie mal einschalten, Absorger? Ja. Und es wäre super, wenn der Kollege den Herrn auf die Trage setzen kann. Ja. Einfach nur setzen. Ja. Das wollte ich vermeiden. Vielleicht der andere Herr vom Roten Kreuz kommt auch nochmal zu mir. Sehr gut. Wunderbar. Gut. Passt. Passt. Braucht ihr noch irgendwas oder sei es soweit? Alles gut. Super Gespräch. Sollte man wieder einmal führen. War es das von euch? Ja, der Kollege ist gerade ein bisschen abwesend. Achso, ist ein bisschen abwesend. Super. Nein, ich bin eh da. Ich bin voll. Nein, ist eh da. Super. Noch besser. Ich habe generell mal in die Runde reingefuckt. Alles in Ordnung bei euch? Irgendwas? Ja. Alles wunderbar, ja. Wundervoll. Dann werden wir sich verabschieden. Grüße und Baba. Grüße und Baba. Grüße und Baba. Herrschaften, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auffassen beim Fahren. Das ist kein AV-Block 3. Kriegt's. Dass ihr euch nichts einfahrt. Ja, das ist gescheit. Ja. 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 Das ist kein Problem. Arsch, kannst du nehmen oder? Und reinsetzen ins Auto? Und reinsetzen ins Auto? Ich ja. Das war super. Ääääh. Können wir mal kurz vor der Trager runter, bitte? Ja. oder weil von dann auch so klein war das ist nicht gut das ist nicht gut mal trage weg bitte der anspricht baulisten nicht anspricht der ist nicht ansprechbar ist gepasst über gut wakon hat selbst schon kriegt haben wir schon bekommen sehr gut was jetzt hör mal weißt du nicht wo dein platz ist heute schon den ganzen tag da hinten hier viel mehr platz dann verstehe ich fast ein moment nur kurz ich schaue kurz ob man bleibt sie noch stehen bleiben sie noch immer über 60 das war's gut ich werde mal ganz mit der leiste reden und ansonsten bist du hinten frei und bereit und super und gut kabine ist ja wir können ich werde mit der leitestelle mal gut ja passt kabine ready cockpit ready wir können hier und der gerade noch ein bisschen hoch ja aber noch hoch ab jetzt ganz nach hinten achtung von stein höher auf 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 jetzt kann so hallo hallo kannst mich an du willkommen in circa fünf minuten mit einem patienten männlich sinus body cut die ist gepasst ähm für die kardiologie des akh wien ähm könntest du vielleicht bitte eine trage oben bereitstellen perfekt alles gut ich bedanke mich tschau tschau passt vielleicht zur information trage kommt kardiologie weiß bescheid das haben wir wahrscheinlich zwei tagen jetzt umständen wurscht soll schlimmeres geben ja ja 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 Dass Irina mal auf Status 7 drückt. Ich war damit beschäftigt das nicht zu tun. Quasi. Du Assi. Dafür hast du nicht eingestellt, sind wir mal ehrlich. Quasi. Eigentlich habe ich dich dafür eingestellt, dass man Schuhe aufblasen. Kann da Bock aufblasen. Hinein landen, Flughacker. Ein bisschen weiter vor musst du noch, ganz dringend ein bisschen weiter vor. Da hat er jetzt die Schild einen Nuggets, Bruder. Ähm, was heißt da Nuggets? Das waren 30 cm. Ja, wie mein... Ich will schon wissen. Der Nase. Sonst nichts. Aufgesessen. Was ist bei mir? Hm. Passt. Klausi, du holst die Trage. Ja, doch, die sehe. Kannst du forschen, dass ich nicht telefonieren kann. Eigentlich nicht, nein. Hallo, ich fliege gerade Hubschrauber. Es ist positiv. Strafe kriegt man nur fürs Handy am Steuer, nicht für Handy am Schaltknüppel. Wir sind gerade mit Ziner gelandet, ja? Am Acker hat er. Okay. Okay. Magst du... Es ist Brunzi? Ja. Sie ist positiv. Strafe kannst du kriegen für Handy am Steuer. Ist richtig. Wer piepst da? Ich. Wie kannst du piepst? Wir sind nicht einsatzbereit. Weil ich den C9-Pager gekriegt habe, glaube ich. Ich habe ja den C9-Pager gepaget. Ja. Kannst du ja sagen, wir sind nicht einsatzbereit. Fertig. Hab ich auch gemacht. Aber tut mir leid. Tor weg. Mach mich halt fertig, nur weil ich halt piepst. Was ist? Na? 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 Hoppala. Steckst du auf den Hubstab auf? Ja. Sehr gut. Weiter so. Es schaut so gar nicht gut aus. Kannst du hier einen einsatz über den C9-Pager bekommen? Ja. Okay. Das war Absicht. Ihr habt aber trotzdem einen Vorfolgeansatz. Das schicke ich euch jetzt als nächstes hin. Weil sind wir mal nicht einsatzbereit. Perfekt. Gut. Ist er nicht einsatzbereit? Weil sind wir mal nicht einsatzbereit. Derweil, ja. Wie bitte? Machen wir drinnen die Übergabe, oder? Weißt du was das Schöne ist? Meine Augen bleiben sich so an, dass ich unter Niveau bin. Da wo du hingehst. Spaß. Einen, einen, einen will ich schon noch fahren. Wenn ich dein Gesicht sehe, speil ich mich an. Verstanden. Von dem Saathron. Ich glaub da, ich glaub da... Müller kommt jetzt drüber und will kündigen, oder so. Wie ist er das? Weiß ich nicht, weil er behindert ist. Wie ist ihm das seiner? Wir brauchen nur einen Chef als Stellvertreter. Herrlich, oder? Braucht man den wirklich? Ja. Die Leute im Kommando sind noch mal besser als... Nein. Findest du jetzt deine GoPro? Bitte? Findest du jetzt deine GoPro? Nein, ich würde noch ein bisserl. Okay. So positiv. Ja, dann bitte einmal Feuerwehner. Jetzt sind wir Status eins. Jetzt kann er meinen Einsatz schicken. Ist positiv Feuerwehner ist nachbestellt. Ja, verstanden. Wenn er jetzt was hat, dann kann er das gern schicken. Wenn er so um 10.9 Spätzeit geschickt hat. Ich sag's ihm. Mir wurscht. Leitstil für den Christoffer aus 9. Alter, wie motiviert der Punkt? Oh ja, ja, schau. Braucht mir gar nicht viel Funken. Was haben wir denn? 10, 7... Geschleicht! Was ist mit dem C3 los, Alter? Gefliegt der nicht, oder wie? Wirklich? Wir sind uns unterbrochen beschäftigt. Naja. Der Arsch. Da wird man ihn einmal brauchen mit der Taubergung. Ist er nicht da. Kabine ist ready. Cockpit ist ready. Leitstil, Christophorus 9. Kommen. Ich hätte schon wieder gewählt, dass er C2 sagt. Ich habe mich zusammengerissen. Leitstil, herz. Ja, grüße. Da spricht der Christophorus 9. Wir sind Richtung Einsatzort. Eintreffen in circa 5 Minuten. Hast du ein bisschen eine Lagemeldung, oder was vor Ort los ist? Kommen. Negativ. Flagge ist unklar. Mit ihnen unterwegs, der RKK3. Ist schon mittel vor Ort. Ja, Christophorus 9. Verstanden. Unklare Situation vor Ort. Der RKK3 ist mit uns unterwegs. Ich schätze einmal ebenfalls ziemlich zeitgleich mit uns weg, Alter. Nee, das ist so korrekt. Kommen. Ich schätze einmal eher weniger. Laut Einsatzkoordinaten ist das an diesem einen Fluss, der vom Neusiedlersee weggeht. Neusiedlersee ist der rechts von uns, oder? Das wird lustig. Ja, der Fluss, der vom Neusiedlersee weggeht, ja. Das wird lustig zum Landen. Boah, es gab ein Problem. Dr. Brandy hat es drauf. Ehe, aber wenn das Gelände scheiße ist, kann der Dr. Brandy auch kacken gehen. Ah, da kann der Dr. Brandy bleiben, weil das die Brücke. Sieht jemand Exekutive oder sonst wen? Nix. Brauche ich nicht. O.S. Ohrschlöcher. Love you not. Alles Fotzen außer Mama. Ähm, ja gut. Lass mich mal kicken. Lass dich mal kicken. Äh, Flo, ich würde wieder Rucksack nehmen. Nimmst du wieder einen Monitor? Ja, äh, was hält's, oder was hält's ihr davon, wenn wir... Weißt du, was ich davon halte? Ihr steigt's aus. Ja, voll aussteigen und du fliegst weiter. Jo. Und suchen wir mal einen Landeplatz in der Nähe. Das wollte ich mir gerade vorschlagen. Das ist, eh, grundsätzlich... Haben wir schon eine Sichtung von der Person? I know what I'm doing, Bro. Ja, unten am Fluss. Unten am Fluss. Wie ist das? Ja, ich seh's. Prost. Aufpassender Baum rechts von uns. Schon rechtes Stück vor? Ja, ja. Seh ich, seh ich, seh ich. Alles gut. Geht sich alles aus. Pass ich schnell ab. EKG hab ich dabei. Ähm, Klausi, wenn du als erstes aussteckst, ich geh da den Rucksack mit raus. Ja, passt. Achtung. Jawoll! Wie geht das? Ich hab nichts gemacht jetzt. Ja, das ist 13.9. Rein theoretisch könntest du da landen, oder? Ich hab einen Landeplatz. 10.9 Notlandung. Was heißt, wir fahren bodengebunden heim? Was heißt, es geht bodengebunden heim? Ja, das ist korrekt so. Sehr gut. Sagt der Leitstelle dabei, dass wir eine Taxe brauchen. Ja, du kannst aber eine Taxe, ich bleib und hole einen MTC. Was? Die sollen das Kleider reparieren. Er soll einen Ersatzrotor mitnehmen. JanF2, vielen lieben Dank für dein Follow-Willkommen im Stream. Ich hab nichts gemacht. Weißt du, der Hubschrauber macht wieder mal, was er will. Alles klar. Mike, das gehe nicht an Luca... So, was sag's mir nicht... Der Hubschrauber macht wieder mal eine Anführung Pipeline. Wir sind so eben notgelandet in der Nähe vom Einsatzort, wir werden jetzt den Patienten betreuen. Wir benötigen aber irgendwie die Möglichkeit in Richtung Stadt zu kommen, das heißt, wenn möglich, vielleicht noch ein zweites Rettungsmittel zu uns schicken. Rettungsmittel sind nicht verfügbar, ich will Sie ab. Hören wir somit. Ich habe aus dem Feuerwehr oder Ähnliches, wenn Sie sagen, dass Sie notgelandet sind. Ja, hier der Christophorus 9 negativ, wir konnten auf einem Feldweg landen, der Pilot kümmert sich jetzt gerade um den Abtransport der Maschine. Verstanden. So, Finn, vielen lieben Dank für den Vorwurf, willkommen im Stream. Bitte, was ist passiert? Ich bin sehr... Grüße. Okay, alles klar. Servus. Von wo sind Sie runtergestürzt? Können Sie sich an das erinnern? Nein. Okay. Gut. Äh, Klausi, kannst du... Ich glaube, der verblutet mich hier gleich. Oh, da oben haben wir noch einen. Achso, da haben wir noch einen, okay. Bleiben Sie mal bei dem? Ich geh mal auf. Ja, genau, bitte. Danke. Der blutet ein bisschen, wenn es lützt. Na, wenn ich mitkriege, dass da noch einer ist. Ja, dem geht es ganz scheiße. Ja, laut schreien, wenn es sowas ist. Wow, ja, 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 ganz, ganz sauer, ne? Rhyme von Klausi direkt. Kommst du mal bitte hoch. Kommst du mal bitte hoch. Ich habe ihn gedrückt, dass er zeugelt, aber ich hätte mich nicht geblendet. Ganz schnell. Na, haben wir nichts. Ja, warte mal kurz. Ich habe ihn gerade in Notarzt kommen lassen. Schau dir das mal an. Das ist das Bulli-Trauma-Pier-Exion aus. Okay, wo ist denn der runtergefallen? Von da oben oder was? Von da ganz oben im Fahrrad, der oben. Fast. Einmal Übergabe an die Notfall-Maliziner. Das ist für uns infällig. Frage, wurde jetzt die 9 gerufen? Korrekt. Frage Zufahrt ohne. Du verbindest schon einmal. Jawohl, mach alles. Perfekt. Gut, Herr Brückner. Wie geht's momentan? Nee, da gehst du vor den 9 nach Belieben. Stopp, ich will ihn bitte. Wie sind die Schmerzen momentan? Acht. Acht, okay. Gut. Frozen Boy. Frozen Boy, meine ich bitte. Äh, Fenta. Gerne. Fenta? Herr Brückner. Ja, bitte. Herr Brückner, haben Sie irgendwelche bekannten Allergien? Nichts, dass ich wüsste. Nichts, dass ich wüsste, okay. Rentonil schon einmal bekommen? Schon einmal operiert worden, oder? Nee. Okay, alles. Also ein Substiprogramm sind wir auch nicht? Nee. Sehr gut. Bitteschön und bittesehr. Danke, darfst gleich einmal geben. Ich seh's. Richtige Ampulle, perfekt. Wie viele Milligramm haben wir in der Ampulle drinnen? Zwei oder eins? Ich glaub eins, oder? Eins. Oder 0,5. Ja. Ähm. Ganz ehrlich, ich werde ihm aber nicht wirklich auf Fenta verabreichen, wenn du's weißt. Weil... Nein, nein, alles gut, alles gut. Ja, ich seh. So stabil er warst. Eben. Passt. Wo haben Schmerzen? Hauptsächlich? Ja, bitte? Die Schmerzen, die hauptsächlich sind. Also ich seh Brustbereich und der linke Arm ist, äh, haben so ordentliche Katz, die wir jetzt mal versorgt haben. Ja. Okay. Luft bekommen Sie genug? Ja, schon. Okay. Mit der Atmung, wenn's tief einatmen, tut er was weh? Ein bisschen. Ein bisschen, okay. Und wie ist dieser Schmerz? Sticht das? Ist das ein Ziehen oder einfach ein Druckschmerz, wie wenn jemand draufsitzen wird auf der Brust? Ja, eher letzteres. Ehr letzteres, okay, okay. Ähm. Wie sollst du zu dem Sturz kommen? Ist ein Schwarzfragen geworden, oder? Ich weiß es nicht. Wissen's nicht mehr, okay, alles klar. Pick mal der EKG. Ja, vier Ha... Ja, sie sind die voller. Ja, zwei Haare klebt. Brauchen wir nur die 12, hat er noch dazu. Gut. Herr Büchner, wenn ich Ihnen da draufdrücke, würde du was weh? Ja, ich schau. Okay, okay. Ich schau kurz in die Augen rein. Haben Sie Kopfschmerzen, Mama? Ein bisschen. Okay, auf den Kopf auch gefallen, oder haben Sie Ihn Helm getragen beim Fahren? Mhm. Nicht? Okay. Nein. Hm. Aus den Ohren, Nasen, Mund kurz aufmachen. Ja. Kann ich A sagen? Ja. Okay. Keine Blutung in den Ohren, Nasen oder Mund. Gut. Und da im Gesicht, wenn ich da drauf drücke, tut du was weh? Nee. Nein, okay, alles klar. Und der linke Arm, wenn ich da drücke, tut du was weh? Nee. Okay, der rechte? Ja. Okay, okay. Sind Sie sich sicher? Welche Seite berühre ich Ihnen jetzt gerade? Rechte? Okay, und tut die Seite weh oder nicht? Nee, nicht so. Okay. Und die Seite, auf die ich jetzt berühre, welch ist es das? Ja. Die tut weh, die linke. Okay, alles klar. Perfekt. Gut. Wenn ich mir mal rechte... Den Tag heute wissen Sie. Wenn ich nur kurz... Äh, Flo, wenn ich mir da rechte nicht so weh tut, soll ich schon mal schauen? Ja, auf der rechten Seite wird mir bitte eine Nadel, werde ich mal zu mir stechen und ähm, genau. Herr Brückner, kannst du uns mal kurz herrichten, eine, ähm, eine Nadel und... Ich mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Okay, passt. Mach du dein Dings weiter, ich mach nebenbei. Herr Brückner, den Tag heute, das Datum, wissen Sie? Das Datum, Ende April, ich weiß nicht, das genaue Datum. Okay. Ähm, Ende April, welches Jahr? 23. Okay. Wie sie heißen und wann sie geboren sind, wissen Sie? Ja, Christian Brückner. Was machen da Leute, die nicht so, wie soll ich sagen, ähm... Okay, kann das jemand bestätigen von den anwesendigen Kollegen? Nicht so... Hast du verlegt? Okay, weshalb ich... ...orientiert sind, ja, die mit denen halt einfach... Wo sie sich geboren sind... Die wissen nicht, was für ein Tag ist. Wo, äh, am Wasser. Okay, aber welches Bundesland, welches Land generell... Ähm... Ja, wie in Wien umgekehrt. Wie in Wien umgekehrt, sehr gut, das stimmt auch. Perfekt. An was Sie warten, oder was war denn das letzte, was Sie sich erinnern konnten, vor dem Sturz? Bin mit dem Fahrrad gefahren. Okay. Alles klar. Gut, wie schaut's mit der Nadel aus, haben wir schon, ne? Ist schon, sticht schon. Ist schon drin, läuft, äh, läuft auch gut durch. Okay, sehr gut, super. Gut. Dann hätte ich gesagt, kann bitte das Rotkreuzmittel einmal an Abde mit Vakuum abtransportieren. Welchen Punkt es dann hat, ist da eigentlich? Ähm, und eben... Ah, Niederröster, nicht. Okay, mach's klar. Wahrscheinlich schauen wir, dass wir mit der Schaufeltrage bis herauf kommen, ähm, wenn das geht. Und oben dann mit der Vakuum? Ja, oder nein, nehmt die Vakuum bitte mit herunter, wenn wir mit der Vakuum dann hinauf transportieren und drauf oben dann auf die, auf die Trage umlagern. Ja, warum kommt das? Gut, dann hab ich leichter. Perfekt. Gut, Herr Blüttler. Wie ist es mit den Schmerzen? Hast du ihm das Fenster schon gegeben, oder? Na, ich hab's aufzogen. Und so, okay, dann. Hab's dir gegeben. Nicht ihm. Dann werden wir das einmal geben. Wann dachte, du brauchst das irgendein, ja. Servus. Hallo. Kann ich noch irgendwie unterstützen? Habt ihr mich? Ja, beim da draufbringen vielleicht schon, umsonsten. Wie wär's mit Feuerwehr, mit Tragehilfe? Ja, du, wir sind jetzt eigentlich so viele. Stimmt. Also, von mir aus ist wohl, wir sehen jetzt wieder sechs, sieben Leute. Zwei noch, also, ich brauch jetzt nicht unbedingt die Feuerwehr. Und ganz ehrlich, also wir haben so ein bisschen outnumbered. Andere Frage, was ist passiert mit dem Heli? Brandy wollte es immer noch nicht sagen. Vogelschlag. Ah, okay. Gut. Herr Brückner merkt, dass das ein bisschen besser wird mit den Schmerzen. Äh, Brandy für ein Klausi. Ja. Ja. Für dich zur Info, ähm, Grund der Notlandung war Vogelschlag. Außer ihr braucht mich hier dann. Ja, ja, war ja Vogelschlag. Äh, ja. Sehr gut. Schaffen wir einen Transport? Ich mein, ich mein, sehr schlecht. Sehr schlecht. Sehr gut. Grundsätzlich hab ich jetzt den ÖTC, der macht das jetzt, der macht gerade eine Reparatur der Hydraulik. Ja, wir schauen, ob man da nicht gut gefunden hat. Ja, wie's magst du. Gut, okay, perfekt. Gut, ähm, dann geh ich einmal zum Kopf, okay? Ja. Ihr dreht's auf, wir gehen die Schaufeltrage unten rein. Ähm, auf mein Kommando, okay? Wenn ihr bereit seid, ähm, drehen wir einmal auf die Seite. Ja. Ihr müsst angreifen. Magst du die Schaufeltrage so ganz wie drunter tun oder links-rechts? Nein, nein, links-rechts. Links-rechts, okay, passt. Dann drehe ich nochmal zu mir, sobald alle bereit sind, und tun wir mal eine Seite und dann... Bereit. Jetzt. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Auf meine alten Tage. Passt. Okay, zurück, runter. So. Passt auf die andere Seite. Klaus, hast du die zweite Seite? Ja, ich nehme die zweite Seite Schaufeltrage. Perfekt. Passt, wer dreht rum? Ein blonder Kollege vom Rückenkreuz wäre super. Ja, ich glaube es ganz gut stehen. Eins, zwei, drei, drei. Ja, 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 liege ich bereit. Noch nicht umdrehen, noch nicht zurückdrehen. Ich check nochmal kurz den Rücken. Bitte den Rücken, ja. Passt, da ist nix, nix einstecken, drücken, keine Abnormalitäten, alles gut, wir können. Passt, passt. Passt, passt. Ja, genau, jetzt gleich auf die Vakuum. Das geht total, also. Sonst muss ich mich mit der Schaufeltrage austragen. Na, gehen wir gleich auf die Vakuum, ist gescheiter. Ist in der Ordnung. Auf drei. Eins, zwei, drei. Okay, passt langsam runter. Perfekt, siehne nicht unten. Passt. Passt. Machst du auf, dann mach ich oben auf. Ist schon, ja, passt. Perfekt, oben ist gut. Und noch vielleicht vorher, das hackelt sonst. Also, wir haben keine guten. Ups, da war was. Ja, keine gute, ja. Ja, nein, es ist spät. Perfekt. Alles gut. Ja, es ist wirklich spät. Ähm, weg, gut. Weg, außerdem habe ich jetzt die dritte Gehörerung für heute. Ja, das stimmt. Die erste, wie ich von der Treppe runter bin, die zweite, wie man der Kommandant erwatschen gegeben hat, und die dritte jetzt ein wenig an Vogelschlag. Gut. Ähm, ich drück beim Kopf fest, ähm, die Vakuummatratze einmal bitte bei den Schultern, einer bei den, äh, beim Becken und bei den Oberschenkeln. Gut. Geht's bei euch? Dann schalten wir nämlich den Absauger ein. Auf drei, los geht's. Passt. Absauger läuft. Passt. Ich halte. Ja. Passt. Passt. Okay. Sind fest. Gut, darfst du noch mal festziehen? Hm. Gut. Daher können Sie uns vielleicht auch noch helfen beim Tragen? Ah ja, klar. Das soll auf der rechten Seite, ähm, mal anheben. Genau, perfekt. Gut. Sind alle bereit zum Tragen? Sicher. Immer. Auf drei, eins, zwei, drei. Auf drei. Oh, wir müssen noch. Oh, wir müssen noch. Oh, wir müssen noch. Daher können Sie die Weinen finden. Neu, bei dem ich nicht. Was ist denn nun? Ja. Scherzen sind... Ist die KB nach unten stehen, oder? Das ist nicht der Core-Pulse, den haben wir doch zwischen die Beine, oder? Okay. Hast du den Monitor mitgenommen, oder? Ich habe ihn nicht. Also die Patientenbox ist da. Achso, ich glaube nämlich, das steht nach unten, ich hole mal. Achso, ja, bitte, danke. Es ist zwar am Hubschrauber kein Core-Pulse, aber... Alles gut. Ich glaube, ich habe heute schon einen anderen Platz geliefert. Äh, Anfrage, Feuerwehr ist alarmiert, oder nicht? Zentrale 1, füge Leitstelle. Sie bleiben vor Ort, ist das so richtig? Bist du Zentrale 1, oder? Nee, ich bin vor vorbei, Fahrt 8074, komm. Nein, er ist die Zentrale, äh, ist die Leitstelle. Wie bitte? Die MLS, okay. Gut, bitte, wiederholen. Also nicht, nicht wirklich mobil, sondern eigentlich nur Leitstelle. Ähm, fliegst du mit? Ich brauche dich jetzt nicht unbedingt. Genau. Wenn du willst, kannst du mit dem Hubschrauber runter. Ja, pass. Du willst gleich mitfahren? Ja, pass. Willst du den Monitor dafür haben? Ja, bitte, danke. Ja. So, Entschuldigung, ich muss gerade sehr viele Sachen nebenher machen. Alles gut. Kannst du vielleicht den Herrn in schwarz mitnehmen? Ja, klar. Ja, klar. Deswegen bin ich eigentlich hier oben. Eigentlich sollte ich hier sein, um euch mitzunehmen. Eigentlich, ja. Er fährt jetzt mit dem KTW runter, und ich weiß halt, ich bleib aber vielleicht da, vielleicht, äh, ob der Hubschrauber jetzt da bleibt, oder mitgenommen wird im MTC, oder ob wir fliegen können. Wenn wir fliegen können, dann werden wir einen schnellen Weg nehmen. Passt. Jo. Ja, bitte, soll sich in der Fahrt was verändern die Bälle? Zentrale Fiesel mit Sprechwunsch. Ja, Zentrale Fiesel mit Lagemärte vor Ort. Ein für U, wenn du bitte einmal Polizei und Feuerwehr schicken könntest. Ja, inf. Informatulativ in dem Zentrale Fiesel, Exekutive sowie die Feuerwehr alle mit. Ja, verstanden. Weitere Frage, ist Dr. Händenbote knapp kömmlich? Das ist nur negativ. Ja, somit. Ola. 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 Ola, die Waldfee. Irgendeiner von euch lepperten Hatten wollte den zurückholen. Was? Vielleicht der Notarzt. Denk ich auch. Mit der Ankündigung. Ah. Servus. Scheißvögel. Scheißvögel. Scheiß Schlauchplatz. Ja, gut. Auf der anderen Seite ist der selbe Schlauch übrigens auch weg. Also wie auch immer. Doppelschlag. Nicht Platz. Platz. Kann ich jetzt noch irgendwen mitnehmen? Vielleicht war es ein Vogelschlag. Also, also, also Vogelschwammschlag. Vogelschwammschlag. Was ist wirklich passiert? Aber die müssen ja keine Katze Wombenjäger gewesen sein. Vogelschlag. Bestimmt. Die müssten ja ausgebildet sein. Brandy, was hat sich hier zugetragen? Vogelschlag. Okay. Vogelschwammschlag. Ja, Vogelschwammschlag. Ach, tatsächlich. Bitte? Ist der Patient da zum Überstellen, oder? Entschuldige mich ganz kurz. Ich bin ganz kurz nicht ansprechbar. Braucht das? Ich telefoniere ganz kurz. Jawoll. Gut verstanden. Ja, genau. Da muss ich tatsächlich noch einschlafen. Also im Auto. Es gibt's nicht. Ähm. Ist das da nicht irgendwas mit Naturschutzgebiet von, äh... Bienenfresser, Taucher, irgendwas? Was? Naja. Irgendwas so. Weißt du eh. Irgendwelche Vögel, die da ganz, ganz... Haber er saufst du? Hat aber jetzt nix damit zu tun. Ist das nicht irgendwie ein Naturschutzgebiet da? Dass da die Vögel brüten können und ungestört... in Triebwerke reinfliegen können? Ja. Passt. Das ist gut. Das Ausbildungszentrum für Kamikaze Vögel liegt irgendwo im Wald. Er muss da drüben sein. Ich glaub das bläuer Zelt ist. Wollen Sie einmal hier den alten Schlauch hier abnehmen? Bitte schön. Ja, danke. Nehme ich da, bitte. Er ist tatsächlich abgerutscht. Okay, passt. Ich hab ja doch noch mit in die Kiste oben reinhauen. Ja, hab ich da reingeschmissen. Ja. Eh gut. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Was sagen Sie denn wieder zu mir? Stell Sie an. Wer jetzt genau? Ihr? Und die Vögel. Verstanden, wir beim Vögel. Vögel sind scheiße. Scheiß Vogelschlag. Vielleicht kannst du hier noch ein bisschen was aus dem Router rauskasten. Da kannst du noch ein bisschen gefügeltes heute Abend essen. Ich könnte Ihnen tatsächlich einen toten Vogel einbieten, wenn Sie das haben wollen. Nein, danke. Siehste, habe ich es doch gesagt. Vielleicht ist es ja eine Gans, vielleicht ist es groß genug. 인데 Kam. Vögel? Ja, hier steht es sein. Scheiß Vogels. Scheiß Vogels. hallo sollte ich wieder zurückfahren ich weiß aber nicht ob sie den hubschrauber wieder hinkriegen ich muss ganz kurz nachfragen mit den hubschrauber dahin hat schon was schon hübsch handy geht es eh noch gut sehr gut was ich eigentlich vorher schauen wollte einmal gibt es auf der tinta-app irgendetwas neues kannst du gerade ganz kurz einmal gucken was die posterzelle vom AKH ist 72 74 so keine ahnung 30 04 bin ich eigentlich der einzige der da herrinnen keinen empfang hat nein habe ich auch nicht hat keiner wir machen noch einen Käse ach du also ich sagte wir machen mit bei der Rettung der Erde schade ja ne Achtung Triebwerk startet bin am achten ich glaube ich werde mir da was blödes einfallen lassen da gibt einmal ein bisschen Belastung drauf schaut alles soweit gut aus hier randy vom prime intern ja ist schon gut aus und rechts auf der Seite auch wie schaut es aus mit dem Hubschrauber hat die letzten Belastungstests nicht allzu schlecht okay ähm ich habe gerade mit den Ärzten im LKH gesprochen ähm die haben leider keine Intensivkapazität mehr frei wir müssten einmal überstellen ins ähm ins AKH ja äh ist das möglich für euch was ist das für euch möglich meine prime hätte gerne das i verlinkt passt der Gieber bitte bescheid sobald ja mach ich passt und dann nochmal den Block perfekt danke ja passt wenn er sagt ich kann fliegen dann ja genau doch fahrt ich einfach nur passt dann machen wir das jetzt einmal ganz schnell ich ja ich habe lieber richtig als falsch dann nehme ich noch eine Idee ja 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 ich versuch's das wäre super ich bezweifel dass es es bringt aber ähm was die dienst du mal? Kommandant ich muss eh die Rechnungen zahlen das hilft eh nix das ist richtig ich habe Kommandant-Team geschrieben bei dir bei wem hast denn eigentlich die meisten Rechnungen oder beziehungsweise wer verursacht die meisten Rechnungen du schaust mich jetzt das war eine ernst gemeinte Frage das sagt man nicht sowas das ist hier mit dem ok bitteschön Dankeschön der Herr vielen vielen Dank für das schnelle Verbrechen Melli mich vor allem fürs gute Reparieren danke 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 scheiß Vogelschlag wirklich scheiß Vögel Engel eins hört magst du den Kofferraum zumachen sonst ist der Zug staubt super 1a genau so Prime Brenin dann Prime Hurt 9 startet jetzt wir sind frei wir sind frei ich bitte um Abholung ähm beim Flugplatz Mödling wir kommen mir Märkte wieder dorthin und langer dort um ja verstanden er nimmt seinen Job aber mit dem Hörndln und Dings auch sehr ernst hat er denn jetzt geschickt der Wichser ich bring ihn um hat er geschickt und vor allem er hat einen Ambulanzdienst ausgemacht ja ist doch scheißegal ja eigentlich ist er 247 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 ja aber normalerweise ist es ein 42er ist echt eine Reispiepserei ja ja nein er macht's also ganz ehrlich er tut mir ja leid wieso also heute ist er glaube ich wirklich voll dran gekommen überfordert ein bisschen ja heute ist er voll dran gekommen er braucht den zweiten in der Leitstelle heute er dürfte halt nur Leitstelle machen er dürfte halt keinen AKH-RP nebenbei machen weil das glaube ich ich hau den komplett raus voll Klausi hast du eigentlich deine GoPro noch an oder? ich hab meine GoPro eigentlich noch an ja ja hat er er hat grad er hat grad er hat grad er hat grad ah ja tschuldigung ja hab ich äh ja 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 ok ok Si Senior Si ah alles klar nein ich wollte nur fangen ich hab mir grad gedacht was ist da unten für ein Gebietdach ich hab mir grad gedacht was ist da unten für ein Gebietdach was ist da oben für ein Gebiet We Бог können wir vorher natürlich kommen und collapse Das ist windig. Kann passieren. Grüße. Servus. Für dich zur Information, das ist unser Patient von vorhin, der Herr Brückner. LKH hat keine Intensivplätze mehr frei, wir müssten einmal überstellen ins Ackerhaar. Es ist jetzt rausgekommen, dass ein fraglicher Haris in der Wirbelkörper, glaube ich, sind. LBK1. Ok, vakuumiert ihr das ein? Ja, genau. Passt, dann ist er jetzt eigentlich je zu dritt. Kriegt sie ihn rein? Ja, ja. Dann werde ich nicht dabei die Vakuum rüber zum KTW geben, dass die einsatzbereit bleiben. Ok, auf drei. Dann werden wir einmal runternehmen und in den Hubschrauber rein. Eins, zwei, drei. Funktioniert alles? Dabei schaut es ganz gut aus, ja. Danke der Nachfrage. Ist gut. Ich habe euch jetzt die Vakuummatratze einfach mitten in den Patientenraum reingekauft. Ok, passt. Müsst du mal verstauen. Ja, passt, bitte. Der Brückner. So weit, ready? Passt. Alles klar. Brückner achten jetzt nicht fast. Der Brückner. Links, frei. Jetzt musst du die eigenen Leute verpflegen. Naja, immer schlimmer wird's. Für euch zur Information. So, Kabine ready. Ja, guck mit dem, falls wir können. Bekruf. Da ist so viel Blaulicht. Ich muss ja aufpassen, dass ihr kein Epi schiebt. Abatatatatatat Herr Bückner, Daumen hoch, wenn alles passt. Ah, sehr gut, perfekt. Ich dachte, wenn er Mittelfinger gezeigt hat. Dem geht's gut. Stimmt. Hat er wirklich Daumen hoch gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Ähm, ist das nicht ein bisschen gefährlich, Daumen hoch? Wie? Ich würd's mir nicht daran so durchlässig wie diverse Fahrzeuge in der Stadt sind. Achso, warte, warte. Daumen hoch, auf einmal ist er weg. Ja. Hörst du so ganz entfernt so lauter schreien, so... Hilfe. Wieso fährt der Hio mit Licht zurück? Ist der auch gesoffen? Weil er eine mobile, schnelle Leitstelle ist. Der zieht sich einen Folgeeinsatz. Ah. Der muss einen Folgeeinsatz disponieren, deshalb fahrer Blau. Warte, du willst jetzt Spechtel fahren. Genau. Schade. Ich nehm' mich. Ich nehm' mich. Ich nehm' mich du. Schade. Ich glaub' der Hio wird uns oben gleich den Patienten entgegennehmen, deswegen. Ich glaub' der hat, wenn er zur Rettungswache hingefahren wäre, hätte er gesagt, außer Dienst. Eikrotor ist frei. Du musst noch 20, 10, 5, 2, und du setzt auf. Haha. Verarscht. Ich würd's Mangel nimmer. Leitstelle zu unter 1. Leitstelle. Die Einsäufigkeit wurde verlassen, 1, 2, 2 übergeben, für heute schon 6. Unterbrückner. Trage haben wir zum Glück schon da. Haben wir was? Wir helfen ihnen einmal raus. Ah ja. Oder? Genau. Ja. Passt. Und neun Leute im Dienst. Neun Leute im Dienst und die haben alle erhocken. Das ist die Sorge. Okay. So. So. Dann heben wir einmal rüber. So. 3, 1, 2, 3. Perfekt. So. Langsam runterlassen. Perfekt. Kannst du schnell einmal gleich auffüllen. Dann schau ich hinunter noch auf Intensiv mit. Die wissen ja eh schon Bescheid. Ja. Mal bitte. Ja bitte einmal nachschauen. Also einmal unsere Sachen nachfüllen. Einmal bitte nachfüllen. Wir haben nämlich unseren Patent verloren. Sehr informativ. 8020 Seitenstraße von der Moor liegt da. Chris Black ist das. Ja dann ist das unser. 8019 ist das. Nein das ist. Sascha. Ja. Können wir das Lager im AKH vielleicht wieder irgendwie reaktivieren? Muss ich schon. Wenn wir jetzt wirklich so rumfliegen. Mein zweites Lager wird nicht unbedingt. Oder halt. Muss nicht unbedingt Lager sein. Wie der Geschäftsstelle wird reichen. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. F***. Du bäckelst. Echt? Kriege ich nach deiner Mama? Ja. Sag dich mal warum. Wenn ich da nicht gefügelt habe. Geil. Egal welchen Spruch du gerade gebracht hast. Ich habe nicht gesehen. Mein DirectX ist gerade abgekackt. Achso. Servus. Wollte fragen ob du auf Necophilität stehst. Hast du eigentlich noch angemeldet oder geht jetzt weg? Ja. Lass mich das gleich einmal kurz rausfinden. Bist du noch da? Du weißt ja eh wo du mich findest. Ich bin nicht da. Ich freue mich nicht. Nein. Aber du kommst wieder. Um das geht's. Haben wir schon wieder einen Einsatz? Wäre möglich dass er gerade gefragt habe ob wir einsatzbereit wären. Oder ob wir jetzt aus dem Dienst gehen oder ob wir ihn noch weitermachen. Barker vom Prime Direct. Deine GoPro läuft. So korrekt. Ich muss einfach mal singen. Habs gemerkt? Wir haben 10.5 für dich zu informieren. Ja. Weil wenn der Brandy jetzt geht. Brandy geht nicht. Brandy hat nur kurz mal einen Sprung. Verstehe. Le Zerreißung in seinem Kopf gehabt. Aber du die Zerreißung werde ich mir auch genehmigen. War aber nichts Dauerhaftes bei ihm. Du gehst los. Machst du ein Pornhap? Machst du ein Pornhap? 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 Ja. Oh man. Ach boah. Du bist teppert. Leitstelle Christophus 9. Leitstelle? Ja der Christophus 9 ist wieder einsatzbereit gekommen. Funkspruch wieder old? Ja der Christophus 9 ist wieder einsatzbereit gekommen. Funkspruch völlig undeutlich. B-Black Beast. Mir gehts gut. Danke der Nachfrage. Wie gehts dir denn so? Oh mein Gott. Wie gehts dir denn so? Oh mein Gott. Darfst du es dir aussuchen? Ich hab gesagt. Ihre Mutter schwitzt am kacken. Raten sie mir wer dabei zuguckt. Ich. Aha verstanden. Die Eier verschlagen, äh, Sprache verschlagen, oder? Wir meinen es nicht. Mit dem da. Mit dem da? Können wir ihn einfach vom Dach runterschmeißen, so einfach so fangen? Nein. Gut, von mir sind das armer drei Fäuerpartments. Da Flügel, da Flügel. Ein bisschen fährt jemand scheißen, oder? Der drückt noch. Nein, der hat Bauer nicht. Der drückt noch. Nein, der hat ja drückt noch. Nein, er hat gesagt ja. Ja, da kommt der schon wieder. Ach, nöööööööö. Er hat die Hose nie ausgezogen. Ja, den BD-Hubschrauber putzt er doch auch selber. Bist du deppert, Brandy. Wir werden jetzt gleich 200 Kilometer weiterkommen, so viel habe ich abgelassen. Geil, Leute, brauche ich jetzt weniger. In die Hose, nein, das heißt, im Endeffekt sind wir wieder auf Null. Ja, okay. 3 zu 1. Bei deinem gerockter Safety meld dich an, wenn du Bock hast. Warum nicht? Ah, ja. Mh. Machen sie eigentlich hier, sie AKH-Mitarbeiter? So wie jeder AKH-Mitarbeiter am Helipad rauchen. Wer? 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 Wer ist der geschissene Müller noch da? Nein. Außer Dienst gegangen. Stimmt, stimmt. Genau das gerade. Außer Dienst gegangen, ja. Na blöd. Der hätte halt das wollen von mir, ne? Ja. Das ist halt doch nicht dazukommen. Schade. Du hast halt schreiben. Ah, ja. Prime, für dich zur Information, wir haben den Rucksack und alles andere nicht nachgefüllt, gell? Ja. Nein, wir brauchen ja nichts zu machen. Nein, weil das Lager einfach kacke ist. Ja, brauchen wir eh nicht, ja. Da musst du ja beim AKH-Wien-Boss beschweren. Fittich, dein Haus ist scheiße. Ich glaube auch, dass das der Herr Dr. Meyer nicht nachgefüllt hat, oder? Hat er wieder zu viel geschickt? Der Dr. Meyer ist nur Leiter der ZNA. Achso, okay. Wer ist denn der leitende Flugretter da? Leitender Flugretter? Ich. Ah, ja. Es gibt keinen leitenden Flugretter. Der hat gerade gesagt, dass er das ist, also ich muss ihn schon geben. Ja, das hätte er gern. Achso. Schau. Wenn's ich nicht will, ist der Wagner nicht einmal Flugretter. Kriegen wir zu einem Einsatz, oder nicht? Sonst geht das Ding in den Hangar. Ja, okay. Dann schicke ich euch zu dem dazu. Maria. Zu wem? Zu was? Und warum? Zum Einsatz. Ja, zu welchen? Musst los. Warum? Bitte. Warum ist er bewusstlos? Warum ist er bewusstlos? Ja, warum ist er bewusstlos? Erst dann wird's interessant, ob's für mich etwas ist oder nicht. Frage mal nach. Ich weiß, er wird so ein. Tust du denn in der Position scheißen auch, wenn's sitzt und die Hände hebt, oder? Gefick dich, jetzt disponiert er wirklich. Meistens. Weißt du, wo ich die Position auch hab? Das willst du nicht. Glaube mir, das willst du nicht. Willi. Willi. Willi will's wissen. Willi will's wissen. Er hat zum C9 eine Dienstfahrt disponiert, Schnitzel holen für die Leitstelle. Ist der behindert? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich würd sagen, wir fahren so ein Wiesbord. Abgelinnt. Werfen wir auf dem Klause seinem C2. hätten wir schon an was hyundai mit dem erfahren könnten richtig was bildungs noch brandy sagst doch dann im dh gibt es schon mal zu den hangar was was für nah Das war mir eine Ehre, habe die Ehre. Wir haben gerade den Hubschraub in Hangar gestellt. Wir sind gerade fertig beim Dienst. Außer sie braucht was. Wiener Neustadt, C33 Wiener Neustadt wäre fast noch interessanter. Von wo ist denn die? Keine Ahnung. Bester, bist du tierisch? Hallo? Sorry. Entschuldige, im Lift war die Verbindung so schlecht. Ich bin im AKH und bin gerade vom Landestand gekommen. Ich finde, der steht gut. Okay, das ist nicht. Fäng dir mal los. Es geht. Hallo? Wo geht es hier zum Ausgang? Da raus. Wusste das Abrega da ab? 74,99, wie besser. 74, 74. Weird Flags. They see me rolling. Ah, 74. Fuck, was ist 74 nochmal? Das ist irgendwo Waldviertel drauf, oder? Los auf Bowling spielen? Kann mit meinen Kugeln schon so schlecht umgehen. Miau. Na Bruder, na, na. Einer Statt? Echt? Uff. Man hört sich. Man riecht sich. Eine Güle Güle. Ja, dich auf jeden Fall. Pass mal auf. Das liegt an der Scheiße, die ich andauernd fliege. Ja, was soll ich sagen? Mir geht es nicht besser. Dafür mache ich aber nicht den Kofferraum auf, damit ich einsteige. Wenn man mal splat ist für die Schiebertür. Kommt nicht auf vor, aber was soll es geben? Pop, 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 pop. Ich kann dich voll mitnehmen, gell? Ich geh lieber. Das soll lieber mal gehen. Ich glaub, der will mir kündigen. So. Wollen wir noch einen Spritz zu machen? Negativ, ich muss Bowling gehen. Genau bis hierher. Herr Wagner, es war meine Ehre. Auf Wiederschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Leben hat Nachrang. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. So. Ich werde aber auch außer Dienst gehen. Ich bin ein Klimakleber und ich stehe für meine Rechte. Kannst du mir auch eine Linke haben? Brumm, brumm, ich bin ein Auto. Ein Klausel geht außer Dienst. Na gut Leute. Jetzt hier einen neuen außer Dienst. Es war meine Ehre. Mir genauso es war. Aha. Sehr lustig. Bis nächtlich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Fiat euch. User disconnected. Disconnected. Ne. Fuck. Jetzt habe ich meine. Ah. Außer Dienst. Ah. Nie Glück. Was hat mir eigentlich der Dienst jetzt so Geld mäßig gebracht? Und 10er circa. Und 10er circa. Weißt du was in so einem langen Dienst echt geil ist? Dann so ein Auto steigen kannst. Was am besten noch so klingt. Was ist schon cool. Ich liebe's. Zeit schon ein bisschen funny aus, dass auf den. Motorradfahrer da einfach so. Die Ampel runter fällt. Ich darf mich jetzt nicht blöd spielen. Ich habe euch schon gesehen, Jungs. Ich habe euch schon gesehen, Jungs. Huhu. Hm. Also. Ganz ehrlich. Ich. Bin jetzt. Ja. Ich fahre immer ein bisschen. sehr schnell. Aber ich weiß nicht. Wie es Verbrecher auf AX wirklich irgendwie weit bringen. Ich hätte dafür viel zu viel Puls. Ganz ehrlich. Ich. Was ist das? Sammlung. Oh. Uns kuscheln. Anton. Anton. Ah ist Anton. Anton Versammlung. Das Anton aus Tirol ist auch dabei. Meine Güte. War ein langer Stream. Holy shit, fast 6 Stunden gestreamt. Naja gut, 5,75 Stunden gestreamt. Aber das kann man schon mal machen. Ich bedanke mich einmal vielmals dafür, dass ihr so zahlreich zugeguckt habt. Dass ihr gefollowed habt. Dass ihr gesuppt habt. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, ich sage euch gleich, wann der nächste Stream ist. Und es war. Wird das wahrscheinlich werden, der 3. Mai. Das heißt, nächste Mittwoch. Mittwoch ist Stream, meine Damen und Herren. Und mit dieser wundervollen Nachricht freue ich mich, wenn ihr wieder da seid. Und hoffe, dass ihr wieder da seid. Und bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Haut rein. Ja, đượcicar Pat Sergio. Ja. Entspürben. Ja.